Sie hören Dimensionen, geschrieben von Carsten Berger, gelesen von Steffen Rössler. Betrachtet man dieses Universum in seiner Gesamtheit, so findet sich ein Gefüge unzähliger Galaxien aus jeweils einigen hundert Millionen Sternensystemen. Einer dieser Sternenhaufen ist die Milchstraße. Sie ist um ein dichtes, zentrales Gewebe herum angeordnet, aus dem geschwungene Fortsätze von etwa 50.000 Lichtjahren Länge herausragen. Am inneren Rand eines davon, Licht gelangt von der Mitte dorthin in etwa 25.000 Jahren, liegt ein System mit einem gelben Fixstern mittlerer Größe als Kern. Um ihn bewegen sich auf elliptischen Bahnen neun kleinere Himmelskörper. Einer von ihnen ist der Planet Erde, der sich vor etwa 5 Milliarden Jahren bildete. Kapitel 1 Hinein Heute jedoch verbarg sich fast der gesamte Planet hinter dunkelgrauen, undurchsichtigen Wolkenmassen. Kaum etwas des tiefen Azurblaus einer Ozeane war zu erkennen, kaum etwas der unzähligen Grüntöne der großen Wälder, kaum etwas des hellen Ockers der Wüsten. Nur schemenhaft ließ sich ausmachen, wie unten die dunklen Wolken mächtiger Sturmtiefs aus mehreren Richtungen zu immer neuen Schlachten aufeinanderprallten. Immer wieder zuckten Blitze, erhellten zunächst kurz einige obere Atmosphärenschichten, um dann auch schon wie scharf gezackte, gleißend helle Lanzen hinunterzustoßen. Ihr Weg hinab führte sie durch brodelndes Gemisch aus eisigem Regen, Sturm, Finsternis und kracherndem Donner. Hier, auf der sich jetzt gerade der Sonne abwendenden Seite der nördlichen Hemisphäre der Erde, lag am Grund des wirbelnden Durcheinanders eine der großen Städte. Streng geometrische Formen aus Stahl, Beton und Glas trotzten den Elementen. Mitunter waren kleine gelbliche Lichtpunkte aus Fenstern im quadratischen Muster der Bauten zu erkennen. Sie wirkten wärmer im Vergleich zum gleißend-fahlen Aufscheinen der Blitze. Vereinzelt ließen sich auch bewegte Lichtquellen ausmachen. Verkehrsmittel aller Art schoben sich durch das gewaltige Unwetter eines Freitagabends des Novembers 2109. Eine lange, silbrige Transportgleitbahn schwebte auf ihrer exakt geraden Schiene durch eine schmale, tiefe Schlucht zwischen den Wolkenkratzerriesen. Die Gesichter der Fahrgäste, die aus den hell erleuchteten, großflächigen Panoramascheiben herausblickten, waren kaum freundlicher als das Wetter draußen. Im wohltemperierten, trockenen Inneren waren die Gedanken schon auf das Wochenende gerichtet. Es waren hauptsächlich Pendler, die jetzt auf dem Weg in den Feierabend waren. Die Arbeit war geschafft, die Blicke leer. Bis auf das leise, gedämpfte Brummen der Bahn war es fast still. Niemand sprach. Nur in einer Ecke zeigte ein holographischer 3D-Projektor halblaut die Nachrichten von der Erde und ihren nächsten Kolonialplaneten. Kleinere Aufstände, Unabhängigkeitsbestrebungen einzelner Planeten, einige Unfälle auf Raumrouten, Klatsch und Tratsch von Prominenten, Sport. Im unteren Bereich erschienen währenddessen in Ziffern die neuesten Steigerungen der Produktionszahlen des Konzerns. Kaum jemand von den Fahrgästen schien den Berichten zu folgen. Normales Tagesgeschehen. Nun zum Wetter. Die Abteilung Ozonschichtbetrieb warnt an den nächsten Tagen auf der Erde vor schwacher bis mäßiger UV-Strahlung bei Aufheiterungen. Es folgt die Vorhersage für das Wochenende. Ein sehr schlanker Junge von etwa 18 Jahren saß unweit des Gerätes. Sein leicht verfilztes, blondes Haar hing bis auf die ersten Anzeichen eines kommenden Bartwuchses herab. Er trug schmutzige, graue Arbeitskleidung und ein verdreckter, ehemals wohl dunkelblau gewesener Rucksack mit defektem Verschluss stand halb offen zu seinen Füßen. Seine Hände spielten an einigen herunterhängenden Fransen des Stoffs. Gedanken versunken sah er dabei in die Fensterscheibe, die sein Gesicht spiegelte. Einen Bruchteil eines Moments lang fiel sein Blick auf das Spiegelbild seiner eigenen Augen. Dann wandte er sich ab. Der 3D-Projektor an der Ecke brachte jetzt leise einen Werbespot. Ein kleines Kind lief über eine sonnenüberströmte Wiese und hielt Blumen in der Hand. Der Junge mit dem Rucksack holte seinen Kommunikator heraus und ging seine aktuellen Nachrichten durch. Unter der Überschrift Mahnung wies ihn die Universität darauf hin, dass seine Gebühren für das laufende Semester immer noch ausstünden. Maßnahmen zu seiner Exmatrikulation sollten getroffen werden, wenn der geforderte Betrag nicht binnen zwei Wochen einginge. Die Stirn des Jungen legte sich kurz in Falten. Weiterhin fand sich nur noch Reklame, die er ungelesen löschte. Kein Hinweis darauf, was ihn heute noch erwarten sollte. Er ließ den Kommunikator in die Beintasche seiner Arbeitshose gleiten und seufzte. Seine Augen wanderten wieder zur Scheibe und blickten hinaus in die Dunkelheit. Der Junge sah sich verstohlen um, ob jemand zu ihm schaute, hauchte gegen die Scheibe und dann zog die Fingerspitze seines Zeigefingers schnell ein Dreieck, einen Kreis darum und schließlich fügte er noch Strahlen außen darum hinzu. Nicht, dass der Junge etwas mit den Rebellen zu tun gehabt hätte, deren Zeichen dies war. Es war eher so etwas wie eine Mutprobe. Damals in der Schule war der Konzernbeauftragte wochenlang fast Amok gelaufen, als das Zeichen an einer der Wände der Jungen-Toilette eingeritzt gefunden worden war. Und das, obwohl niemand wusste, ob die Gerüchte stimmten und die Rebellen tatsächlich existierten. Triumphierend lehnte er sich zurück und blickte direkt in die Augen eines alten Mannes, er schräg voraus saß und sich umgedreht hatte. Der Magen des Jungen krampfte sich zusammen und sein Herz raste, als er schnell zu Boden blickte. Es blieb still in der Bahn. Eine Ewigkeit später wagte er seinen Blick ein wenig zu heben und sah, dass der Mitfahrende, dessen Haare bereits grau waren, nun wieder wegblickte. Er war sich nicht sicher, ob der Alte mitbekommen hatte, was er getan hatte. Jedenfalls gab es keinen Aufstand. Es schoss ihm kurz durch den Kopf, das Zeichen wegzuwischen. Doch eine überhastete Bewegung jetzt würde ihn noch viel mehr verraten. Es würde ohnehin gleich vergehen, wenn sein Hauch an der Scheibe nicht mehr zu sehen sein würde. Er war wie eingefroren, nur sein Herz schlug bis zum Hals, während er wartete. Aus den Augenwinkeln beobachtete er das Zeichen an der Scheibe. Es verblasste durch die Klimaanlage im Wagen schnell. Schon bald war es nur noch ganz eben zu erkennen, nur wenn man es wusste. Er zählte die Stationen herunter. Die Bahn rauschte hier meistenteils einfach durch, wenn niemand ein- oder aussteigen wollte. Dann war es die nächste. Er bewegte seine Hand zum Sensor, um seinen Aussteigewunsch anzuzeigen. Sie zitterte. Er stand auf und ging zur Tür des Wagens. Seine Hände nestelten nervös am ausgefransten, verdreckten Trageriemen seines Rucksacks und hoben ihn dann rasch auf den Rücken. Er vermied es, sich nach dem alten Mann umzusehen. Ein fast völlig abgefedertes Ruckeln und die Bahn stand. Mit einem leisen Zischen fuhr die Kabinentür auf. Er trat mit einigen anderen in das hohe Bahnhofsgebäude aus Glas und Stahl. Aus den Augenwinkeln sah er, dass auch der Alte ausgestiegen war. Eine Tür weiter. Der Bahnsteig war gut mit Menschen gefüllt. Der Junge beschleunigte seinen Schritt. Der Alte hielt problemlos mit, schien sogar ein wenig näher zu kommen. Der Junge verlangsamte, wich zur Seite, um den Alten auf seinem Weg zum Ausgang vorbeizulassen. Doch auch dieser schien langsamer zu werden. Der Junge beschleunigte seine Schritte wieder, tauchte in einer Gruppe Menschen unter und ließ sich von ihnen auf die schmale Rolltreppe mittragen, so dass Abstand zwischen ihm und dem Alten kam und der direkte Blick behindert war. Mit der Rolltreppe unten angekommen, scherte der Junge sogleich links aus der Gruppe aus, trat um einen Mauervorsprung herum, lehnte sich dort in einer Nische an die Wand und ließ den Alten mit den weiteren Leuten passieren. Dies geschah ohne weitere Auffälligkeiten, und der Junge atmete langsam auf. Er blieb noch eine Weile so an die Wand gelehnt und sah dem Strom der Leute zu, die an ihm vorbeistrebten. Niemand blickte zurück und ihn an. Wenn er jetzt und hier tot umfiele, würde ihn wahrscheinlich erst das Putzpersonal wahrnehmen und wegräumen. Schließlich reihte er sich vorsichtig beobachtend wieder in die zum Ausgang strebenden ein, und der Alte war nirgends mehr zu sehen. So erreichte auch der Junge die hohe gläserne Vorhalle, in der es nach Sommerwiese roch und künstliche Vogelstimmen zwitscherten. Er trottete langsam hindurch und verließ sie durch die große Automatiktüren. Aaron, so hieß er, war augenblicklich nass bis auf die Knochen. Seine zerschlissene Kleidung war nicht wasserabweisend wie die der übrigen Passanten. Mühsam trieb er sich gegen Regen und Sturm an. Es triefte nur so aus seinen Haaren, auch in seinen Kragen hinein. Er fröstelte, als das kalte Wasser über seinen Nacken seinen Rücken erreichte. Die Hände tief in den Taschen vergraben und den Kopf zwischen die Schultern gezogen, bewegte er sich durch die Straßen, bis er im Schein einer flackernden Straßenlaterne jenes ihm wohlbekannte schwarze Skelett eines Baumes erreichte, an dem jetzt das Wasser herablief und dessen beiden letzten abgestorbene Äste sich im stürmischen Wind neigten. Ein weiterer der Astarme war heute auf den Gehweg gefallen. Aaron stieg darüber hinweg und steuerte das schützende Vordach des ihm nicht weniger bekannten Wohnblocks dahinter an und legte seine Hand in das Abtastgerät neben der Tür. »Grund der Verspätung?«, begrüßte ihn die quäkende Stimme des veralteten elektronischen Hausmeisters prüfend. »Überstunden«, murmelte Aaron. Die Tür öffnete sich, um ihn einzulassen. Er betrat den Fahrstuhl und dieser fuhr ihn in das 27. Stockwerk. Auf einem blendend neuen Werbebildschirm, der in der verwahrlosten Fahrstuhlkabine angebracht worden war, versprach eine blonde Frau mit tadellosem Lächeln 13 Prozent Steigerung der persönlichen Produktivität eines jeden durch das neue Oxytocin. Als er zur Wohnungstür herein war, klang ihm die Stimme seiner Mutter aus der Küche entgegen. »Aaron!«, sie kam zur Küchentür und hatte das Baby auf dem einen Arm und einen altmodischen Holzlöffel in der anderen Hand, umarmte ihn aber trotzdem irgendwie. »Essen ist gleich fertig«, sagte sie sanft und es roch lecker. Er öffnete seine nasse Jacke und nahm ihr das Baby ab. Auf dem Weg zum Schlafzimmer mit der Wiege kam er am Wohnzimmer vorbei, aus dem der süßliche Gestank von Alkohol drang. Kurz grüßte er hinein, doch sein Stiefvater lag nur auf der Couch und antwortete nicht. Im Schlafzimmer angekommen, legte er seine kleine Schwester vorsichtig in die Wiege und deckte sie zu. Dann begab er sich in sein eigenes Zimmer, zog die Tür hinter sich zu und warf seinen Rucksack in Richtung des Dunkels, wo er seinen Schreibtisch vermutete. Mit dem Rücken, innen, an seine Zimmertür gelehnt, schloss er seine Augen und ließ sich an der glatten Oberfläche heruntergleiten. Er atmete tief aus. Leise war das Aufprasseln des Regens an der Fensterscheibe zu hören. Eine Ewigkeit später öffnete er die Augen wieder und blickte zum Fenster hin. Das Wasser rann im Halbdunkel daran in dunklen, breiten Strömen herab. Plötzlich durchzuckte es ihn und er stürzte in Richtung Schreibtisch. Seine Hände fanden im Dunkeln umhertastend die nassen Gardinen, suchten die Arbeitslampe und schalteten sie ein. In ihrem Schein rettete er mit einem ärgerlich fluchenden Gemurmel einen Stapel Papiere, die dort im Wasser schwammen. Vorsichtig nahm er sie einzeln hoch, ließ sie kurz abtropfen und legte sie zum Trocknen auf eine alte Couch, die im Zimmer stand. Zum Glück schien kaum Schaden entstanden zu sein. Eines der Papiere trug die Überschrift »Präzisionserhöhende Modifikationen« des Lubaschenko-Fonten-Formelsatzes zur Berechnung der Bahnelliptik kleinerer bis mittlerer Himmelskörper von Aaron Steinheim. Auch die großen, gefalteten Himmelskartenblätter waren zum Glück noch gut zu erkennen. Gerade als er damit fertig war, erschallte der eher ungewohnte Klang eines Türsommers durch die Wohnung. Sie bekamen nicht oft Besuch. Aaron öffnete seine Zimmertür einen Spalt breit, sodass er hinauslauschen konnte. Ein Spalt Licht fiel hinein. Dann begann er, seine übrigen nassen, kalten Sachen auszuziehen und sie zum Trocknen zu verteilen. Männerstimmen waren plötzlich von draußen zu hören. Dazwischen die Stimme seiner Mutter. Sie wurde lauter, aufgeregter. Aaron, nur noch in seiner Unterhose, blieb stehen und horchte. Sein Name fiel. Er lugte vorsichtig durch den Spalt seiner Zimmertür heraus und sah die zwei dunkeluniformierten sofort. Sicherheitsdienst des Konzerns. Er wich zurück, bis er in seinem Rücken die Türen seines Kleiderschrankes fühlte. Am liebsten hätte er sich darin versteckt. Seine Hand fühlte immer noch unschlüssig herum, als sie ohne Klopfen seine Zimmertür aufrissen und Licht aus dem Flur hereinfiel. Nur Sekundenbruchteile später gingen ihre starken Stablampen an und wurden auf ihn gerichtet. Geblendet stand er fast nackt, plötzlich in gleißendem Licht. »Guten Abend, sind Sie Aaron Steinheim?« fragte der Kleinere der beiden, knapp, aber angesichts der Situation geradezu überraschend freundlich. Durch Aufklappen ihrer Dienstmarken wiesen sie sich aus. Aaron zog mit den Zehen schnell einem Pullover zu sich, der zu seinen Füßen lag, und schluckte. Im Schein des Gegenlichts aus dem Flur konnte er gerade noch die glänzenden metallischen Sterne auf ihren Schultern erkennen. Dritte Stufe, keine alltäglichen Dienstgrade. Sein Mund war wie verschlossen. Die Deckenlampe ging an, sie mussten den Schalter neben der Tür gefunden haben. Die Stablampen wurden ausgeschaltet und im nächsten Moment wurde er von dem grobschlechtigeren, bisher stummen, gepackt und festgehalten. Noch in der gleichen Bewegung wurde sein Unterarm freigelegt und ein kleiner, rechteckiger Apparat an einem Griff darauf gedrückt. Es zwickte kurz, dann piepste es, der Riese sah auf die Anzeige des Apparates, nickte seinem Kollegen knapp zu, ließ den Arm wieder los und steckte das Gerät ein. Hinter den breiten Schultern der Männer konnte er seine Mutter ausmachen. Sie deutete mit dem Kopf in Richtung der Eindringlinge und ihre Augen blickten ihn fragend an, sodass die Besucher es nicht mitbekommen sollten. Er zuckte als Antwort an sie kurz und fast unmerklich mit den Schultern. Die beiden wandten sich wieder ihm zu. Anziehen, mitkommen, befahl der Riese, es ist von äußerster Wichtigkeit. Wir haben den Auftrag, sie zu begleiten, alles weitere werden sie später erfahren, führte der etwas kleinere Dienstbeflissen aus. Mit zitternden Händen versuchte Aaron, seinen klemmenden Kleiderschrank zu öffnen, um weitere Sachen zum Anziehen herauszunehmen. Doch das aufblitzende Chrom von Hochenergiewaffen bedeutete ihm, dass dies nicht erwünscht war. So konnte er nur einige weitere Sachen von seinem Fußboden auflesen und schnell überstreifen. Die Hose war immer noch nass, als er sie hastig hochzog. Seine Mutter verlangte nervös zu hören, was ihm zur Last gelegt werde, wurde aber nur in den Flur abgedrängt. In Aarons Kopf arbeitete es fieberhaft, hatte doch jemand mitbekommen, was er auf die beschlagene Scheibe gemalt hatte. Warum sagten sie es dann nicht? Der Alte vom Bahnsteig war jedenfalls nicht bei ihnen. Aaron hatte neben seinem Studium noch seinen Job beim Konzern. Doch er hatte sich nichts zu Schulden kommen lassen, er hatte nichts mitgehen lassen. Viele taten das. Er nicht. Die abendlichen Besucher blickten unergründlich, ihr Ton duldete keinem Widerspruch und veranlasste Aaron, sich zu beeilen. Sie gaben ihm kurz Zeit und nahmen ihn dann in ihrer Mitte, der eine vor, der andere hinter ihm, seine Mutter einfach zur Seite schiebend. Im Gehen warf er noch einen letzten Blick zu seinem Bett, mit den trocknenden Manuskriptseiten darauf. Als er zum Lift geführt wurde, konnte Aaron die Blicke der Nachbarn durch die Türkameras gerade zu fühlen. In der Kabine selbst hatte noch ein weiterer Sicherheitsdienstler gewartet. Aaron hatte zunächst gedacht, dass dieser für die anderen nur die Lifttür blockiert hatte, doch seinen Abzeichen nach hatte er noch einen zwei Sterne höheren Dienstgrad als sie und führte mit Sicherheit keine Handlanger-Jobs durch. Niemand, den man normalerweise auf der Straße sah. Stumm und konsequent drängten die Sicherheitsleute den Jungen zu ihm herein und setzten dann den Lift in Bewegung. Mit unbeweglichem Gesichtsausdruck standen die Männer an die Innenwand der Kabine gelehnt. Ihre wuchtigen Oberkörper hoben und senkten sich im Takt ihres Atems unter ihren Uniformen, und eine Narbe im Mundwinkel des Grobschlechtigen zuckte bei der Andeutung eines Grinsens, als auf dem Bildschirm die Werbebotschaft wieder anlief. Der Kleinere grinste für den Bruchteil einer Sekunde zurück. Im Flur des Erdgeschosses angekommen, heulte das Unwetter draußen immer noch bedrohlich. Der leitende Sicherheitsdienstler legte seine Hand kurz in das Abtastgerät und die Elektronik öffnete ohne Fragen die Haustür. Dann ging es im Laufschritt durch den Regen zu einem dunklen, sehr luxuriösen Straßengleiter mit undurchsichtigen schwarzen Scheiben. Es prasselte laut aufs Dach, als sie hinten einstiegen und auf dem breiten Sitzen nebeneinander Platz nahmen. Ein Fahrer hatte auf sie gewartet. Es roch nach dem Leder der Sitze. Nervös wichen Aarons Blicke denen seiner ihm gegenüber sitzenden, brutal wirkenden Begleiter aus. Der Junge hatte sich ein wenig beruhigt und sah hinaus, obwohl draußen kaum etwas zu erkennen war. Immerhin kein vergitterter Gefangenentransporter. Aus den Augenwinkeln versuchte er die Männer neben sich jedoch zu mustern. Sie wirkten sehr beherrscht nach alledem, was man sich sonst über den Sicherheitsdienst erzählte. Vielleicht lag es an ihren Dienstgraden. Vielleicht hielten sie sich heute zurück. Kalter Schweiß machte sich auf dem Rücken des Jungen bemerkbar, als er versuchte, sich vorzustellen, was ihm bevorstand. Manche kamen nie zurück. Und jene, die zurückkamen, waren oft nicht mehr dieselben. Der Regen trommelte weiterhin in immer neuen Schüben auf das Dach, sodass an ein Gespräch ohnehin nicht zu denken war. Und der Fahrer Mühe hatte, den großen Gleiter bei diesem Sturm in seiner Spur zu halten. Immer wieder ruckelte es heftig. Es gab kaum sonstigen Verkehr. Aaron versuchte, sich zu orientieren und sich den Weg einzuprägen. Man brachte ihn nicht zu seiner Arbeit bei einer Kaufstelle des Konzerns am Stadtrand, so viel merkte er bald. Es ging stadteinwärts. Schließlich erreichten sie die hohen Gebäude der Universität, an der er studierte, wenn er nicht arbeitete, wie er es heute getan hatte. Sie bogen in eine seitliche Zufahrt ein, deren stählerne Tore sich für sie automatisch öffneten, und es ging in eine Tiefgarage, die direkt unter dem Hauptgebäude lag. Hier verließ man mit ihm den Gleiter, und es ging zu Fuß weiter durch einen langen, niedrigen Gang, der von einigen alten Leuchtstoffröhren schwach erhellt wurde. Bewaffnete Soldaten, die sich hier unten aufhielten, machten Platz, wenn das vierer Gespann sie schnellen Schrittes passierte. Auch hier waren es nur hohe Ränge des Sicherheitsdienstes, wie man an den Abzeichen auf ihren Uniformen erkennen konnte. In einer Art Schleuse hielten sie kurz an. Eine Tür hinter ihnen schloss sich, und die Männer blickten wie auf Kommando zur niedrigen Decke des kleinen Raums. Dann sprang ein Summer an, und die innere Tür gab den weiteren Weg frei. Ein Mann mit grauem Kittel stand an einem Bedienpult und nickte Aarons Bewachern kurz zu. Hier erhellten die üblichen Leuchtwände die Räume, waren jedoch gedimmt. Immer wieder traten sie durch Schwingtüren, die sich automatisch vor ihnen öffneten. Dieser unterirdische Teil des Gebäudes war stark abgeschottet und schien nicht für die Öffentlichkeit oder Studenten gedacht zu sein. Angespannt blickte Aaron sich immer wieder um. Immer weniger Leute. Bald würde er mit seinem Begleitern alleine sein. War der Flur dunkler und eng gewesen, empfing ihn der große Hörsaal, in dem man ihn jetzt brachte mit hellem Licht und vielen Anwesenden. Sie saßen und standen in kleinen Gruppen an den Tischreihen, die in einer großen Halbkreisform steil aufstiegen. Viele unterhielten sich angeregt. Aaron wurde unten in die Mitte geführt und blickte unsicher die Reihen hinauf. Die Gespräche wurden merklich leiser. Stumm tropfte er aus seiner immer noch nassen Kleidung auf den Fußboden. Eine junge Bedienstete brachte ihm ein Handtuch herbei, mit dem er seine Haare abtrocknete und auch seine Kleidung abrieb. Wie Studenten sahen die meisten nicht aus. Sie waren älter. Und sie kamen ihm bekannt vor. Als er sich etwas beruhigt hatte, erkannte er einzelne Gesichter wieder, Personen seiner Fakultät, Thornton, Dagnall, McCuller, die Lehrstühle des Instituts für Astromechanik fast komplett. Andere kannte er von Abbildungen, die er bei ihren Veröffentlichungen gesehen hatte. Svensson, Leonard, sogar Stapleman, der Entdecker der nach ihm benannten Konstante. Alles, was in Aarons Studienfach der angewandten Astrophysik Rang und Namen hatte, war heute Abend hier. Immer wieder fiel ein Blick herunter zu dem Jungen. Hier ein aufmunterndes Lächeln, dort ein kritischer Blick einer jahrzehntelangen wissenschaftlichen Karriere. Sein Herz schlug wieder hektischer. Seine bisherigen Begleiter vom Sicherheitsdienst bedeuteten ihm wortlos, hier stehen zu bleiben, übergaben ihn den Blicken aller und verließen den Saal. Es erinnerte an ein Gericht. Doch er hatte sich auch an seiner Universität nichts zu Schulden kommen lassen, dessen er nun hätte angeklagt werden können. Außer vielleicht die Sache mit den Gebühren, die ihm jetzt wieder einfiel. Er musste fast lächeln bei der Vorstellung, dass dermaßen bedeutende Forscher sich mit einer solchen Formalität befassen würden. Deshalb war er mit Sicherheit nicht hierher gebracht worden. Kurz darauf erwachte die dunkle Wandfläche hinter dem Dozententisch als Videowand zum Leben. Riesengroß, aber tonlos erschien darauf etwas, was wohl die Übertragung einer Sitzung des Regierungskabinetts war. Von Zeit zu Zeit wanderte die Kamera von einem Gesicht zum anderen. Der Präsident, die Minister und auch John Crone nickten kurz und wortlos von der Leinwand herab. Aaron erkannte den in einem schwarzen Rollkragenpullover gekleideten, leicht untersetzten älteren Mann mit dem stets gebräunten kantigen Gesicht und den kurzgeschorenen grauen Haaren und ebenso kurzem Bart sofort. Crone war der Präsident des Konzerns, jener Institution, die als Zusammenschluss aus den letzten großen Firmen und diversen staatlichen Einrichtungen hervorgegangen war. Jedes Kind lernte die Geschichte und den Namen in der Schule. Das allgemeine Gemurmel brach sofort bei Beginn der Videoübertragung ab. Die Sicherheitsdienstleute, die anscheinend als Leibwächter bei verschiedenen Personen gestanden hatten, gingen zu den Türen hinaus und schlossen sie hinter sich. Es wurde still im Saal. Ein grauhaariger älterer Mann mit langem Vollbart und in einem Kittel gekleidet, stand unterdessen von seinem Tisch in der ersten Sitzreihe auf und trat an das Dozentenpult. Professor Dr. Wladimir Lubaschenkov, um den es sich handelte, war der Dekan an Aarons Fakultät, doch hatte der Junge bisher nie direkt mit ihm zu tun gehabt. Am Eingang des Fakultätsgebäudes hing aber ein großes Porträt des für seine Forschungen in Astromechanik bekannten Wissenschaftlers. »Sie sind also«, blickte Lubaschenkov kurz in die Notizen vor ihm, »Aaron Steinheim?« Aaron brachte mit Mühe ein »Ja« hervor, während ihm ein altmodisches Mikrofon auf einem Ständer gebracht wurde. »Guten Abend, Aaron. Entschuldigen Sie zunächst bitte die Art und Weise, wie wir Sie hierher gebracht haben. Im Weiteren werden Sie erkennen, dass unsere Absichten redlich und einzig wissenschaftlicher Natur sind«, er räusperte sich. »Nun denn, lassen Sie uns ganz am Anfang beginnen. Wie ich aus meinen Unterlagen ersehe, sind Ihre Studienleistungen sehr gut. Ihnen wird Kreativität und eine überdurchschnittliche Intelligenz bescheinigt. Auch das passt also ins Bild.« Er nickte dazu den anwesenden Wissenschaftlern kurz und vielsagend zu. »Familienname laut Gentest Steinheim. Eltern verstorben, aufgewachsen bei Rita Mayers. Sie studieren«, er blickte wieder in seine Notizen, »hier bei uns.« Aaron wurde ein prüfender, aber doch freundlicher Blick über die Brille zugeworfen, und er bestätigte die Angaben mit einem kurzen Nicken. »Gut, beginnen wir also gleich am Anfang. Sie stehen zwar noch am Beginn Ihres Studiums, aber dürften naturwissenschaftlich aus der Schule ja zumindest einige, ich sage einmal, Grundkenntnisse besitzen. Ist das richtig?« »Ja, ich glaube ja«, brachte Aaron unsicher hervor. Da er zu weit vom Mikrofon entfernt stand, wurde kaum etwas übertragen. Er griff danach, stellte es mit einem über alle Lautsprecher verstärkten Klappern höher und wiederholte seine Antwort. Er hörte den Hall seiner eigenen Stimme im großen Vorlesungssaal nachklingen. »Dann dürften Sie auch etwas zu den Theorien über Materie wissen, Elektronen, die um Atomkerne kreisen«, beschrieb der Zeigefinger Lubaschenkows eine runde Bewegung. Aaron nickte hastig. Eine an sich lächerliche Frage. »Sie wissen natürlich auch, dass Planeten um Sonnen kreisen?« Aaron nickte erneut. Er dachte an das wohl noch immer auf seinem Bett trocknende Manuskript, verkniff sich jedoch jegliche Bemerkung. Der Wissenschaftler gab kurz ein Handzeichen die Reihen hinauf und mehrere große 3D-Projektoren wurden in Betrieb genommen. Unter leisem, stetigem Brummen ließen sie eine äußerst detailreiche Abbildung der Milchstraße unter der kuppelförmigen Saaldecke erscheinen. Währenddessen wurde das normale Licht im Raum langsam heruntergefahren. Ein Band funkelnder Sterne zog sich nun durch den Raum und erleuchtete ihn mit stiller Pracht. Die Projektion zoomte auf das Sonnensystem der Erde ein, zeigte im Zeitraffer die dem Jungen wohl vertrauten elliptischen Bahnen der Planeten. Aaron war nicht klar, worauf der Alte hinaus wollte. Dieses Fragespiel erschien kindisch, insbesondere angesichts des Ranges der versammelten Forscher. Sehen Sie, Aaron, die meisten der heute Anwesenden und auch ich haben Jahre damit zugebracht und entscheidende Parallelen gefunden. Die Projektion schaltete unvermittelt um und zeigte nun nacheinander verschiedene Atome mit jeweils größerer Anzahl an kreisenden Elektronen. Immer schneller erschienen neue Atome. Immer komplexere Anordnungen formierten sich. Schließlich schaltete die Projektion wieder zurück zu Planeten auf ihren Bahnen. Auch hier wurden jetzt immer umfassendere Systeme abgebildet. Lubaschenko fuhr fort. Das führte uns sehr bald zu einer weiteren Frage, nämlich ob es vielleicht auch eine Art Lebewesen ist, das aus diesen großen Atomen besteht, die für uns als große Planetensysteme erscheinen. Aaron schwieg, schon um seine Verwirrung zu verbergen. Theorien sind aufgestellt worden, Experimente wurden durchgeführt. Die Hinweise häuften sich, dass das Universum in der Tat im Ganzen eine Lebensform ist. Ein Lebewesen von unvorstellbarer Größe, sagenhaftem Alter, einem Bewusstsein und damit einem für unsere Verhältnisse wahrscheinlich unermesslichem Wissen. Sie können mir folgen? Lubaschenkov war aufgestanden und begleitete seine Ausführung, indem er auf das Dargestellte wies. Ja, diesmal klappte es schon ganz gut mit dem Mikrofon. Um Letzteres geht es uns hauptsächlich. Wissen, Anfang und Ende, Sinn. Da wir von einem sehr ausgeprägten Bewusstsein des Wesens ausgehen müssen, bezeichnen wir es als Alpha-Bewusstsein oder kürzer einfach als Alpha. Er legte eine kurze andächtige Pause ein. Und schließlich ist es uns gelungen. Kommunikation. Wir haben es geschafft, herauszufinden, wo das Nervensystem des Alphas liegt und dort Satelliten installiert, die mittels eines entsprechenden Laserstrahls extrem hoher Energie steuerbare Reize erzeugen. Es ist, als würde in ihrem Auge jemand mit einer winzigen Taschenlampe Morsezeichen geben. Nur, dass wir tiefer sitzen in seinem Hirn. Dort geben wir unsere Signale. Als Gedanken. Aarons Augen hatten sich langsam an die schwachen Lichtverhältnisse gewöhnt und er konnte die Silhouetten der Versammelten wiedererkennen. Lubaschenkows Blick schien fest auf die Projektion gerichtet. Als wir das erste Mal auf Sendung gingen, war klar, dass dieser Kontakt unabsehbare Folgen haben könnte. Schlichtes Nichtverstehen schien uns dabei noch am harmlosesten zu sein. Auch Abneigung oder gar eine Art psychische Überforderung unseres Kommunikationspartners haben wir in Betracht gezogen. Doch unsere Sorgen stellten sich als unbegründet heraus. Wir wurden offensichtlich verstanden. Ferner sind wir durch entsprechende Teleskope nun in der Lage, Reize direkt zu empfangen. Gerade diese Teleskope waren sehr teuer. Es wurde damals offiziell berichtet, wir lauschten nach Botschaften von Außerirdischen. Sie werden ja davon gehört haben. Wie dem auch sei, wurde Lubaschenkows Stimme wieder sachlicher. Wir haben es geschafft. Ein direkter Dialog mit dem Alpha ist möglich. Die Projektion zeigte nach erneutem Umschalten wieder die Milchstraße. Die Ausmaße des dargestellten Bereichs vergrößerten sich, bis schließlich so etwas wie eine menschliche Figur als blauer, durchsichtiger Schimmer zu erkennen war. Zunächst eine Art Baby wuchs und dehnte es sich im Zeitalter und entwickelte sich. Ein dünner, lasergleicher grüner Lichtstrahl markierte nun ein von der Erde abgesendetes Signal in die Weiten des interstellaren Raumes. Er endete im Kopf des großen Wesens. Ein kurzes helles Aufflackern und er erlosch. Sie können mir folgen, fragte Lubaschenkow. Aaron schluckte. Ja, aber... Der alte Wissenschaftler blickte ihn aufmerksam an. Doch Aaron wusste nicht genau, wie er die Frage formulieren sollte, die ihm auf den Lippen lag. Lubaschenkow hob leicht die Hände. Sie hatten bis jetzt noch keine Gelegenheit, davon zu erfahren. Unsere Forschungen sind geheime Verschlusssache. Und wir möchten darum bitten, dass dies auch so bleibt. Wir sind die führende Nation bei diesem Projekt. Und die Regierung möchte aus verschiedenen Gründen nicht, dass darüber etwas bekannt wird. Noch nicht. Aaron trat von einem Bein aufs andere. Und Lubaschenkow schien trotz des Halbdunkels zu erraten, was der Junge sich fragte. Ich sprach von einem Dialog. Aber scheinbar ist das Alpha dabei wählerisch. Es möchte einen bestimmten Partner. Es spricht nicht zu jedem. Es will eine bestimmte Hirnstruktur, bestimmte Denkmuster, ein ganz bestimmtes Denken. Ihres. Daher sind sie heute Abend hier. Wie Sie sich vorstellen können, hat es uns viel Mühe gekostet, sie aufzuspüren. Wir mussten die Gehirne von Millionen von Menschen scannen. Auf Bahnhöfen, Plätzen, Straßen, Entzügen, auf Raumhäfen. Überall. Es ist ihre besondere Hirnstruktur, nach der wir die ganze Zeit gesucht haben. Nun haben wir sie entdeckt. Wir könnten nun endlich mit ihnen arbeiten, falls sie ihre Einver... Eine rasche, ruckartige Bewegung, Krones, auf der Videoleinwand unterbrach ihn. Und er korrigierte sich hastig. Wir können sich auf ihre Hilfe zählen, junger Freund. Nicht wahr? Das Licht wurde wieder angeschaltet und das leise Summen der Projektoren verstummte. Die Blicke aller richteten sich auf den Gefragten. Aaron Spieg blickte kurz suchend umher. Sehr gut. Sie werden ihrem Land einen unschätzbaren Dienst erweisen. Applaus erklang im Saal. Auch allgemeine Zustimmung und der Applaus der Abgebildeten auf der Videoleinwand waren zu erkennen. Anscheinend wurde von hier dorthin übertragen, wie Aaron jetzt begriff. Lubaschenkov trat vom Dozentenpult zu Aaron und schüttelte ihm die Hand. Wobei er ihm die andere Hand auf die Schulter legte und im allgemeinen Applaus untergehend bemerkte, »Keine Angst, es ist absolut schmerz- und gefahrlos. Wir haben ein Labor eingerichtet, das direkt mit unseren Sende- und Empfangseinrichtungen verbunden ist. Sie werden nur an ein spezielles Gerät angeschlossen, das ihre Hirnströme überträgt.« Als Aaron daraufhin nickte, schwoll der Applaus wiederum an. »Ihr Hirn ist dann auch gewissermaßen der Dekodierer, der die empfangenen Daten entziffert«, fuhr Lubaschenkov fort und trat danach wieder hinüber zum Dozentenpult. Dann ging es weiter. Technische Einzelheiten, Formalien. Er würde für die Zeit des Projekts direkt in einen Teil des Labors einziehen. Helfer würden dringend benötigte, persönliche Sachen von seiner Mutter abholen. Von nun an würde er direkt unter der Betreuung des Teams stehen. Ausflüge in die Außenwelt waren fürs Erste untersagt. Jeder mögliche Unfall sei eine Katastrophe. Aaron tat so, als ob er dies glaubte, ahnte jedoch, dass dieses Ausgangsverbot seine Begründung eher in der Geheimhaltung hatte. Es sollte keine Zeit verloren, die entscheidende Phase des Projektes möglichst bald gestartet werden. Alles schien bedacht. Schon nach weiterer kurzer Besprechung zeigte man Aaron seine zukünftigen Wohnräume und überließ ihn fürs Erste sich selbst. Er versuchte, sich erst einmal zurechtzufinden. Ungläubig schaute er in seinen großzügigen Räumlichkeiten umher. Sie übertraf in ihrem Luxus alle Wohnungen beträchtlich, die er bisher betreten hatte. Eine Kommunikationseinrichtung jedoch fand er nicht, und sein eigener Kommunikator musste bei dem überstürzten Aufbruch zu Hause liegen geblieben sein. Zögernd legte er seine immer noch feuchten Sachen ab und einen Bademantel an, den er im großen Badezimmer vorfand. Immer noch konnte er kaum glauben, dass das alles wirklich passierte. Dennoch kamen ihm die Gedanken hier seltsam vertraut vor, so als hätte er sie schon einmal gedacht und nur vergessen. Den Abend verbrachte er hauptsächlich damit, verschiedene wunderbare Speisen zu probieren, die er im Vorratsschrank der großen Küche fand. Er riss den jeweiligen Beutel auf und musste sie nur dem Sauerstoff aussetzen, um sie zu erwärmen. Er schmeckte zwar nicht wie zu Hause, doch er bereitete in dieser Art ein Gericht nach dem anderen, um es zu kosten. Er fragte sich, wie es seiner Mutter und Emily wohl gehen mochte. Nicht nur das Essen war zu Hause manchmal knapp gewesen, doch irgendwie hatte es letztlich immer gereicht. Einige Zeit später war er dem Platzen nahe und konnte sich nur noch aufs breite, weiß bezogene Bett rollen. Müde aktivierte er den Netzzugang, der ebenfalls mit einem 3D-Projektor betrieben wurde. Um das Bild herum lag hier jedoch ein Kraftfeld, das jegliche direkte Eingaben verhinderte, sodass man nur zusehen konnte, anstatt zu interagieren. Doch da er sich wegen seines vollen Magens kaum rühren konnte, gab er sich einfach damit zufrieden und schlief bald ein. Die Nacht war unruhig und seine Träume verschwommen. Der nächste Morgen brachte zunächst einmal eine reichhaltig gedeckte Frühstückstafel in einem kleinen Sitzungsraum, der auch im abgeschirmten Trakt lag. Aaron schlang schnell einige Bissen herunter, obwohl er kaum Hunger hatte. Nach und nach fanden sich einige der Wissenschaftler wieder ein. Der Junge wurde körperlich auf jede erdenkliche Weise durchgecheckt. Ein ganzer Haufen Mediziner machte verschiedene Scans, nahm Blutproben, horchte sein Herz ab und ließ ihn mit angeklebten Elektroden bei sportlichen Übungen spitzen. Schließlich befand man ihn für gesund, wenn auch leicht untertrainiert. Mehr Zeit sollte die geistige Vorbereitung einnehmen. Tage und Wochen gingen dahin. Gewöhnlich kam Lubaschenkov für ein bis zwei Stunden pro Tag in Aarons Wohnräume und besprach sich mit ihm, während der Junge auf dem Sofa lag. Merkwürdige Fragen zu seinem bisherigen Leben, merkwürdige Fragen zu seiner aktuellen Situation. Niemand hatte ihn bisher jemals so detailliert darüber ausgefragt. Niemand hatte aber bisher auch so viele Details aus seinem Leben schon gewusst, bevor Aaron sie erzählt hatte. Ansonsten hatte er kaum zu tun. Er lebte in einer riesigen Wohnung und konnte jederzeit essen, so viel er wollte. Die regelmäßigen Gespräche mit dem stets freundlichen Professor waren über lange Zeit hinweg alles. Über persönliche Dinge, über das Alpha, über alles Mögliche. Gelegentlich schwieg der Alte aber auch und schien nachzudenken, während seine Hand seinen Bart bearbeitete. Wenn Aaron hier jemandem vertrauen konnte, so war es der alte Mann. Fragte er ihn jedoch, wann er seine Mutter und Familie wiedersehen würde, wurde dieser einsäbig und vertröstete auf später. Daneben erfolgten immer wieder Scans seines Hirns. Manchmal durfte er auch an vorbereitenden Sitzungen des Teams teilnehmen, die sich aber zumeist in langweiligen technischen Detailfragen ergingen, von denen er nur wenig verstand. Außerdem nutzte er reichlich, wenn auch immer unter Beobachtung und erst spätabends, die sportlichen Einrichtungen der Universität. Er hatte in seinem Leben nie vorher so etwas wie Urlaub gehabt. Und so genoss er die viele freie Zeit, so gut es ging. Kapitel 2 Hinüber Wochen später, endlich, er hatte sich mittlerweile schon an sein Leben hier gewöhnt, bekam er mit, dass die Vorbereitungen sich ihrem Ende näherten. Es wurde ernst. Auch Lubaschenkov erschien nun angespannter. An einem frühen Donnerstagmorgen wurde er schließlich von seinem Wohnbereich in den großen Konferenzraum gebracht. Er erkannte viele der Anwesenden von seinem ersten Abend hier wieder. Auch die Regierungsangehörigen und Crone wohnten dem Ganzen auf der Videowand erneut bei. Dieses war jetzt für Aaron jedoch normaler als beim ersten Mal. Lubaschenkov stellte eine Kaffeetasse ab, räusperte sich und erhob seine Stimme. Guten Morgen, Aaron. Heute ist ein ganz besonderer Tag für Sie, für uns und nicht zuletzt auch für die übrige Menschheit. Niemals ist es bisher gelungen, einen wirklichen Austausch zu erreichen mit dem Alpha, jener Wesenheit, jener Existenz, die nur als das Universum selbst bezeichnet werden kann. Lubaschenkows Blick fiel für einen Moment auf Crone und erfasste sich merklich kürzer. Dieser erste Kontakt soll, das wurde beschlossen, dazu dienen, einen ersten Eindruck über sein Wissen zu seiner eigenen Entstehung zu vermitteln. »Bringen Sie den Dialog daher auf dieses Thema und prägen Sie sich die erhaltenen Informationen gut ein.« Aaron schluckte, auch wenn der Auftrag schon lange so besprochen war. »Wir können dabei nicht direkt beobachten. Nur in Ihrem Kopf, mit Ihrer speziellen Hirnstruktur entstehen die Gedanken, die das Wesen mitteilen will.« Schluss, Lubaschenkov wieder vertraulicher. Aaron nickte schweigend. Er war fast begierig, nach der ausgedehnten Zeit der Vorbereitung nun endlich anzufangen, auch wenn er sich auf der anderen Seite noch nicht bereit fühlte. Doch konnte er für so etwas je bereit sein? Aktenordner und Datendisplays wurden zugeklappt, Stühle zurückgeschoben, man stand auf, um sich ins Labor zu begeben. In der Mitte des großen unterirdischen Raumes, der als Labor diente, befand sich der Kern des Experiments. Ein großer schwarzer Liegesessel, auf dem Aaron Platz nehmen würde. Von der Decke darüber hing an einem dicken Kabel eine Apparatur aus Kabeln, Metall und Elektronik herab. Auch die Wände waren über und über mit elektronischen Geräten bestückt, an denen Techniker jetzt noch letzte Vorbereitungen trafen. Scheinwerfer aus Decke und Boden erleuchteten die Konstruktion in der Raummitte und verliehen ihr etwas Geheimnisvolles. Aaron wurde an seinem Platz geführt, legte sich in den Sessel und machte es sich den Umständen entsprechend bequem. Seine Hände ruhten auf den Armlehnen und seine Finger berührten den glatten Kunststoffbezug. Der schwere Sessel passte sich mit kleinen, automatischen Korrekturen seiner Körperform an. Die Wissenschaftler standen in einigem Abstand im Kreis darum herum. Eine große, unten mit einer kreisrunden Aushöhlung versehene schwarze Apparatur wurde an dicken Kabeln hängend leise surrend zu ihm herabgefahren. Sein Kopf glitt in die untere Aussparung und Stützen legten sich sanft auf seine Schulter auf. Ein Techniker half Aaron beim Positionieren auf seinem Kopf. Es roch irgendwie technisch in der Apparatur. Nach und nach wurden die elektronischen Systeme zugeschaltet. Jedes Mal gab einer der an den Überwachungsgeräten an der Wand stehenden Techniker mit nach oben gereckten Daumen das Okay. Eine vor seinem Kopf angebrachte Sichtscheibe verdunkelte sich lautlos. Es wurde finster um Aaron herum. Schweiß bildete sich an seinen Händen. Die Tests dauerten noch eine Weile, doch dann war klar, dass alles ordnungsgemäß arbeitete. Alle Systeme klar, Technik startbereit, erklang es über einen Lautsprecher. Lubaschenkov kam heran und legte die Hand auf Aarons Schulter. Na dann, viel Glück. Die umstehenden Wissenschaftler klatschten und auch Aaron hörte den kurzen Applaus in seiner dunklen Abgeschiedenheit. Als dieser verklungen war, wurde es still. Seinen pochenden Herzschlag jedoch konnte er immer noch fast hören. Auf der Innenseite einer verdunkelten Scheibe vor ihm erschien in roten Buchstaben das Wort Start. Aaron schloss wie verabredet seine Augen. Man hatte ihm erklärt, wie seine Hirnwellen zunächst über das Kabel übertragen und in den elektronischen Apparaturen aufbereitet und verstärkt wurden. Wie das Signal dann über die große Antennenschüssel auf dem Dach der Universität zu einer erdnahen Relaisstation gelangte, wie es von dort aus per Teleportation zu einer Armee von laserbestückten Satelliten in den Tiefen des Alls gesendet wurde, deren Laserkanonen im genauen Takt dieser Hirnwellen gewaltige Energiemengen freisetzten. Doch all das nahm er in diesem Moment nicht wahr. Aaron spürte schon nach kurzer Zeit, dass es nicht mehr seine Augen waren, mit denen er von jetzt ansah. Er spürte, dass es nicht mehr seine Ohren waren, mit denen er von jetzt anhörte. Er spürte, dass es nicht mehr nur seine Gedanken waren, die er jetzt dachte. Er fühlte etwas Großes, was zweifellos noch außer ihm anwesend war. Er blickte sich um. Niemand. Nichts. Leere. Vor einem felsigen Sitz auf dem Gipfel eines Berges konnte er über eine weite, karge Ebene sehen. Die Landschaft war in dunkles Abendrot getaucht von einer Sonne, die gerade am Horizont unterging. Es war ganz klar die milde Wärme eines Sommerabends, aber eine Spur jener Klarheit, die den Herbst kennzeichnet, lag bereits in der Luft. Es ging kein Wind, keine Wolke war am Himmel, und von den ersten Sternen funkelte schon die Ewigkeit herab. Doch keines der ihm wohl vertrauten Sternbilder war erkennbar. Er lauschte. Stille. Ringsum. Seine Gedanken richteten sich langsam wieder auf das große Vorhaben. Ein unsicheres »Hallo« von ihm, halb gedacht, halb zum Laut geformt, verklang scheinbar ungehört. Doch dann empfing ihn ein warmes Gefühl von Willkommensein, als ob ihn jemand Vertrautes nach langer Abwesenheit begrüßte. Er drehte sich um, um einen außer ihm Anwesenden zu sehen. Doch die Stimme war nicht von außerhalb gekommen. Schnell begriff er. »Mein Name ist Aaron«, sagte er vorsichtig vor sich hin, um einfach irgendetwas zu sagen. Er war überrascht. Viele Male hatte er diesen Moment mit Lubaschenkov zusammen durchgespielt, hatten sie versucht, gemeinsam herauszufinden, wie es sein würde. Jetzt war alles anders. Das Gefühl des Willkommenseins verstärkte sich. Vor seinem inneren Auge entstand ein Bild, ähnlich dem, das er damals im Hörsaal als Projektion gesehen hatte. Ein Universum aus Sternenwolken mit den äußeren Umrissen einer menschlichen Gestalt. Diesmal erkannte Aaron jedoch klar seinen eigenen Körper und seine eigenen Gesichtszüge. »Ja«, entfuhr es Aaron. »Eine andere, winzig kleine Gestalt schwebte auf Aarons dargestellten Kopf zu.« Aaron überlegte. Er hatte das Gefühl, dass es eine Frage war. »Nein, ich glaube nicht. Bei uns haben wir sonst keinen Kontakt auf diese Art.« Keine Reaktion. Aaron dachte nach. »Na ja, es gibt schon Leute, die Stimmen hören und Erscheinungen haben und...« Aaron musste selbst stutzen. Es kam zu einem Stirnrunzeln. Das Bild der Gestalten verschwand und er schaute wieder über die weite Ebene. Das Licht war schwächer geworden, der Abend fortgeschritten. Er blickte den sitzenden Körper hinab. Trotz der Dämmerung und einer merkwürdigen, herabhängenden Bekleidung konnte er erkennen, dass dieser schwächlich war, krank. Nicht allzu alt, aber krank. Eine Ahnung von großen Schmerzen durchfuhr Aaron. Der Körper zitterte. Plötzlich brach alles ab und er fühlte die Anwesenheit nicht mehr. Stattdessen fühlte er wieder den Sessel unter sich und die Apparatur auf seinem Kopf. Aaron öffnete die Augen. Er sah zunächst nichts, bis sich die Apparatur von seinem Kopf hob. Dann jedoch empfing ihn das große Labor mit seiner kalten, gleißenden Beleuchtung und den äußerst neugierigen Minen der Wissenschaftler. Ärzte sprangen sogleich auf ihn zu, um zu sehen, ob er alles wohlbehalten überstanden hatte. Er hatte. Man brachte Aaron in den Konferenzraum, um sich Bericht erstatten zu lassen. Nur Krone per Monitor, Lubaschenkov und zwei Protokollanten, die neben der Aufzeichnung auch noch alles von Hand mitschrieben, waren dabei. Er erzählte von der Landschaft, die er gesehen hatte, von der freundlichen Art, mit der das Alpha-Wesen ihm begegnet war, und vieles weitere. Die Protokolle wurden festgehalten, doch was er wirklich gefühlt hatte, konnte er nicht in Worte fassen. Und Lubaschenkov schien es merkwürdigerweise heute auch nicht weiter zu interessieren. Ja, Aaron, kommen wir zum Thema. Entstehung. Erst jetzt fiel ihm wieder ein, was er hätte fragen sollen. Er versuchte zu erklären. Niemand schien ihn jedoch zu verstehen. Krones Miene verdunkelte sich. Schließlich beendete er offensichtlich die Verbindung von seiner Seite aus und der Monitor wurde schwarz. Lubaschenkov schien fast erfreut, dass es keine konkreten Ergebnisse gab. Nun gut, ich denke, wir sollten uns allen etwas... Ruhe gönnen. Die Aufzeichnungen sind geschrieben und wir haben noch genug für das nächste Mal vorzubereiten. Gute Nacht, Aaron. Ein freundliches Nicken wies den Weg zur Tür und den dahinterliegenden Wohnräumen des Jungen. Kommen Sie doch bitte morgen früh zuerst in mein Büro, schickte der Wissenschaftler noch schnell, aber mit einer merkwürdigen Eindringlichkeit nach und Aaron bejahte kurz im Gehen. Es war bereits Abend geworden. Erst als er alleine war, bemerkte Aaron, wie schnell die Zeit vergangen war. Er setzte sich auf sein Bett, doch heute ließ er den Netzzugang ausgeschaltet und blickte langsam umher. Die Oberflächen der Wände, die Ecken, dort, wo die Wände zusammenliefen, die wunderbaren Falten, die die achtlos übers Bett geworfene Zudecke bildete. Alles war neu, klarer. Gleich nach dem Aufstehen am nächsten Morgen begab sich Aaron wie erbeten in Lubaschenkows Büro. Der Professor war noch nicht da. Seine Sekretärin führte Aaron aber hinein und ließ ihn vor dem Schreibtisch auf einem Stuhl Platz nehmen. Dann war er allein im Büro des alten Wissenschaftlers. Es gab hier Tageslicht, das jetzt aber nur durch die noch geschlossenen Jalousien hereinfallen konnte und so ein Streifenmuster auf dem Fußboden zeichnete. Hohe Bücherregale, über und über vollgestopft mit Büchern und gehefteten vergebten Seiten waren zu erkennen. Auch der Schreibtisch lag voll mit Papieren und Ordnern, fast wie in einem Museum. Heutzutage arbeitete eigentlich niemand mehr so. Selbst die Luft wirkte staubig. Es roch alt. Natürlich hing an der Wand neben einigen Auszeichnungen und Urkunden und Bildern von verschiedenen Vorstandsmitgliedern des Konzerns auch das obligatorische Porträt von Krohn. Lubaschenkow betrat schließlich das Büro und Aaron stand auf, um ihm die Hand zu geben. Der alte Mann schüttelte sie und ergriff mit der anderen Hand freundschaftlich Aarons Arm. Gut, dass Sie kommen, wir haben miteinander zu reden. Der alte kontrollierte noch einmal, ob die Tür hinter ihm geschlossen war, drückte eine der Jalousien etwas auseinander, um hinaus zu sehen und begann mit gesenkter Stimme zu sprechen. Aaron, können Sie mir versprechen, dass dieses Gespräch unter uns bleibt? Der Junge nickte verwirrt. Gut, es geht um den Kontakt. Mit Freude habe ich gesehen, dass Sie derjenige sind, nachdem wir lange gesucht haben. Deshalb habe ich die Hoffnung, dass das Folgende bei Ihnen auf fruchtbaren Boden fällt. War einige Aufregung, bei dem sonst so sachlichen Wissenschaftler festzustellen. Aarons Blick senkte sich nachdenklich. Wachstum, mehr Expansion, mehr Produktion, mehr, 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 das ist alles, was diese Gruppe im Vorstand um jeden Preis will. Und das ist, wozu Sie das neue Wissen einsetzen wollen und werden, rang Lubaschenkow seine Hände. Der Widerstand, fing er laut an, um so gleich leiser noch einmal zu beginnen. Der Widerstand hatte große Verluste in letzter Zeit und ihre spezielle Hilfe wäre für uns natürlich von unschätzbarem Wert. Der Widerstand. Aaron musste an die Berichte über die Wachstumsfeinde denken, finstere, hinterhältig dreienblickende Saboteure und feige Mörder, die überall lauern konnten, Faulpelze, die sich in ihren Wohnungen versteckten, anstatt zu arbeiten. Und Lubaschenkow, offensichtlich. Einige von uns haben, ohne Wissen des Konzerns, noch eine zweite Apparatur zum Kontakt entwickelt. Sie ist jetzt endlich fertig und wesentlich kleiner, einfacher, transportabel. Dabei stand der Alte auf und begab sich zur gegenüberliegenden Seite seines Büros, wo er eine kunstvolle Tischdecke anhob, unter der eine große rote Kiste zum Vorschein kam. Diese Apparatur würde uns die Möglichkeit geben, abseits des offiziellen Kontaktes zu arbeiten und entscheidende Erkenntnisse für einen Kampf gegen die Macht Crowns zu sammeln. Auch dieses Gerät funktioniert natürlich nur im Zusammenhang mit Ihnen. Würden Sie uns helfen, könnten wir zunächst einmal technische Probleme der großen Apparatur vortäuschen, um Zeit zu gewinnen. Wann und wie wir dann zusammen weiterarbeiten, würde sich zeigen. Können wir auf Sie hoffen? Der Alte hatte betont ruhig gesprochen, doch die im Raum liegende Gespanntheit war geradezu greifbar. Aaron hob den Kopf. Ja, sagte er mit Bestimmtheit. Lubaschenkow war sichtlich erfreut und erleichtert. Er kam zu Aaron, gab ihm die Hand und klang wesentlich vertraulicher. Das ist gut. Wirklich gut. Ich sehe dich gleich im Labor. Wir gehen am besten getrennt hin. Der nächste Kontakt begann wie der erste. Wieder hatte Aaron auf dem bequemen Liegesessel Platz genommen und die Apparate für seinen Kopf waren heruntergefahren worden. Die Regierung und Crown waren heute nicht zugeschaltet. Aaron fragte sich, welcher der Anwesenden auf Lubaschenkows Seite stand und wer nicht. Auch diesmal verdunkelte es sich um Aaron herum und das Wort Start erschien auf dem Display. Doch weiter geschah nichts. Lange wartete Aaron auf eine Wahrnehmung, auf irgendetwas. Nichts. Das Universum schwieg. Minuten. Eine Stunde. Seine Arme und Beine begannen zu kribbeln. Er bewegte sie ein wenig, soweit es ihm möglich war. Er wartete weiter. Nichts. Es war ihm längst langweilig, doch er zwang sich, noch etwas zu warten. Schließlich gab er auf. Jetzt musste es eigentlich genug sein. Er hob die schwere Apparatur mit beiden Armen etwas an und lugte mit dem Kopf hervor. Es waren nur einige Techniker im Raum, die an ihren Geräten saßen. Als einer von ihnen Aaron bemerkte, kam er heran und betätigte einen Hebel an einer seitlichen Bedienkonsole. Die Apparatur fuhr etwas hoch und gab Aarons Kopf frei. Es geht nicht, erklärte Aaron wahrheitsgemäß. Nicht? Die Leitung arbeitet, entgegnete der Techniker und tippte kurz auf eine kleine Tastatur. Daten erschienen auf einem Monitor. Hm, alles okay? Sie haben gar nichts wahrgenommen? Nein, nichts. Aaron zuckte unschuldig mit den Schultern. Noch einmal tippte der Techniker auf die Tastatur ein, schüttelte den Kopf und sprach dann in ein Mikrofon am Kragen seines weißen Kittels. Wir haben hier eine Kontaktstörung bei stehender VA. Es war im ganzen Raum zu hören und die anderen Techniker machten sich fieberhaft an die Arbeit, an ihren Monitoren und kamen zu Aarons Liegesessel, um ihm Fragen zu stellen. Scheinbar aufgeregt kam auch Lubaschenkov in den großen Laborraum und drängte sich zur Mitte durch. Nachdem er sich einiges an Meinungen und Ratschlägen angehört hatte, schickte er die übrigen Techniker weg und tat so, als befrage er Aaron selbst noch einmal. Schließlich ordnete er eine Kontrolle der Technik an. Dazu hob er die Kopfapparatur seitlich etwas an, sodass er mit Aaron hineinsehen konnte. Das Wort Test erschien auf dem Display, gefolgt von einigen verschiedenfarbigen Diagrammbalken mit Prozentangaben, die jeweils auf 100 Prozent zustrebten. Alles okay, stellte er schließlich laut fest. Versuchen wir es einfach noch einmal. Die Startprozedur wurde noch einmal wiederholt. Wieder nichts. Die Apparatur wurde wieder von seinem Kopf weg hochgezogen, die Systeme gecheckt. Aaron holte sich derweil etwas zu trinken und setzte sich damit wieder auf den Sessel, um die Arbeiten um ihn herum zu beobachten. Ein weiterer Versuch konnte schließlich erst am späten Nachmittag begonnen werden. Doch auch dieser scheiterte wie verabredet. Lubaschenkov gab dem Jungen für den Rest des Tages erst einmal frei. Am nächsten Morgen sollte es weitergehen. Aaron begab sich zunächst in seinen Wohnbereich, zog sich die Laufschuhe, die ihm zur Verfügung gestellt worden waren, an und ging wieder einmal im Schutze der Dunkelheit ins menschenleere, flutlichtbeleuchtete Sportstadion der Universität. Zwei Wachposten platzierten sich stets stumm an den Aufgängen zur Zuschauertribüne. Die Beulen ihrer Waffen waren deutlich unter ihren Jacken auszumachen. Er zog eine Runde nach der anderen an ihnen vorbei auf der Laufbahn, bis er schließlich völlig erschöpft war. Einer der riesigen Scheinwerfer-Türme war ausgefallen, sodass es unter ihm etwas dunkler war und man von hier aus den heute klaren Himmel sehen konnte. Aaron ließ sich auf den Rasen fallen und lag mit dem Blick nach oben einfach da. Sein Herz pumpte wie wild, aber langsam wurde sein Atem wieder ruhiger. Der Kontakt zum Alpha war jetzt über vierundzwanzig Stunden her. Seine Hände fuhren langsam durch das kühle Gras, wie um es zu streicheln. Die beiden Wachposten schienen sich unsicher, was zu tun sei, blieben jedoch auf ihren Sitzen weit entfernt von ihm. Am nächsten Morgen erwartete Lubaschenkov den Jungen gleich im Laboratorium im Kreise einiger Mitarbeiter. Aaron legte sich in den Liegesessel und der Professor wandte sich für alle Umstehenden gut hörbar an ihn. Die Anlage ist die ganze Nacht über wieder und wieder durchgetestet worden. Ebenso wurden die Aufzeichnungen der Versuche von gestern durchgesehen. Bisher hat niemand den Fehler finden können. Aaron, denken Sie noch einmal nach. Außerdem müssen Sie es ja auch nicht umsonst tun. Eine Aufwandsentschädigung hatten wir doch schon besprochen. Diese könnte sicher noch ein wenig nach oben korrigiert werden. Der ihn beschuldigende Unterton gefiel Aaron nicht. Doch er spielte weiter mit. Vielleicht war es am besten so. Aber ich habe wirklich nichts wahrgenommen. Sie sind also weiter bereit zu kooperieren? Ja, klang fast Mitleid aus Aarons Stimme. Lubaschenkov verließ die Raummitte, um sich zu seinem Beobachtungsplatz zu begeben und dort ins Mikrofon zu sprechen, sodass es jetzt alle Anwesenden hören konnten. Nun gut, hoffen wir also, dass es heute wieder klappt. Auch schlage ich vor, es heute länger zu versuchen. Der Versuch begann, doch wieder blieb es dunkel und stumm um Aaron. Kein Willkommen, keine Landschaft, nicht es. Aaron zwang sich auszuharren, versuchte sich zu konzentrieren, versuchte dann, sich nicht zu konzentrieren, versuchte einfach, an etwas anderes zu denken. Aaron wurde fast wütend auf das Dunkel um ihn herum. Schließlich gab er auf und wartete nur noch, sah es einfach seine Zeit ab. Nach einer Weile begannen Bilder aufzutauchen. Er musste gegen ein wildes Durcheinander von Erinnerungen und erschreckender Einbildung ankämpfen. Es war kein Vergleich zu dem, was er bei seinem ersten Kontakt erlebt hatte. Dieses war ganz klar nur in seinem eigenen Kopf. Gegen Mittag wurde es ihm schließlich zu viel. Die Vorstellungen hatten sich fast zu Wahnträumen gesteigert und seine Glieder schmerzten. Er brach wieder ergebnislos ab. Alle begaben sich daraufhin erst einmal zum Mittagessen. Danach wurde es wieder versucht. Wiederum musste er sinnlos Zeit absitzen. Der Sessel schmerzte trotz seiner flexiblen Oberfläche schon an seinem Rücken. Als dieses Mal die Apparatur hochgefahren wurde, hatte sich das große Laboratorium wieder mit mehr Leuten gefüllt. Auch Crone war, wenn auch nur auf der großen Videowand, zugegen. Viele der Umstehenden trugen nicht die weißen Kittel der Techniker, sondern schwarze Kampfanzüge und Stiefel. Sicherheitsdienst. Unter den anwesenden Wissenschaftlern herrschte betretenes Schweigen. Sie konnten wohl schon an dem Gesichtsausdruck, den Aaron aufgesetzt hatte, sehen, dass es auch dieses Mal wieder nicht geklappt hatte. Crones überlebensgroßes Gesicht auf der großen Videowand bewegte sich kaum. Schließlich wechselte das Bild auf einen seiner Assistenten. Und? Steinheim? fragte dieser, ohne häglichen Gruß. Aaron schüttelte nur den Kopf. Das Gesicht des Assistenten blieb unbeteiligt und seine Stimme äußerst kalt. Der Vorstand und die Regierung sind informiert. Sowohl die gezielte Sabotage der Anlage als auch die Konstruktion einer zweiten, intakten, wesentlich leistungsfähigeren und dabei mobilen sind bekannt. Dieses kann nicht geduldet werden. Ein Raunen ging durch die Reihen der Wissenschaftler. Aaron konnte auf diese Vorwürfe nichts entgegnen. Crone machte schweigend eine Handbewegung und Sicherheitsdienstler traten hinter Lubaschenkov und drei seiner Kollegen, zogen Hoch Energiewaffen, setzten sie jeweils in den Nacken und schossen noch im gleichen Sekundenbruchteil. Die Köpfe wurden kurz nach hinten geworfen und die leblosen Körper sackten daraufhin wie Puppen in sich zusammen. Fast gleichzeitig schlugen die Leiber dumpf auf den harten Laborboden auf. Lähmung ergriff alle Anwesenden. Gibt es noch jemanden, der denkt, dass er Verantwortung zu übernehmen hätte? fragte der Assistent Crones mit eisiger Ruhe. Niemand meldete sich. Zwei unbewaffnete Sicherheitsdienstler traten zu Aaron, dessen Knie sich weich anfühlten und dessen Hände unkontrolliert zitterten. Sie packten ihn am Arm und schleppten ihn direkt vor Crones Angesicht, während die Stimme des Assistenten kalt bekannt gab. Das Experiment wird zunächst auf unbestimmte Zeit unterbrochen, bis die Sicherheit des Verfahrens wiederhergestellt ist. Einige der anderen Soldaten traten an die Teile der defekten Apparatur und schossen wahllos hinein. Hände Blitze schlugen hinaus und Gestank nach verbranntem Metall und Kabeln breitete sich aus, während Aaron nach einem letzten Blick auf den Körper des Toten Lubaschenkov und das vernichtete Labor in seinen Wohnbereich abgeführt wurde. Kraftlos fiel er auf sein Bett, stand kurz darauf wieder auf, ging ziellos herum, legte sich wieder hin. Er hatte den Geschmack von Metall auf der die ganze Zeit hörte er das stampfen von Stiefeln auf den Fluren. Soldaten trugen schwere Gegenstände. Anscheinend wurde der Forschungsstützpunkt geräumt. Gegen Mitternacht kamen vier Soldaten des Sicherheitsdienstes nach kurzem Anklopfen in Aarons Wohnbereich. Sie führten ihn auf das schneebedeckte Dach des Universitätsgebäudes. Da er nur dünne Kleidung anhatte, die er bei dem Kontaktversuch getragen hatte, zitterte er schnell, auch vor Kälte. Neben dem vertrauten Glasbau zur Sternenbeobachtung, in dem Aaron schon in einem seiner Grundkurse einige Nächte am Teleskop hatte verbringen dürfen, befanden sich auch zwei Gleiterlandeplätze hier oben, die nun von einem dunklen Langstreckengleiter und einem großen Transportgleiter besetzt wurden. Im Vorübergehen konnte Aaron mit Ansehen, wie die rote Kiste mit der kleineren Kontaktapparatur von sechs Soldaten in den Transporter getragen wurde. Ihn selbst führte man in die Passagierkabine des anderen Gleiters. Alles lief ruhig und bedächtig ab. Widerstand von Aarons Seite war so unsinnig wie unmöglich. Zwar hätten die Soldaten aufgrund der Bedeutung seines Gehirns wohl nicht tödlich auf ihn geschossen, so mutmaßte er, aber auch ein Schuss mit weniger Intensität aus einer ihrer Energiewaffen hätte heftige Schmerzen verursacht und ihn laufunfähig gemacht. An Flucht war nicht zu denken, er war ihnen völlig ausgeliefert. Seine Gedanken immerhin nicht. Schnee flog zu einer riesigen Wolke auf, die den Gleiter beim Abheben fast ganz einhüllte. Schnell ließ man die Lichter der riesigen Stadt hinter sich und kam in ländlichere Regionen. Wenigstens der Pilot schien sein Ziel zu kennen. Eine halbe Stunde etwa flog man so, dann verlangsamte er den Flug und ging tiefer herunter, um zu einem senkrechten Landeanflug anzusetzen. Ein mittelalterlich anmutendes Schloss tauchte im Blickfeld der Gleiterscheinwerfer auf und in diesem Moment wurden auch dort unten Lichter angeschaltet. Der Gleiter landete in der großzügig gehaltenen Parkanlage vor dem prächtigen Bau, Schnee wirbelte auf und verdeckte die Sicht. Mit einem leichten Ruckeln setzte er auf. Als der Gleiter stand, die dumpf wummenden Triebwerke abgestellt waren und der Schnee sich gelegt hatte, waren einzelne große Scheinwerfer zu erkennen, die das Schloss und den Landeplatz in gleißendes Licht tauchten. Die hohen hölzernen Flügeltüren des Gebäudes wurden geöffnet und auch hier erschienen Soldaten. Diese jedoch trugen andere Uniformen, die altertümlicher wirkten. Aaron wurde vom Befehlshaber der ihn begleitenden Männer in einem kurzen militärischen Zeremoniell den hier stationierten übergeben. Seine bisherigen Begleiter stiegen danach sofort war fest. Die kräftigen Männer musterten ihn abfällig. Ihr glatzköpfiger, sehr steif wirkender Kommandant wandte sich im barschen Ton an Aaron. Willkommen Steinheim. Sie befinden sich hier in einem geheimen Objekt des Konzerns, in engsten Sicherheitskreisen die Burg genannt. Andere Kreise wissen von seiner Existenz nichts. Die Burg dient der Regierung als Unterbringung für Gefangene wie auch für besonders schützenswerte Personen. Nach meinen Informationen gehören sie zu beiden Kategorien. Wir werden daher dementsprechend mit ihnen verfahren. Er befahl den beiden Wachsoldaten, die Aaron hielten, diesem seine Unterkunft zu zeigen, verabschiedete sich knapp und zog sich mit dem Rest zurück. Wortlos ging einer der beiden voran und der andere folgte Aaron. So eskortiert umrundete er mit ihnen das Gebäude halb. Mehrere lange Baracken standen hier hinter dem Seitenflügel des Schlosses in Reihen von einem hohen Zaun mit Stacheldraht umgeben. Das fahle Mondlicht fiel auf die Dächer. Es roch nach Natur weit ab der Stadt und eine Stille lag über allem, die Aaron so noch nie wahrgenommen hatte. Als er zögerte und sich umblickte, zog die hintere der Waffen ihren Schmerz Induktor starb und verpasste Aaron damit zusätzlich noch einen empfindlichen stechenden Schlag in die Nierengegend. Sie trieben ihn zu einer kleinen, eher am Rande stehenden der Baracken, öffneten die Tür und stießen Aaron hinein. Im schwachen Licht, das von außen hereinfiel, konnte er gerade noch eine an der Wand befestigte Pritsche und ein Waschbecken erkennen, bevor die Tür hinter ihm wieder zugestoßen und abgeschlossen wurde. Erschöpft tastete er im Dunkeln nach der Pritsche und ließ sich darauf nieder. Das Öffnen der Tür weckte ihn früh am nächsten Morgen. Es war noch dunkel draußen. Wärter warfen ihm ein grau-blaues Oberteil und Hose hin. Draußen in fünf Minuten. Aaron stand auf, rieb sich seine eisigen Gliedmaßen, zog sich an und begab sich hinaus in den kalten Wintermorgen. Sein Atem verwandelte sich in der Kälte in Dampf. Er legte seine Arme um sich und rieb seine Schultern, um etwas warm zu werden. Er sah viele ebenso grau gekleidete aus dem Baracken treten und zu einem offenen, beleuchteten Platz in der Mitte strömen und tat es ihnen nach. Die Blicke der anderen schätzten ihn ab. Er war der Glied auf und Aaron versuchte sich in eine der Reihen einzufügen. Aus den Augenwinkeln musstete er seinen Nebenmann, als er einen Rempler ins Kreuz erhielt. Unsanft wurde er von hinten aus der Reihe gedrängt. Er hatte anscheinend jemand den Platz weggenommen. Das Vorbeigehen an der sich bildenden Reihe bis zu ihrem Ende bescherte ihm viele bohrende Blicke hasserfüllte Augenpaare. Soweit er sehen konnte, gab es nur geschorene Köpfe. Schließlich trat einer der Offiziere vor die Gefangenen und erläuterte mit einem bellenden Unterton die Arbeiten, die am heutigen Tag ausgeführt werden sollten. Offensichtlich waren die Gefangenen dazu eingeteilt, den Teil des Schlosses zu renovieren, der bisher eher einer Ruine glich. Den Tag brachte Aaron damit zu, große Steine zu den anderen Gefangenen zu tragen, die diese zu einer Wand mauern sollten. Immer wieder wurde er angerempelt und hatte Mühe, dabei nicht unter der Last der Steine begraben zu werden, wenn er hinfiel. Gegen Mittag wurde die Arbeit kurz unterbrochen und es gab eine dünne Brotsuppe und dazu einige Tabletten, die fortan zum festen Bestandteil jeder Mahlzeit werden sollten. So gut es ging, versuchte sich Aaron an der Suppe zu wärmen und das taube Gefühl aus seinem Körper zu bekommen. Doch die Pause war kurz und die Arbeit wurde eiligst fortgesetzt. Bei Einbruch der Dunkelheit wurde das Flutlicht eingeschaltet, sodass weit bis in den noch kälteren Abend hinein gearbeitet werden konnte. Dann wurden alle Gefangenen in ihre Baracken zurückgetrieben. Aaron legte sich erschöpft auf die Pritsche und deckte sich gegen die Kälte notdürftig mit allen seinen Sachen zu, die er mit seinen steifen Fingern im Dunkel ertasten konnte. Erschöpfung saß ihm in allen Gliedern. Das letzte, was er sah, war das teilweise gesplitterte Dachfenster, durch das die Sterne dieses klaren, kalten Abends hereinschienen. Er musste an Lubaschenkov denken und schlief lautes Schlagen gegen die Barackentür weckte. Er lag starr auf seiner Pritsche, jeder Muskel seines Körpers schmerzte. Als die Tür aufgestoßen wurde, erkannte er die Schatten von Wachsoldaten in ihren Uniformen und war fast erfreut, dass es keine Mitgefangenen waren, die ihm etwas antun wollten. Ohne viele Worte schoben sie den Schmerzinduktor unter Aarons provisorische Zudecke und trieben ihn aus seinem Jedoch nicht zum im Bau befindlichen Teil, sondern durch ein Tor im Zaun hindurch, um das gesamte Bauwerk herum zum Haupteingang. Das riesige Portal öffnete sich automatisch und über lange verspiegelte Flure mit goldenen Wänden und roten Teppichen gelangten sie in die Prachträume. Sah es von außen auch mittelalterlich aus, war das Gebäude innen doch auf modernem Standard. Überwachungseinrichtungen oder vergitterte Fenster suchten Aarons Augen jedoch vergeblich. Es war gut geheizt und die dicken Teppiche schluckten fast jegliches Geräusch. Mit Blick durch große Fensterscheiben in den hinteren Park ließen ihn die Wachen allein und befahlen ihm, hier zu warten. Er rieb seine starren, kribbelden Gliedmaßen warm und ließ sich auf einem dunkelrot bespannten Sofa mit goldenem Gestell nieder, nachdem er angenehm und er konnte zusehen wie ein Häufchen Schnee von seinen Schuhen vor dem Sofa zu Wasser zerschmolz. Müdigkeit bahnte sich ihren Weg wieder zu ihm. Schließlich stand er auf und sah sich um, damit er nicht einschlief. Türen standen offen und er konnte in weitere hohe Räume mit Gemälden an der Decke und vielen Wandverzierungen blicken. Eine altmodische Bibliothek gedruckter Bücher, mehrere verbundene Wohnzimmer, ein Badezimmer mit großer Wanne sowie ein Schlafzimmer. Abwartend setzte er sich wieder auf das Sofa. Nichts geschah. Schon vorher hatte er die Glastür mit Blick auf den hinteren Park wahrgenommen. Er stand auf, trat näher an sie und blickte hinaus. Sie war nicht verschlossen. Er öffnete sie. Eisige, klare Luft zog herein. Nichts geschah. Wie selbstverständlich ging er hinaus über die Treppe auf die schneebedeckte Wiese. Der volle Wintermond beschien eine weitläufige Parkanlage, deren Bäume winterlich kahl waren. Eine Parkanlage, die nicht mit dem restlichen Gelände zusammen eingezäunt war. Die großen Außenscheinwerfer waren abgeschaltet und kaum ein Laut war hier so weit außerhalb der großen Stadt zu hören. Keine Wachen weit und breit. Alles schien tiefen Frieden auszustrahlen. Dann lief er los. Einfach geradeaus. Am Barackenlager und seiner Umzäunung vorbei, über die Wiese auf die Bäume zu, zwischen ihren nackten Ästen hindurch. Der Schnee flog nur so, als er wie ein Besessener durchs Unterholz brach. Er spürte seinen Körper, die beißende Kälte, tausende Gedanken schossen ihm durch den Kopf, doch keiner davon konnte ihn aufhalten. Aaron lief auf einen breiten Streifen hinaus, der vollständig von Wald und Buschwerk befreit war. Plötzlich war das merkwürdige, unkontrollierbare, entsetzliche Gefühl da. Aarons Körper verweigerte mit einem durchdringenden Ruck seinen Dienst. Er stürzte aus vollem Lauf zu Boden, schlug sich auf der gefrorenen Erde Hände und Knie auf. Nur der pure Drang zu überleben ließ ihn zurück robben, rollen, unkontrolliert zuckend kriechen, weg von dem kahl gerodeten Streifen nur zurück zwischen die schützenden Bäume des Parks. Wie durch ein Wunder schaffte er es tatsächlich von dem Streifen herunter zu kommen. Sofort ließ alles nach, ebenso blitzartig, wie es über ihn gekommen war. Erschöpft blieb Aaron liegen. Er brauchte eine Weile, um zu erkennen, dass alles, was er hörte, nur der Widerhall seines eigenen Schreies war, der langsam Ruhe. Als er wieder fähig war, klare Gedanken zu fassen, fühlte er an seinem Körper herunter. Bis auf die blutenden Stellen an seinen Händen, vom Aufprall auf den eisigen Boden, schien er unverletzt. Niemand war da, der auf ihn geschossen hatte. Kein Alarm brach los. Niemand kam brüllend herangelaufen. Es war einfach still. Der Schnee, in dessen Kälte Aarons Gesicht daraufhin wieder sackte, begann sich von seinem Blut dunkel zu färben und zu dampfen. Aaron lachte ohnmächtig. Schmerzinduktoren trugen die Wachen bei sich. Ein entsprechendes Feld wirkte direkt auf das Schmerzzentrum im Hirn des Gefangenen ein. Dieser fiel dann im Feuergefecht seiner eigenen Nervenzellen. Doch hier war es noch etwas anderes gewesen. Angst. Angst, wie Aaron sie noch nie vorher empfunden hatte. unendliche Angst. Angst, für immer in der Dunkelheit alleingelassen zu sein. Todesangst. Angst vor dem Unsagbaren. Groß, dunkel, hämmernd, alles einnehmend war sie in seine Seele geflossen. Aaron hätte wetten können, dass auch der Angstinduktor bereits erfunden war. Untätig lag er weiterhin da. Einzig und allein damit beschäftigt, in den Schnee zu bluten. Ihm war kalt. Ganz weit entfernt sah er die offengelassene Mühsam machte er sie schließlich auf den Rückweg. Der Kommandant, der erst einige Minuten nach Aarons Rückkehr den Raum betrat, blieb unerwartet gelassen. Nebenbei nahm er Aarons Verletzungen und die Reste von Schnee an der Kleidung wahr, ließ eine Bemerkung darüber fallen, wie glatt doch die vereiste Treppe in den Garten manchmal sein könne. Unverhohlen zweideutig schickte er dann noch ein Seien sie in Zukunft vorsichtiger ja, hinter dreien. Nach einem kurzen Schweigen fuhr er im Plauderton fort. Ich hörte, ihr erster Tag bei uns war nicht erfreulich. Aaron hatte einen starren Blick aufgesetzt und schwieg. Eine lange Pause bildete sich, in der der Kommandant in Richtung eines der hohen Fenster schritt, dort stehen blieb und still in den Park mit den dahinter liegenden Baracken herunterblickte. Erst jetzt war Aaron aufgefallen, dass der alte Kommandant leicht humpelte, das linke Bein etwas nachzog. Offensichtlich liegt jemand im Fehl daran, dass sie in einer bestimmten Angelegenheit kooperieren, begann er langsam auszuführen. Nun, ich weiß nicht, was es ist. Ich weiß aber eines, sie können es sich aussuchen. Dort wies er mit dem Kinn durch das Glas auf das Barackenlager hinunter oder hier. Wieder breitete sich Stille aus. Aarons Finger kribbelten wegen der Wärme. Darf ich das als Zustimmung verstehen? fragte der Kommandant spitz und wandte sich um. Aarons Augen waren schmal und blickten feindselig, als er wortlos den Kopf schüttelte. Nur Sekunden später ging eine der hohen Türen auf und ein dicker älterer Soldat mit einer Haarscher Maschine kam herein. Der Kommandant hatte sich erneut zum Ausblick in den Park gewandt, als Aarons Haare auf den hölzernen Parkettfußboden fielen. Anschließend wurde Aaron wieder in seine Baracke gebracht. Die schwere Arbeit von morgens bis abends bestimmte seine Tage und die Schwielen an seinen Händen wurden immer härter. Schon bald hörte er auf, jeden Morgen zu zählen, an dem er hier mit schmerzenden Muskeln erwachte. Er verfiel in denselben Dämmerzustand, in dem sich offensichtlich auch die anderen Insassen hier befanden. Zum Jahreswechsel hörten die Gefangenen, wie einige der Soldaten auf der anderen Seite des Gebäudes dem Brauch folgend ein paar Silvesterknallkörper zündeten. Gelegentlich ein Blick durch das Dachfenster vor dem Einschlafen, der Himmel hier draußen weit ab der Stadt mit ihren Grellen Lichtern wäre gut für astronomische Beobachtungen geeignet gewesen, unter anderen Umständen in einer anderen Welt. Zuerst hatte Aaron sich noch vorgenommen, zumindest im Geiste seiner Arbeit am Formelsatz weiterzudenken, doch es gelang ihm selten. Eine der Grundformeln hatte er mit einem Stein in die Wand der Baracke gekratzt und dort stand sie nun. Es musste wohl Ende Januar sein, als besonders harter Frost hereinbrach. Aaron wachte nachts zitternd immer wieder auf und bewegte unter stechenden Schmerzen seine Gliedmaßen, um nicht zu erfrieren. Bei der Arbeit musste er ständig seine Finger vorsichtig mit der anderen Hand öffnen, wenn sich starr das Baumaterial gegriffen hielten. Immer wieder wurden seine Arme und Beine taub, leblos, alles schien nur noch aus Kälte zu bestehen. Jede Arbeit bedeutete nur noch einen kleineren oder größeren Wärmeverlust. Immer häufiger mussten die dick gekleideten Wachen die Induktorstäbe einsetzen, um die Gefangenen anzutreiben. Manchmal blickte Aaron hinauf zu jenen warmen hellen Räumen innerhalb des Schlosses, die er in jener ersten Nacht betreten hatte. Ab und an kam er mittlerweile mit einem anderen ins Gespräch. Es drehte sich meist um kleine Tauschgeschäfte der Gefangenen, was für ein Leben sie führen würden, wenn sie nur frei wären oder die Möglichkeiten einer Flucht. Niemand schien jedoch ernsthaft davon auszugehen, von hier weg zu kommen und nicht schon innerhalb kürzester Zeit wieder in Gefangenschaft zu enden. Viele hatten offensichtlich schon eigene Erfahrungen mit den Induktoren gemacht, doch wenig wurde über diese geredet. Da er selbst nicht wusste, wem er wie viel von seiner als wäre auch die Zeit selbst eingefroren, löste sich Tag nach Tag nur mühsam vom gewaltigen Eisberg sinnlosen einer Leis. Der Frühling kam schließlich doch und brachte seine eigenen kleinen Geschenke. Schnee und Eis tauten immer mehr ab, neue Vogelarten ließen ihren Gesang hören, jeden Tag blieb es länger hell, jeden Tag sandte die Sonne etwas mehr Wärme in ihre Körper. Erste Knospen bildeten sich an den Bäumen und die Erde roch plötzlich anders. An seinem zerborstenen Dachfenster wichen abends Sirius, Orion, Andromeda und Stier der Wasserschlange, Jungfrau Otis. Aaron wagte es eines Nachts sogar es weit zu öffnen, um den Himmel in seiner ganzen Pracht sehen zu können. Mühelos konnte er sich am Rahmen hochziehen und hinaus klettern. Er tat dies in der Folge fast jede Nacht und legte sich dabei mit dem Rücken flach auf das Dach, sodass sein Schatten für eventuelle Patrouillen nicht zu sehen war. Stundenlang konnte er so in wärmeren Frühlingsnächten den Sternenhimmel betrachten. Nachtvögel stießen ihre Laute aus und die Bäume rauschten gelegentlich im Wind, sonst umfing ihn nur kühle Stille in diesen Nächten. Wenn es ihm gelang, alle anderen Gedanken ziehen zu lassen, fühlte es sich fast an wie an jenem Tag, an dem der Kontakt begonnen hatte. Etwas bemerkte er dabei noch, es gab keine Wachen nachts. Offensichtlich verließ man sich einfach auf die Induktoren, die jede Flucht vereiteln würden. Aaron begann von seinem Dach hinunter zu steigen und sich in der Nacht durch das Lager zu schleichen. Das Überwinden des sichtbaren Zauns bot kaum Schwierigkeiten. Häufig begab er sich an die unsichtbare Einzäunung. Genau konnte er den Waldrand jenseits des kahl gerodeten Streifens Wald erkennen. Verheißungsvoll lag die Freiheit dort drüben in der Dunkelheit, nur einen Steinwurf aus dem Schatten des Lagers entfernt. Die folgenden Wochen nutzte er zu verschiedenen Versuchen. Als erstes probierte er die Grenzen ihres Gefängnisses einfach zu ignorieren. Intensiv versuchte er die Angst zu verdrängen und redete sich ein, alles sei ganz einfach und er schon so gut wie frei. Er wurde eines Besseren belehrt, als er die Grenze wirklich betrat. Als nächstes setzte er auf die Kraft seiner hier im Lager immens gewachsenen Muskelmasse. Zu der täglichen Arbeit führte er einige Zeit noch zusätzliche Übungen aus, schinderte sich und probierte die Flucht mit roher Kraft. Er kam nicht einmal so weit wie vorher. Dann probierte er es mit einer Erhöhung der Geschwindigkeit, möglichst viele Schritte ganz schnell auf einmal. Zunächst schien ihn dies dem erhofften Ziel zwar näher zu bringen, doch erreichte er es auch auf diesem Wege nie. Er gelangte tiefer in den Streifen, nicht aber hinüber. Sein nächster Versuch bestand darin, alles zusammen zu raffen, was er bekommen konnte. Die verschiedensten Gegenstände sollten ihm Schutz bieten, doch was er auch probierte, immer schien es der Angst zu gelingen, ihn zu erreichen. Schließlich gab er auch diesen Weg auf und blickte niedergeschlagen auf den Haufen an herumliegenden nutzlosen Sachen und trug sie zurück, damit kein Verdacht aufkäme. An diesem Punkt angekommen dachte er, dass es ihm nur mit Hilfe eines anderen Menschen gelingen konnte, einem Begleiter, einem Gefährten. Immer wieder weihte er in der folgenden Zeit mühsam verschiedene Mitgefangene ein, trotz einer Furcht vor einem Verrat. Wenige waren überhaupt bereit, so weit mit ihm zu gehen, doch letztlich war jeder auf sich gestellt, wenn es an die Grenzlinie ging. Es war irgendwie angenehmer, es zusammen zu probieren, aber andere konnten Aaron nicht wirklich helfen. Verzweifelt probierte er wieder etwas Neues. Die Drogen, die im Lager unter den Gefangenen kursierten, verschafften ihm zwar das Gefühl, die Grenze weit hinter sich gelassen zu haben, doch wenn er morgens aus dem Rausch erwachte, fand er sich doch nur kalt und klamm innerhalb aller Zäune und Begrenzungen. Als diese und noch einige weitere Versuche gescheitert waren, gab er sich eine Pause. Er lag wieder häufiger auf seinem Dach. Irgendetwas musste er anders machen, grundsätzlich. Die Zeit verging, die Nächte wurden immer kürzer. In ihnen zeigten sich schon langsam die Sternzeichen des Sommers. Als er wieder einmal lange still den Himmel betrachtete, begriff er. Nächte lang übte er im Angesicht der Sterne. Eines späten Abends begab er sich an den Induktoren Streifen. Für ganz kurze Augenblicke zunächst nur gelang es ihm. Die Veränderung war offensichtlich. Die unsichtbare Grenze begann durchlässig zu werden. Die dunklen knochigen Finger der Angst konnten nicht mehr nach ihm greifen. Er übte sich fortan jeden Tag bei jeder Beschäftigung in jedem Moment. Kapitel 3 Hinaus Es war mittlerweile schätzungsweise Juni geworden. Er fühlte sich bereit. Die beste Zeit sich zu entfernen war nach dem Abendessen. Bis zum Frühappell würde dann wahrscheinlich niemand merken, dass er fehlte. Die längste Zeit ohne direkte Beobachtung, die es in ihrem immer gleichen Tagesablauf gab. Schließlich war seine Chance gekommen. Neumond. Dunkel. Im letzten Licht der Dämmerung lag er wieder einmal auf dem Dach der Baracke. Einer jener leichten warmen Winde über Bäume, Zäune und das Lager hinweg kündete davon, dass dies die richtige Nacht war. Und der richtige Moment. Jetzt kein Zweifel. Ruhig und besonnen bereitete er seine Flucht vor, wählte sorgsam aus, wollte. Er suchte es aus dem Versteck in seiner Baracke, Messer, einige aufgesparte Nahrungspillen, ein kleiner Feuerzeuggläser, eine Trinkflasche, alles, was ihn unterstützen konnte, zu überleben. Seine ausgesparten und zusammengetauschten Schätze seiner Zeit hier. Er vermied jede unnötige Hast, setzte sich noch einmal auf das Dach und beobachtete aufmerksam den Park, bis es ganz dunkel war. Nichts schlich er sich an die Grenzen des ihm so vertraut gewordenen Gefängnisses, dann hielt er inne, um seinen Geist völlig zu lehren. Keine Gedanken, keine Gefühle, kein Schmerz, keine Angst. Kapitel 4 Hindurch Auf der anderen Seite des gerodeten Streifens angekommen, konnte er sich selbst kaum erinnern, wie er es geschafft hatte. Es erschien im Nachhinein unendlich leicht. Er konnte sich kaum mehr vorstellen, jemals dort drüben gewesen zu sein. Schnell schlug er sich in die Büsche auf dieser Seite und hastete in rasendem Tempo durch den dahinterliegenden Wald. Abstand zwischen sich und mögliche Verfolger bringen. Zwei gepeitschten an seine Arme und Beine. Häufig wich er wegen der Dunkelheit erst im letzten Moment im Weg stehenden Bäumen aus und stolperte über Wurzeln. Doch nichts vermochte ihn aufzuhalten. Etwas Er war in seinem Leben nie dort gewesen, aber manchmal glaubte er schon jetzt, einen salzigen Geruch in der Luft zu erkennen oder das Tosen einer mächtigen Brandung hören zu können. Und es war genauso gut wie jedes andere Ziel, das er sich jetzt aussuchte. Dass er zu Hause bei seiner Mutter zuerst gesucht werden würde, war so sicher, dass er gar nicht erst darüber nachdenken musste. Überhaupt schied die Stadt mit ihren vielen Menschen und Scannern aus. Er lief die ganze Nacht hindurch, nur unterbrochen von kleineren Pausen, um etwas Luft zu holen. Im Morgengrauen schließlich verlangsamte sich sein Tempo merklich. Immer wieder fielen ihm die Augen zu und er kam nur noch mühsam voran. Schließlich versperrte auch noch ein größerer Hügel seinen Weg. Er versuchte zunächst noch diesen zu erklimmen, doch dann gab er auf, suchte sich ein dichtes Gebüsch und versteckte sich darin. Seine Beine waren schwer und hart und ihm war zunächst schwindelig, als er sich hinlegte. Er warf noch einen letzten Blick zum heute teilweise bewölkten, jetzt in zartes rot des morgens getauchten Himmel, rollte sich ein wenig in seine Kleidung und schlief vor Erschöpfung ein. Die Sonne stand bereits hoch am Himmel, als er wieder erwachte und vorsichtig aus seinem Versteck lugte. Alles ruhig. Nur ein paar Spalben flogen kleine Kreise am Himmel. Es war warm. Er streckte sich, zog sich seine Sachen wieder an und machte sich daran, den Hügel zu überqueren. Auf dessen Kamm angelangt, sah er sie kommen. Sie flogen fast geräuschlos einen Weg ab, den er von hier oben gut betrachten konnte. Zwei kleine Gleiter, auf denen jeweils ein schwarz gekleideter, behelmter Soldat saß. Vorn an den Gleitern waren merkwürdige Saugrüssel angebracht, die während des Fluges nur knapp über dem Boden hingen. In äußerster Not sprang Aaron in das nächstbeste Gebüsch und verbarg sich, so gut es ging. Zwischen den Blättern hindurch sah er vorsichtig hinab. Die beiden Gleiter schienen allein, waren wohl nur eine Patrouille und sie schienen ihn nicht registriert zu haben. Auch noch lange nachdem sie vorbei waren, blieb der Junge in seinem Versteck. Er zitterte. Der Gedanke, dass wahrscheinlich unzählige ähnlicher Suchtrupps im ganzen Land unterwegs waren, war erschreckend. Diese beiden schienen jedoch die einzigen zu an ihren Gleitern zu bedeuten hatten, konnte er sich zunächst nicht erklären. Schließlich dämmerte es ihm, er roch an seiner schweißdurchtränkten Kleidung und verstand. Nachdem stundenlang keine weiteren Gleiter mehr auszumachen waren, ging er bis zum Fluss am Fuß des Hügels hinab und wusch sich und seine Kleidung so gut es ging darin. Dann zog er sie nass wieder an und wartete selbst weiter in das schnell Häufig tauchte er während des Schwimmens ganz unter, um gar keine Geruchspferde mehr zu hinterlassen. Der Weg, den die Gleiter abgeflogen hatten, nahm eine andere Richtung und die Erinnerung daran verlor sich alsbald im undurchdringlichen Grün des Ufergestrüpps. Er bewegte sich weiter, im jetzt flacher werdenden Fluss fort, hatte jedoch Glück und traf an diesen Tage keine weiteren Suchtrupps mehr. Mit triefender Kleidung brach er durch das Dickicht aus Schilf und halb ertrunkenen Bäumen weit ab der normalen Wege. Das Bachbett führte ihn weiter und die Bäume verbargen ihn nach oben hin. Als es dämmerte, suchte er sich wieder ein Versteck im Gebüsch zum Schlafen. Das Aufwachen überschüttete ihn jedes Mal mit Freude, wie es früher war, als er klein gewesen war und an einem Sommermorgen erwachte. Er hatte mittlerweile keine Ahnung mehr, wo er war, aber er genoss diesen Zustand. Alles, was zählte, war, was direkt vor ihm lag, wackelige Steine, über die er balancieren musste, tiefe Stellen im Fluss. Irgendwie meisterte er es, letzten Endes doch immer weiterzukommen. Auch die nächsten Tage verliefen ähnlich. Abwechselnd schwamm er, ließ sich von dem Fluss auf Baumstämmen tragen oder schlug sich durch die Vegetation am Ufer, um sich etwas aufzuwärmen. Unter den hohen, flirrenden Lüften des Sommers kam er in seinem Fluss mal durch gräserne Niederungen, mal durch kleinere Hügelketten, die Stromschnellen ins Wasser brachten und mal neigten sich Wälder von den sumpfigen überschwemmten Ufern bis tief über ihn. Dieser Fluss wandte sich seit Jahrhunderten dahin und doch wussten die Stadtbewohner von alledem so wenig. Nachdem seine Vorräte erschöpft waren, ernährte er sich von allem, was er fand. Fische, die er nur grob enthäutete und roh aß, Früchte von den Sträuchern und Bäumen kräftigten ihn wieder ein wenig, wenn er schwach und kalt war. Eine Woche später verließ ihn sein Glück. Die flinken, kleinen, säbrigen Fische, die es jetzt nur noch gab, entkamen seinen Händen immer wieder und die Früchte am Ufer schmückten bitter und giftig, sodass er nicht wagte, sie herunter zu schlucken. Kraftlos versteckte er sich an einem regnerischen Nachmittag im Gebüsch. Die Welt verschwamm in diesem kühlen Regenwetter zu einem einzigen Gemisch aus Grün und Dampf. Die arme großer Farne deckten sich über ihn. Mutlos probierte er die Samen, die sie an ihren Unterseiten trugen, auch diese schmeckten bitter und so spuckte er sie wieder aus. Er lag auf dem Bauch und beobachtete aus seinem Versteck heraus den Regen, bis dieser schließlich nachließ. Die Vegetation dampfte nach und er beugte die Farne immer wieder zu sich herunter, um das Regenwasser in seinen Mund laufen zu lassen, welches sich auf ihnen gesammelt hatte. Obwohl es später einigermaßen trocken wurde, lief er nicht weiter. Er lag einfach da und wartete ab, bis es dunkelte. Eulen stießen ihre Rufe aus. Die Bäume sahen in der Dämmerung wie menschliche Gestalten aus und er stellte sich vor, was sie murmelten. Irgendwann schlief er ein und träumte, zu Hause bei seiner Mutter zu sein. Den nächsten Tag schleppte er sich gedankenlos weiter, immer stur seinem Fluss folgend, weiterhin ohne etwas Essbares zu finden. Mit letzter Kraft zog er sich schließlich auf einen schmalen Streifen Sandes, der sich in einer Biegung des Flusses gebildet hatte und blieb einfach liegen. Er erwachte wieder, als es schon dunkelte. Die Sterne leuchteten über ihm, Vollmond nun. Schwach hob er seinen Kopf und blickte hinauf, machtlos und wissend, dass es nicht nur seine körperliche Kraft war, die dahin schwand. Mitten in diesen Gedanken erschreckte ihn ein Rascheln im Gebüsch nicht weit von ihm. Irgendetwas oder irgendjemand bewegte sich dort ziemlich ungeschickt fort. Der Junge presste seinen Kopf in den Sand und wagte nicht, sich zu rühren. Minutenlang ging es so weiter, etwas Großes wanderte dort durch die Vegetation. Er wusste nicht, ob es Tier oder Mensch war und seine Augen gaukelten ihm in der Dunkelheit längst schon Soldaten des Konzerns vor, die halb schwarzer Riesenaffe halb Mann waren und ihn mit orange leuchtenden Augen hinter den Blättern der Zweige beobachteten. Gelähmt liegend bereitete er sich darauf vor, von ihnen umzingelt zu werden. Sein Herz schlug hart und schnell gegen den Sandboden. Doch nichts geschah. Unendlich viel später kugelte aus den Büschen ein Ball großes schwarzes etwas mit breitem Schwanz auf die mondbeschienene Sandbank und entrollte sich. Ein Biber. Das war die ganze Ursache des Lärms gewesen. Sekundenschnell entkrampften sich die Glieder des Jungen. Mit der Nase im Sand schnuppend und hier und da grabend näherte das Tier sich, während Aaron regungslos liegen blieb. Die kleine Nase berührte ihn schließlich am rechten Bein und der Biber änderte seine Richtung, arbeitete sich zum Oberkörper vor, um das Hindernis im Sand zu umrunden. Blitzschnell packte der Junge zu und erwischte wie geplant den Nacken des nun quiekenden und um sich beißenden Nagers. Diesen mit einer Hand in den Sand drückend und mit der anderen nach einem Stein Tastend rutschte Aaron einige Momente herum. Er fand etwas Hartes im Sand, einen Stein. Der Schlag traf und das Quieken verstummte sofort. Aaron zog sein Messer aus seiner Tasche. Warmes, in der Dunkelheit schwarz wirkendes Blut trat aus der mit dem Messer abgeschnittenen Halsader des Tieres und auch dem Bauchraum öffnete Aaron mit einem Schnitt, um zunächst das Fell abzuziehen. schnell entfernt und das leicht zähe rohe Fleisch des Tieres setzte seinen Weg in dem Jahr Millionen währenden Kreislauf fort. Als er fertig war mit seinem späten Mahl seufzte er und legte die Hände auf seinen Bauch. Er lag weiterhin auf seiner Sandbank, während er in den dunklen Himmel schaute. Er war erschreckt von dem Mordwillen, mit dem er den Biber umgebracht hatte und war sich nicht sicher, ob dies nur an seinem großen Hunger gelegen hatte. Er hatte das Gefühl, sich nicht nur zeitlich immer mehr von seiner Erfahrung mit dem Kontakt zu entfernen. Schließlich begrub er die ungenießbaren Reste des Tieres und legte sich zum Schlafen. Der Mond hatte seit seiner Flucht aus dem Lager alle seine Phasen bereits durchschritten und die Midsommernacht musste nahe sein, und tatsächlich riechen. Auch bemerkte er einige kreischende weiße Vögel mit ihren sturmerprobten Schwingen, die er zuvor und in der Stadt nie gesehen hatte. Er entstieg seinem sich schlängelnden Fluss, der sich in mehrere Arme gabelte, wrang seine Kleidung aus und machte sich auf, das Meer auf gerader Linie zu suchen. Ihn erfasste beinahe ein wenig Angst bei Wollte, doch nun wollte er diesen Teil seines Weges auch nicht auslassen, egal was ihn am Ziel erwartete, auch wenn das Meer das Letzte war, was er in Freiheit sehen und schmecken sollte. Auf seinem Weg durch den immer dunkler werdenden Abend nahm er bald einen hellen Schein am Horizont wahr. Als er einige Zeit in dessen Richtung gegangen war, hörte er dröhnende Musik und lautes Geschrei von Menschen. Er Es handelte sich offenbar um eine primitive Siedlung, in der eine Art Fest stattfand. Aaron konnte aus den dunklen Büschen einen Blick auf das bunte Treiben werfen. Zwischen niedrigen Hütten und Häuschen brannten Feuer und Fackeln. Verschiedene Stände waren aufgebaut, an denen Händler ihre Waren feilboten. Es roch nach gebratenem Fleisch. Die Menschenmassen tanzten wild zu den Darbietungen von Musikern mit verschiedensten Instrumenten, die überall im Gedränge standen. Alles lachte, tanzte, trank und aß. Der Duft der gebratenen Schweine, Ochsen und Truthähne an Spießen über den Feuern stieg Aaron in die Nase. Sein Magen hatte seit dem Biber vor einigen Tagen und ein paar Bären nichts zu essen gehabt. Er überlegte. Die Menschen wirkten zerlummt, trugen derbe, schmutzige Kleidung, lange Haare und schienen sehr ausgelassen zu sein. Niemand schien über einen Kommunikator oder sonstige technische Geräte zu verfügen. Es fiel bestimmt nicht auf, wenn er sich unter sie mischte, so wie es jetzt aussah. Seine Haare waren in den Wochen auf der Flucht auch schon wieder ein wenig gewachsen. Er fuhr mit den Fingern hindurch. Er wollte wenigstens versuchen, irgendwie etwas zu essen abzubekommen. Vorsichtig schlich er sich aus seiner Deckung tat so, als ob er am Waldrand nur kurz ein dringendes Bedürfnis verrichtet hatte und schloss demonstrativ beim Eintritt in das Gewimmel aus schwitzenden Leibern noch seine Hose. Niemand schien von ihm Notiz zu nehmen. Er brauchte sich bloß in der Masse mit vorwärts schieben zu lassen. So hatte er Gelegenheit, sich unbemerkt umzusehen, obwohl er vor Hunger am liebsten den nächstbesten Stand völlig sie einfach etwas anderes dagegen eintauschten oder kleine Metallscheiben aus der Tasche zogen und hingaben. Aaron konnte nicht verstehen, wie sie handelten, denn sie sprachen so altertümlich, wie der Junge es nie zuvor gehört hatte. Er überlegte, was er entbehren und gegen eines der herrlichen Fleischstücke eintauschen konnte. Er entschied sich für das kleinere seiner Messer und einer der Händler bekam leuchtende Augen, als er gekeule und viel mehr aufgedrängt, als er tragen konnte. So setzte er sich auf eine Treppe am Eingang eines größeren Hauses, verschlang gierig das gebratene Fleisch und holte sich gelegentlich Nachschub. Der Händler, ein kleiner, dicklicher Mann mit Glatze, freute sich jedes Mal und seine Augen begannen zu strahlen und der redete wild daher. Aaron lächelte immer nur zurück, strich Absatz konnte er das wilde treiben ein wenig überblicken. Neben den Musikanten gab es auch Artisten und Gaukler, die jonglierten, auf Stelzen liefen, Feuer schluckten und Zaubertricks darboten. Immer neue Menschen Trauben strömten an ihm vorbei, Freunde lachten miteinander und Liebespaare waren eng umschlungen. Manche stritten sich und diskutierten laut, manche stießen mit Tonkrügen an. Aaron verstand nicht, was sie zurück und niemand nahm so weiter Notiz von ihm, dem stillen Fremden. Doch dann sah er im Schein der Fackeln und Feuer sie. Ihre langen schwarzen Haare flogen nur so, während sie tanzte. Trotzdem auch sie nur Lumpen trug, war sie schön, wunderschön. Viele junge Männer sahen ihr nach, klatschten für sie oder tanzten auf sie zu. Sie blieb jedoch nie länger bei einem. Als kam, trafen sich ihre Augen für einen kurzen Moment. Verlegen blickte er zu Boden, blickte wieder auf und sie war doch noch da. Wild tanzte und drehte sie sich und ihre Blicke begegneten sich wieder. Sie schenkte ihm ein Lächeln, in dem die ganze Weite der Landschaft hier draußen, die Wärme dieser Sommernacht und die Ausgelassenheit der Menschen hier bei dem Fest lag. Er versuchte es wenigstens einigermaßen fröhlich zu erwidern. Sie öffnete ihre Arme ein wenig und schien ihn aufzufordern. Er blickte fragend und sie nickte ihm im Takt des Tanzes lächelnd zu. Wie gezogen stand er auf und ließ die Musik in seine Glieder fahren. Lange tanzten sie so, mal enger, mal weiter, mal berührten sie sich wie zufällig, mal Worte. Es war, als ob sie sich schon kannten, sich aber lange nicht gesehen hätten. Fast fragte er sich, wo sie die ganze Zeit gewesen war. Unter diesem Sternenhimmel, bei diesen Musikanten und diesem herrlichen Duft flog langsam alles andere fort. Konzern und Gefangenschaft, Flucht und Verfolgung gerieten in unendliche Ferne. Jeder Moment dieser wunderbaren warmen Nacht war köstlich. Kurz unterbrachen sie ihren Tanz. Er folgte ihr zu einem der Stände, an dem der Händler sie wortreich empfing und ihr so dann einen Tonbecher einer hellen Flüssigkeit aus einer großen Vase einschenkte, ohne dass sie etwas dafür hätte geben müssen. Sie wies auf Aaron, der hinter ihr stand, und der Händler reichte auch ihm einen vollen Becher. Die Flüssigkeit war süß und klebrig und stark alkoholisch. Beide tranken und schlenderten weiter und schauten einigen Artisten zu. Schließlich fanden sich ihre Hände und hielten einander fest. Sie sagte etwas zu ihm, doch es war im alten Dialekt, den er nicht verstand. Aaron, sagte er und wies auf sich, sie lächelte, wie Dana. Einige laute Musiker mit ihren Instrumenten kamen näher und weitere Worte zu wechseln war unmöglich. Wieder tanzten sie zusammen. Jeden Blick, jede Einzelheit ihres Körpers, jede ihrer flüchtigen warmen Berührungen versuchte er für immer in sich aufzunehmen. Ein weiterer Tanz und Aaron wollte nicht aufhören. Nie mehr. Noch ein Tanz und ihre Körper verstanden sich immer besser. Noch ein Tanz und dann kurz verschnaufen. Nein, noch ein Tanz und dann vielleicht für immer so weiter. Schließlich wurden die Musikstücke langsamer. Ein roter Dämmerstreifen zeigte sich am Horizont und der Morgen konnte nicht mehr allzu weit weg sein. Auch wie Dana schien das zu merken, gab Aaron einen schnellen Kuss auf die Wange, ein Lächeln und rannte vor ihm durch die Menge davon. Er lachte, lief ihr nach und hatte Mühe ihr zu folgen durch müde Menschenmassen stehender, sitzender oder schon liegender Gestalten. Hier und da sah er ihren Rücken und ihre fliegenden schwarzen Haare. Bald ging es von der Siedlung fort, dort hinunter, wo er das Meer vermutete. Er folgte ihr, ohne aufholen zu können. Schließlich stand er in der Dämmerung vor einer dichten Hecke aus Büschen und niemand war mehr zu sehen. Wie ein Wilder arbeitete er sich durch die dornigen Büsche, die an seinen Armen rissen und in seiner Kleidung hängen blieben. Endlich betraten seine Füße den feinen Sand. Er stolperte hohe Dünen hinauf. Obwohl der Sand hell schimmerte, konnte er wie Dana nirgends sehen. Aufgeregt blickte er sich um, stürmte die Dünen auf der anderen Seite hinab. Kurz rannte er am Strand in die eine Richtung, dann in die andere und rief nach ihr nichts. Sie blieb verschwunden. Grillen zirpten hinter ihm in den Dornenbüschen, Wellen rauschten vor ihm an den Strand. Wie jäh aus einem Traum erwacht, stand er da und blickte auf das dunkle weite Meer im schwachen rötlichen Dämmerlicht. Vidana war verschwunden, vom Erdboden verschluckt. Er wartete nichts, nur die Wellen, nur die Sterne, nur der Strand, nur er. Wieder rief er nach ihr. Keine Antwort. Es war kein Spiel. Sie blieb verschwunden. Er ging näher ans Wasser. Ein kühler Windhauch. Das Meer. Er zog die kläglichen Reste seiner Schuhe aus, die noch an seinen Füßen hingen, und schritt fasziniert in die dunklen kühlen Wellen, knietief, dann bis zur Hüfte. Der Sand unter Wasser war weich und ließ ihn ganz Arme brannten im salzigen Meerwasser, verloren viel Blut, doch er wirbelte darin herum, peitschte die Oberfläche auf, griff in die Wellen, warf das Wasser hoch, als wollte er den Himmel treffen, aber Mond und Sterne standen unbewegt. Er blickte zu ihnen auf und Tränen liefen seine Wangen herab. Es kündigte sich durch ein flaues Gefühl in seinem Magen an, seine Knie verloren. Die unerbittliche Hand einer Ohnmacht griff nach ihm und er musste ihr nachgeben. Nein, Sir, alles nach Plan. Der Junge ist damals wie gewünscht geflüchtet und wir haben seine Spur in Richtung Küste. Allerdings ja, hob sich die Augenbraue von Krons persönlichen Assistenten fragend, ist er mitten durch das Hauptinduktoren Feld gerannt. Es war zu der Zeit intakt, brachte der Kommandant der Burg mühsam hervor. Erstaunlich, ein kurzes Zögern. Sie haben aber weiterhin seine Spur, ja? Selbstverständlich, Sir. Das Gespräch, das der Kommandant der Burg zu führen hatte, war mit Abstand eines der heikelsten seiner militärischen Laufbahn. Der Tross der hochmodernen Gleiter, der auf dem Rasen vor dem altertümlichen Gebäude stand, wirkte bedrohlich. Gut, die Regierung möchte wissen, was der junge Tod und mit wem er sich trifft, sagen sie das ihren Männern, wurde angeordnet. Zu Befehl! Eine knochige, aber kräftige Männerhand glitt tastend über Aarons Gesicht. Dann floss kaltes Wasser darüber und er war augenblicklich wach und schlug die Augen auf. Wieder wollte die Gestalt aus dem Dunklen nach seinem Gesicht greifen. Aaron entfuhr ein erschreckter Laut und die Hand wurde zurückgezogen. Er blickte in eine Art Höhle, deren Wände den Schall dumpf zurückwarfen. Sein noch leicht benommener Kopf brauchte eine Weile, um eine Erklärung zu finden. Offensichtlich war er am Strand gefunden und hierher gebracht worden. Seine Arme und Beine trugen Verbände, die er deutlich ertasten konnte. Seine Füße roten auf etwas weichem, feinkörnigen Sand. Es roch salzig. Die Gestalt sagte durch die Dunkelheit in dem äußerst altertümlichen Dialekt zu ihm etwas, das er nicht verstand. Dem Klang der Stimme nach handelte es sich um einen älteren Mann. Aaron schwieg vorsichtshalber, richtete sich aber auf. Einem Sicherheitsgefängnis des Konzerns entsprach dies hier nicht. Wieder sagte der Alte etwas Unverständliches. In diesem Moment bemerkte Aaron ein Aufflackern von Licht, das aus einem seitlichen Gang in die Höhle fiel. Der Schein wurde heller, flackerte aber weiter. Ein Feuer schien sich im Gang zu nähern. Aaron konnte die langen, fast weißen Haare und den dichten Bart des Alten erkennen. Schließlich zeigte sich die Quelle des Feuerscheins. Jemand mit einer Fackel betrat die Höhle, in der Aaron und sein merkwürdiger Retter sich aufhielten. Die Fackelträgerin war niemand anderes als Vidana. Sie zuckte zusammen, als sie Aaron erkannte, ließ sich gegenüber dem Alten aber nichts anmerken. Ohnehin war der Mann blind, wie Aaron an dessen weißlichen, starren Augen nun erkannte. Vidana trat zudem in eine lange, graue, kutte gekleideten Alten, ergriff seinen Arm und sagte etwas für den Jungen Unverständliches. Anscheinend warteten nun jedoch beide auf eine Reaktion von Aaron. Als diese ausblieb, fragte Vidana noch einmal, diesmal für den Jungen gerade noch verständlich. Wie gehen? Gut, schon wieder besser, entfuhr es Aaron und er bereute seine Worte sofort, da sie seine Herkunft verrieten. Der Alte schien gar nicht mit seiner Herkunft einverstanden zu sein. Die Mine des Blinden verfinsterte sich. Was hast du draußen am Strand gemacht? wollte er von Ich weiß nicht, war das Einzige, was Aaron hervorbrachte. Der Alte betastete kurz den Kopf des Jungen. Wie heißt du? Aaron, du kommst aus dem Westen, aus den Städten? Ja. Diese wenigen Angaben schienen dem Alten zu genügen und er setzte sich auf, raffte sein mönchsartiges Gewand zurecht und zog sich durch einen weiteren Gang aus dem Raum zurück. Vidana lächelte verlegen. Menschen aus Westen nicht gut für Fagros. Warum nicht? Jäger, Mörder, er sagt. Aaron schwieg. Anscheinend war er hier nicht der Einzige, der vor dem Konzern auf der Flucht war. Du nicht Mörder, oder? Nein, sagte Aaron lächelnd. Noch etwas schwach wagte Aaron am späten Nachmittag die ersten Schritte aus der Höhle, die gut versteckt in den steilen Klippen lag. Am Fuß der Klippen vor dem Höhleneingang ragten große, heruntergestürzte Steinbrocken aus dem schmalen Sandstreifen, auf den die Wellen aufliefen. Er fand einen großen, flachen Felsblock und ließ sich darauf nieder. Sein Blick wanderte auf die schaumbedeckten Wellen des Meeres hinaus. Schließlich kam auch Vidana heraus, lächelte ihm kurz zu und ging bis ans Wasser vor. Nach kurzer Zeit kam ein Raubvogel, ein weißer Falke, der vorher über dem Meer gekreist hatte, heran und zog einige immer enger werdende Runden über ihr im Wind. Sie streckte einen Arm hoch und der Vogel landete darauf. Mit dem Falken auf dem Arm setzte sie sich neben Aaron auf dem Felsblock. Auch sie blickte aufs Meer hinaus, während sie den Kopf des Tieres Gedanken versunken streichelte. Stockend und immer wieder nach Worten suchend, die der Junge verstand, begann sie zu erzählen. Fagros war anscheinend schon vor vielen Jahren hierher gekommen und als Einsiedler in die Höhle gezogen. Die Dorfbewohner versorgten ihn ab und an mit Lebensmitteln und er verriet ihnen dafür einige technische Tricks, die ihr Leben erleichterten. Er hatte auch Vidanas Eltern gut gekannt, bevor diese bei einem Unglück ums Leben gekommen waren. So hatte er das Mädchen in Pflege genommen und sie kümmerte sich um alles, was er wegen seiner Blindheit nicht konnte. Als sie geendet hatte, warf sie den Falken wieder in die Luft und blickte ihm bei seinem Flug aufs Meer hinaus nach. Aarons Arme fühlten sich schon besser an und er nahm mit Vidanas Hilfe vorsichtig die Verbände ab. Sie zuckte ein wenig, als sie ihn dabei berührte. Schließlich stand sie auf und ging in die Höhle zurück, um dem Alten das Abendessen zu bereiten. Aaron begleitete sie und half ihr dabei. Phagos misstraute Aaron offensichtlich und ließ es diesen auch spüren. Kaum ein Wort wurde während des Abendessens hinaus, als er fertig mit dem Essen war. Aaron half Vidana noch kurz und entschied sich dann auch hinauszugehen. Phagos hatte sich auf dem flachen heruntergestürzten Felsblock niedergelassen und lauschte auf das Meer hinaus. Natürlich hatte der Blinde Aarons kommen gehört, doch er sagte nichts. Ohne ein Wort setzte der Junge sich daneben. Bald hielt der Junge das Schweigen nicht mehr aus. Unsicher fragte er Phagos was dieser gemacht habe bevor er hierher gekommen war. Vieles sagte der Alte ohne jede Regung. Sind sie auch geflüchtet? Als Antwort kam nur ein kurzes Brummen dass in der Höhle noch ein Nachtlager frei sei und der Alte raffte sein Gewand zusammen stand auf und ging langsam tastend in die Höhle. Der Junge blieb allein und ratlos auf dem Stein zurück. Aaron seufzte und lehnte sich zurück den Blick weiter auf das Meer gerichtet. Einen kleineren Stein den der Junge unter seiner Hand spürte warf er in die Wellen. Nach einer Weile merkte er aus den Augenwinkeln dass Vidana unweit von ihm stand und ihn schon eine geraume Zeit beobachtet haben musste. Als er den Kopf zu ihr wandte wünschte sie ihm eine gute Nacht und zog sich ins Innere der Höhle zurück. Vorsichtig tastend suchte auch er später den Weg hinein und ließ sich in einer Ecke zum Schlafen nieder. Die folgenden Tage verbrachte Aaron damit bei den anfallenden Arbeiten zu helfen und ansonsten viel am Strand. Hier schienen keine Teams nach ihm zu suchen oder war die Suche generell eingestellt worden? Jeden Abend saßen Fagros und er nun an ihrem Platz. Aaron beschrieb dem Blinden den Stand einiger Sternbilder. Schnell merkte er, dass dieser ein genauer Kenner der Astronomie war und so war sie zu einem regelmäßig wiederkehrenden Gesprächsthema geworden. Trotz der abweisenden Haltung des Alten konnte sich Aaron schließlich nicht mehr länger zurückhalten und erzählte eines Abends vom Kontakt. Obwohl der Blinde sich deutlich erkennbar bemühte sich nichts anmerken zu lassen war sein Interesse sofort spürbar. Als Lubaschenkovs Name fiel taute Fagross augenblicklich auf. Er ist noch dabei Wladimir fragte er deutlich erregt. Wie sich herausstellte war er vor Lubaschenkov der leitende Wissenschaftler und Initiator des Projektes gewesen und dieser hatte noch bei ihm studiert. Aaron erzählte wie Lubaschenkov zu Tode gekommen war. Die faltigen aber von der Sonne gebräunten Gesichtszüge des Alten zeigten Trauer. Wie lief der Kontakt genau ab? wollte er Noch einmal versuchte Aaron das damals erlebte in Worte zu fassen. Wieder gelang es ihm nicht wirklich, doch Fagros schien selbst dann zu verstehen, was er meinte, wenn die richtigen Worte fehlten. Auch die offensichtliche Erkrankung des Alpha verschwieg er nicht. Schließlich wollte Fagros noch wissen, was Lubaschenkov über den Widerstand erwähnt hatte. Aaron berichtete und auch von der kleineren wenn wir uns beeilen. Murmelte der Alte nachdenklich und mit den Worten wir werden morgen eine Reise antreten bereite dich darauf vor begab er sich wieder in die Höhle. Die Nachtruhe die Fagros Aaron und Vidana ließ war kurz. Bereits als draußen der Morgen kraute weckte er sie und ordnete an die Höhle von den Spuren der Wohnung zu befreien. Sie packten das Nötigste ein und vergroben die karge Einrichtung im Weichensand der Höhle. Auf die Frage wohin ihre Reise ginge entgegnete er nur dass er Aaron einigen Leuten vorzustellen habe. Auch Vidana schien er nicht mehr als dies zu sagen. Immer den Schutz von Bäumen anstrebend ließ er sich von den beiden führen. Für sein Alter war er erstaunlich ausdauernd. Gegen Mittag Haus eines Händlers an, der ihn offenbar gut kannte, die drei wohlwollend mit Proviant versorgte und ihnen auch Früchte zum Mittagessen anbot. Schweigend nahmen sie ihr Mahl in der Mittagshitze unter einem großen Baum im Garten des Händlers ein. Sie hatten auf ihrem Marsch ohnehin kaum geredet. Fagross hatte sich nur gelegentlich den Weg beschreiben lassen, der vor ihnen lag. Aaron und Vidana den Weg nicht mehr erkennen konnten, gaben sie für den Tag auf und suchten im dichten Unterholz ein Versteck. Als Aaron etwas Holz zusammenklauben und ein Lagerfeuer machen wollte, wehrte der Alte ab. Die folgenden Tage kamen und gingen einer wie der andere. Immer weiter landeinwärts nach Westen führte sie ihr Marsch, die vereinzelten Dörfer und Ansiedlungen jetzt streng meidend. Die Geduld Aarons und sein Vertrauen wurden auf eine harte Probe gestellt. Vidana schien geradezu blind zu vertrauen. Am Mittag des neunten Tages ließ Fagros wieder einmal rasten und etwas zu essen suchen. Mittlerweile wussten die beiden genau, wie die Beeren und Wurzeln aussahen, die der Alte zum Verzehr freigab, wenn sie damit zu ihm zurück kamen. Als Aaron zu der Lichtung kam, an deren Rand sich der Blinde zur Rast niedergelassen hatte, bemerkte er schon aus großer Entfernung einen anderen Jungen, der sich diesem geschickt näherte. Obst lag auf Tüchern um den Alten herum ausgebreitet. Nicht mehr weit vor dem Rastenden kroch der Fremdling vorsichtig auf allen Vieren. Aaron beschleunigte seinen Schritt. Der fremde Junge war schon bald ganz heran und griff nach einem Tuch, auf dem große Äpfel lagen. Blitzschnell fasste Phagros nach der Hand und hielt fest. Aaron lief schnell, um dem Alten zur Hilfe zu kommen. Schon nach kurzem Ringen hatte er den anderen überwältigt und saß auf dessen Bauch, beide Arme zu Boden drückend. Hast du ihn? fragte Phagros. Der durch die viele körperliche Arbeit auf der Burg nun wesentlich muskulösere Aaron hielt den fremden Jungen so fest es ging zu Boden gedrückt. Er spürte die Drahtigkeit aber auch eine gewisse Schwäche. Ja, sagte er und seine Hände fesselten die Armen des anderen an dem Boden. Phagros kam tastend heran und legte seine Finger schließlich auf die Gesichtszüge des Diebes. Er befühlte gerade die etwas eingefallenen Wangen als der Magen des Jungen unüberhörbar laut knurrte. Die Spannung löste sich in allen dreien und sie mussten lachen. Sogar der ernste Alte konnte es sich nicht ganz unterdrücken. Setz dich zu uns lud er den Übeltäter ein und Aaron ließ ihn aufstehen. Der beinahe Beraubte nahm einen Apfel wischte ihn an seinem Gewand ab und warf ihn in Richtung des gescheiterten Mundräubers. Dieser fing ihn auf und biss gierig hinein. Nachdem auch Widana zurückgekommen war, bereiteten sie zusammen ein Essen, während Fagros den Dieb ein wenig ausfragte. Lark, so hieß der Junge, war aus seinem Dorf ausgestoßen worden und trieb sich seitdessen in den Wäldern herum. Das Essen, das erste, größere seit Tagen, schmeckte herrlich und alle aßen sich richtig satt. Schließlich rollten sie sich alle in ihre Sachen ein und legten sich um ein kleines Lagerfeuer, das sie an diesem Abend ausnahmsweise entzündet hatten. Lark tat es ihnen gleich. Der nächste Morgen war kalt und grau. Klamme Feuchtigkeit war überall zu ihnen hereingekrochen. Die letzten Scheite des Feuers glimmten nur noch schwach. Noch sehr müde bewegte den Alten schon aufrechtsitzen. Guten Morgen Aaron. Aaron lehnte sich zu Vidana, weckte auch sie vorsichtig. Sie lächelte und zog die Nase kraus. Auch bei Lark bewegte sich schon etwas. Verschlafen streckte er kurz darauf seinen Kopf aus den Sachen, um Vidana hinterher zu schauen, die sich nun fast alles ausgezogen hatte und in Richtung des kleinen Flusslaufs ging. Aaron großes Plätschern war vom Fluss her zu hören und Aaron beschloss, es Vidanas Beispiel gleich zu tun und sich auch zu waschen. Lark folgte ihm und wusch sich ebenso. Sogar der Alte trat tastend heran und ließ sich auf die Knie nieder, um mit dem Wasser sein Gesicht zu benitzen. Ausgelassen schwamm Vidana in klarem Wasser und spritzte die Jungen mit einer wilden Handbewegung nass. Als diese sich gerade beschweren und ihrerseits aus Richtung Ufer mit einer Salve Wasser antworten wollten, flog eine die Bälle heran und dann zu Fargross. Als sie nahe vor dem Alten war, lauschte dieser kurz konzentriert und packte blitzschnell nach ihr und drückte zu. Mit völlig unnatürlichem metallischem Laut brach sie auseinander und Teile fielen herab. Der Alte tauchte die Hand, in der er die metallischen Reste hielt, schnell unter Wasser. Ein wütendes Verdammt entfuhr ihm. Wir müssen weiter, sagte er und erhob sich. Wie selbstverständlich zog auch Lark seine Sachen an und brach mit ihnen auf. Er kannte sich gut in dieser Gegend aus. Es schienen erstaunlich wenig Sicherheitsposten des Konzerns hier zu sein, und wenn sie kamen an weite offene Flächen, riesige Felder der Landwirtschaftsabteilungen des Konzerns. Ein weiteres Wandern bei Tageslicht wurde unmöglich. Sie versteckten sich nun tagsüber und wanderten nachts immer vorsichtig lauschend. Kapitel 5 Hinunter Eines Nachts gegen Ende August, als die Lichter der Hauptstadt schon so nahe waren, dass die Sterne kaum mehr erkennbar waren und die Ruhe der Felder einem ständigen betriebsamen Rauschen gewichen war, blieb der Alte stehen und rief Aaron zu sich heran. Spürst du den Atem des Landes? Es ist reif. Es will sich befreien. Sehr genau ließ er sich dann die Lage bestimmter markanter Wolkenkratzer in der Ferne am Horizont schildern und legte dann eine neue Richtung fest, die sie nicht mehr direkt ins Zentrum führte, sondern parallel zur Stadtgrenze. Immer wieder ließ er sich nun den Weg beschreiben, den sie gerade gingen. Schließlich schien er gefunden zu haben, wonach er suchte. Ein großes Rohr entließ laut rauschend Abwässer der Stadt in den Fluss. Es schien sich zu freuen. Hier hinein schnell, rieb er die anderen an und trat als erster in das mehr als mannshohe Rohr, in dem jetzt jedoch nur ein schmales Rinnsaal floss. Ein schmaler Steg am Rand blieb zum Laufen über den Abwässern übrig, diesen benutzte er äußerst gewandt, wie Aaron im Hineingehen ins dunkle Innere noch gerade erkennen konnte. Haltet euch dass kein Licht mehr von der Öffnung hineinfiel und die anderen hinter ihm merklich zurückfielen. Zunächst ging es eine ganze Zeit gerade aus, dann bog ihr Führer in ein anderes Rohr ab, in dem das Wasser schon einen wesentlich höheren Stand erreicht hatte und einem wildbach glich. Schnell, wenn alle aufstehen, steigt der Wasserspiegel, trieb er die kleine Gruppe noch mehr an, und tatsächlich gurgelte das Wasser neben ihrem Steg immer intensiver. Hier und da traten sie bald in Pfützen, die sich in Vertiefungen ihres Weges bildeten. Dann geschah es. Aaron setzte seinen Fuß auf einen wackeligen Stein, der wegbrach und ihn jeden Halt verlieren ließ. Kopf über fiel er, kalte, drängende Wassermassen umspülten ihn und nahmen ihn ein gutes Stück mit, ehe sein Gesicht wieder an die Luft kam. Aaron hörte er im Auftauchen Lark gerade noch rufen. Seine Hände suchten verzweifelt einen Griff, einen Halt, irgendetwas. Sie fanden einen Mauervorsprung und krallten sich fest. Hier bin ich, rief er mit der ersten Luft, die seine Lungen wieder bekamen, in die Dunkelheit. Ich komme, klang es ohne Zögern von Lark gegen das Rauschen des Wassers herüber. Aaron wollte verhindern, dass der andere sich auch in Gefahr begab, doch seine Beine fanden keinen Halt und sein Kopf wurde immer wieder überspült. Panisch schnappte er nach Luft. Kurz darauf fühlte er, wie seine Hände ergriffen wurden und er löste zunächst eine von der schmierigen Kanalbegrenzung. Als er merkte, dass Lark sie fest umschlossen hielt, löste er auch die andere. Vidana hielt Lark und mit vereinten Kräften gelang es, ihn wieder auf den erhöhten Rand zu bringen. Danke, sagte Aaron halblaut und drückte Larks Hand noch einmal kurz etwas fester, bevor er sie losließ. Fagross erkundigte sich beim hustenden Aaron, ob alles in Ordnung war, und er ging sofort weiter, um keine Zeit zu verlieren. Mit noch größerer Vorsicht arbeiteten sie sich voran. Die Zeit verging und das Wasser kühlbar. Schließlich gebot die Hand des Alten einen Halt und Aaron stoppte auch Vidana hinter sich. Die wiederum Lark den Stopp ankündigte. In der Dunkelheit war absolut nichts zu erkennen. Plötzlich ein lautes Hämmern. Das ganze Rohr schien davon wieder zu klingen. Es war anscheinend der Alte, der in einem bestimmten Rhythmus an die Innenwand schlug. Das Hämmern verklang und alle rauschte lauter, schien nun noch schneller zu steigen. Wieder hämmerte Phagros. Nichts geschah. Ihre Knie wurden bereits vom Wasser umspült. Wiederum hämmerte der Alte jetzt aus Leibes Kräften. Alle taten es ihm, ohne nachzudenken, gleich, mit was immer sie gerade in ihren Taschen fanden. Das kalte, übel riechende Wasser erreichte Oberschenkelhöhe. Immer wieder wurden Gegenstände angespült, von denen Aaron gar nicht wissen wollte, was sie waren. Als sich etwas an seiner Hose festhielt, griff er danach und fühlte etwas haariges, lebendiges, zuckendes, eine Ratte. Er zog sie mit Reflex ab und warf sie weit weg. Das Wasser stand ihnen nun bis zur Hüfte. Wenn nicht bald etwas geschah, gab es keinen Ausweg mehr von hier unten. Sie hämmerten weiter. Plötzlich begann sich ein oberes Segment der Rohrwand zu bewegen. Es wurde zur Seite verschoben und Licht fiel herunter in das Rohrinnere. Aaron erkannte die Schatten weiterer Ratten, die um sie herum flüchteten. Ein breiter Kopf und dann auch ein kräftiger, etwas dicklicher, menschlicher Leib zeigte sich im hell erleuchteten Loch des Rohres. Phagros! Die Gestalt bemerkte erst dann, dass es sich um eine ganze Gruppe handelte, die sich im Rohr aufhielt und schwieg kritisch. Es ist okay, Freunde, Verbündete, erklärte Phagros eilig. Der sie Empfangene reichte dem Alten den Arm, wollte ihnen aus dem Rohr helfen, doch es gelang nicht. Schnell kletterte Aaron durch das Loch im Rohr und half von der Innenseite mit, während Larg und Vidana von unten stemmten. Als auch die alle das Rohr so schnell wie möglich wieder notdürftig zu verschließen. Ihr Retter belehrte sie kurz darüber, wo es hier Desinfektionsduschen gab und machte sich daran, das Rohr wieder zu verschweißen. Wir haben zurzeit manchmal zwei Kontrollen die Woche, sagte er entschuldigend und wandte sich seiner Arbeit zu. Sie nutzten die Duschen ausgiebig, sowohl um sich als auch ihre Sachen zu reinigen. Jeder stand Füßen ab. Aaron genoss das saubere, warme Wasser, das aus dem Brausekopf trat und seinen Körper herunter ran. Zum Schluss warfen sie ihre Sachen in einen Ultraschalltrockner und trockneten sich selbst mit bereitliegenden Handtüchern. Vidanas Haare waren noch feucht, als sie aus dem engen Duschbereich hinaustraten, vor dem der bärtige, dickte Boren, der sie aus dem Rohr befreit hatte, rauchend auf sie wartete. Dieser hielt seine Zigarette nun mit dem Mund und schulterte das schwere Schweißgerät. Unter seiner Führung machten sie sich auf durch einen trockenen, hohen, hier und da beleuchteten Tunnel, in dem sie bequem gehen konnten. Es roch leicht ölig. Ein Teil des alten U-Bahn-Netzes, 200 Personen leben hier ungefähr. Die oben haben uns heute nicht mehr in ihren Karten. Beruhigte er sie brummelnd. Die dicken Wände und Tonnen Erde über ihnen gaben tatsächlich ein Gefühl großer Sicherheit. Mit der Faust klopfte Aaron im Gehen an die Wand und diese war so massiv, dass kein Ton zu hören war. Es ist also wirklich wahr geworden, entfuhr es Fagros. Die Begrüßung im sogenannten Kommandostand der hier unten lebenden Widerständler fiel herzlich aus. Drei junge Männer standen erfreut von ihren Sesseln vor altmodischen flachen Bildschirmen auf und sammelten sich voller Freude um Fagros. Zum ersten Mal sah Aaron den Alten mit einem so glücklichen Gesichtsausdruck um seine weißen leeren Augen herum. Er blickte zu Vidana und auch sie schien vom Glück des Alten angesteckt. Zusammen ließ man sich in einem größeren Rund von rollbaren Sesseln nieder. Dem Boden zierte die Darstellung jenes Dreiecks mit einem Kreis herum und davon ausgehenden Strahlen. Aaron musste lächeln, als er es sah. Die Männer und Fagros wechselten sich ab, zu berichten, was ihnen widerfahren war. Aaron erfuhr, dass der Alte bei einem Angriff der Konzern Sicherheitstruppen von den übrigen Widerständlern getrennt worden und davon ausgegangen war, dass sie vernichtend geschlagen worden waren. Die sie jedoch erzählten von zwar großen Verlusten, aber auch der gelungenen Flucht in dieses schon vorher vorbereitete Versteck. Kontinuierlich war an den Möglichkeiten hier unten im Geheimen gearbeitet worden. Fagros lobte noch einmal die Umsetzung dieser Pläne, an deren Erstellung auch er zuvor mitgearbeitet hatte. Dann jedoch wurde er wieder nachdenklicher und kam auf Aaron zurück. Er tastete und legte dem neben ihm sitzenden Jungen eine Hand auf den Arm. Der größte Kampf ist jedoch der, der uns noch bevorsteht. Der alte schwieg und einer der jungen Männer der Besatzung des Kommandostandes, der sich als Shannon vorgestellt hatte, schob seine kreisrunde Brille zurecht und fuhr fort. Der Konzern plant nach unserem Wissen etwas Neues. Große Säuberungsaktionen zur Beseitigung von widerständischen und sonstigen unerwünschten Personen haben schon begonnen. Leider sind einige Mitglieder des Widerstandes in entsprechenden Positionen des Konzerns kürzlich eliminiert worden und wir haben keine »Lubaschenkov?« entfuhr es Aaron. Shannon blickte verblüfft. In diesem Moment kam ein weiterer junger Mann in den Kommandostand. Augenblicklich wurde es stiller. Er setzte sich in einem der freien Sessel und rückte ihn in den Kreis, wo ihm sogleich Platz gemacht wurde. »Das ist Leu«, stellte Shannon kurz vor und begrüßte den Neuhinzugekommenen mit einem Nicken. »Wladimir Lubaschenkov weiß, der Aaron hier ausgewählt hat für den Kontakt«, nahm Fagros das vorherige Thema wieder auf. Ein Raunen breitete sich unter den Anwesenden aus. »Das könnte unsere Chance sein. Wenn wir jetzt Nachricht geben und alle zusammen rufen, könnten wir in einem Monat bereit für eine entscheidende Aktion sein«, schlug Shannon mit Blick zu Leu vor. Dieser nickte abwesend. »Ja«. Die kleine Versammlung endete freudig. Leu ordnete an, dass die Neuankömmlinge Quartier erhalten sollten, verabschiedete sich knapp aus dem Kommandostand und ließ für sie noch eine Begleiterin für den Weg durch die Gänge hier unten kommen. Gerne erklärte sich diese einer Asiatin etwa in Aarons und Vidanes Alter auch bereit, ihnen eine kleine Führung zu geben. Es gab hier unten neben den Waschräumen und dem Kommandostand noch diverse Quartiere, die Luftaufbereitung, Aufenthaltsräume sowie große Lagerräume für Proviant und Arbeitsmaterial. Zu einer der vielen Türen hatte sie keinen Zutritt und Fagros fragte auch nicht lange, was sich dahinter verbarg. Intensiver erkundigte er sich nach den alten Mitkämpfern der Rebellion. Immer wieder erhielt er die Auskunft, dass dieser oder jener im Kampf gefallen sei. Nach einer Weile konnte ihre Begleiterin ihre Neugier nicht mehr bezähmen und fragte Aaron leise, wer sie denn seien. Aaron stellte Fagros wie Dana lag und sich selbst vor. Der Fagros fragte sie bewundernd laut nach. Der Alte, der seinen Namen gehört hatte, blickte sich wie suchend um und sie ergriff seine Hand und schüttelte sie freudig. Dann kamen sie an ihren Quartieren an. Fagros erhielt seine eigene Kammer, die übrigen teilten sich eine andere. Aaron erwachte am späten Nachmittag, auch wenn die Tageszeit in der künstlichen Beleuchtung hier unten keine Rolle spielte. Er entschloss sich, erst einmal seine von der Flucht sehr mitgenommene Kleidung auszubessern, während die anderen beiden noch schliefen. Oft hatte er seiner Mutter bei Näharbeiten zugesehen und erinnerte sich nun an viele ihrer Handgriffe. ihn auf seiner Flucht aus der Burg und später begleitet hatte, lag um ihn herum und er begann sein Werk. Zufrieden betrachtete er später, was er geschafft hatte, als Fagros eintrat und ihm bat, mitzukommen. Allein mit ihm ging es noch einmal zu dem Raum, zu dem ihre Begleiterin keinen Zutritt gehabt hatte. Fagros hatte. Ohne Mühe öffnete sich die Tür, nachdem er seine Hand in den Scanner gelegt hatte. Als sie in den Raum eintraten, lag um die beiden herum dichte Finsternis, in die kein Licht und kein Ton von außen drang. Die schwere Tür schloss sich hinter ihnen. Das Einzige, was Aaron dann hörte, waren vorsichtige Schritte des Alten, die sich entfernten. Schließlich ging in der Mitte des Raumes eine Fackel an, und Aaron sah, wie der Alte dort auf dem Boden Platz genommen hatte. Um ihn herum bildeten hüfthohe, stehende Steinbrocken einen Kreis von etwa fünfzehn Metern Durchmesser, wie im schwach lodernden Licht gerade noch zu erkennen war. Auch der Raum selbst mit seinen lehmigen Wänden war rund. Setz dich zu mir, Aaron, bat Phagros, der Klang seiner Stimme fiel gedämpft von den Wänden zurück. Der Junge trat in den Steinkreis und tat wie gewünscht. Der Blinde schwieg eine Weile und blickte in das Licht der Fackel, als könnten seine Augen es wahrnehmen. Flackernd malten sich die Schatten der Steine des Kreises auf den Wänden ab, als Aaron sich umblickte. Dies ist ein besonderer Raum. Er enthält Erinnerungen und Informationen über eine Gruppe ganz bestimmter Menschen, zusammengetragen über unzählige Generationen hinweg, begann der Alte langsam und konzentriert und deutete auf die aufgestellten Steine. In den Jahrtausenden Existenz dieser Gruppe haben die Mitglieder ihr verschiedene Namen gegeben. Häufig entsprachen diese Namen in der Bedeutung unserem Wort Kreis. Es gab sie überall auf der Welt. Wie du waren es Personen, die fähig zum Kontakt waren. Es gab schon früher Maschinen zum Kontakt? Nein, das nicht. Es war eher ein natürlicher Kontakt. Er funktionierte wohl auf unterschiedliche Arten. Das Wissen darüber scheint immer nur persönlich weitergegeben worden zu sein. Wir haben keine Aufzeichnungen dazu, zumindest keine direkten. Eine kurze Pause entstand. Schließlich wagte Aaron zu fragen, bist du einer von ihnen? Von diesem Kreis? Nein, ich. Der Alte schüttelte langsam den Kopf. Das war einer der Gründe für den Bau der Anlage zum Kontakt damals. Ich wollte sehen, wie es ist. Wie unbewusst fuhr er mit der freien Hand über seine blinden Augen. Sehen, wiederholte er bitter. Die Mitglieder des Kreises hatten immer eine wichtige Aufgabe. Es gab sie auf jeder Größenebene. So wie dich auf dieser Ebene, das Alpha, dem du beim Kontakt begegnet bist, auf jener darüber und immer sofort. So konnte die Ordnung weitergegeben werden. In beide Richtungen, so war der Kreis geschlossen. Der Alte schwieg einen Moment und fuhr noch konzentrierter, erläuternd fort. Nichts ist von sich aus, Aaron. Die Dinge sind nur dadurch, dass ihre Teile zueinander in eine bestimmte Beziehung und Ordnung gesetzt werden, zu einem Muster angeordnet. Die Holzmoleküle zu einem Tisch oder Stuhl, die Porzellanmoleküle zu einem Teller, die Hautmoleküle und die deiner Organe zu deinem Körper. Die Summe dieser Muster ist die Ordnung der Welt. Materie wird immer und immer wieder nach diesen Mustern angeordnet. Erreicht sie dabei die Stufe selbst wieder Muster hervorzubringen, so sprechen wir von Leben, organischem Leben. Du empfandest ist eine Art Krankheit, die das Alpha befallen hat. Wir kennen sie auch auf unserer Ebene. Die letzte der großen Krankheiten. Atome, Zellen und schließlich Gewebe geraten außer Kontrolle. Chaos, wildes Wachstum. Das Gegenteil der natürlichen Ordnung. Tumore Tumore unheilbar bis zum Tod des gesamten Organismus am Ende. Mit großer Wahrscheinlichkeit ist dies die Auswirkung des im Moment abgeschnittenen Kontakts. Die Folgen davon betreffen daher alle Ebenen, alles Leben. Die intensive Suche des Konzerns brachte allein dich zu Tage. Es ist höchst wahrscheinlich, dass du zurzeit das letzte und einzige Mitglied des Kreises auf unserer Ebene bist. Damit wärst du die letzte Chance auf die Weitergabe der Ordnung über die Ebenen hinweg. Der Alte gab Aaron die Fackel, fühlte mit der anderen Hand, ob diese sich sicher hielt. Ich denke, es ist an der Zeit, dass du die Mission, die auch Wladimir für dich im Sinn hatte, antrittst. Wir müssen dazu die Kontaktanlage des Konzerns an uns bringen. Sie ist momentan der einzige Weg, den Kontakt wiederherzustellen. Das muss das Ziel unserer Bemühungen sein. Dann verließ er tastend den Raum und der Junge blieb allein zurück. Aaron sah sich um, ging von Stein zu Stein. Im Schein der Fackel, die er nun in die Hand genommen hatte, sah er einige Gegenstände jeweils sorgsam angeordnet auf den Steinen liegen, Steinkeile, Schreibwerkzeuge verschiedenster Art, Pinsel, uralte Rechengeräte, Schnitzmesser, Musikinstrumente und vieles mehr. Gelegentlich war eine Porträtzeichnung dabei und Aaron erkannte, dass es sich wohl um Erinnerungen an frühere Mitglieder des Kreises handelte. Üdige, wache Augen blickten ihn von den Bildern durch die Jahrhunderte hindurch an, nicht selten vermeinte er den Anflug eines Lächelns auf ihren Gesichtern zu erkennen. Bei einigen waren Namen notiert. Einige davon waren große und bekannte, andere hatte er noch nie gehört. Sein Herz schlug schneller, als er sah, dass einer der Steine noch keine Gegenstände trug. Aaron berührte ihn und ging um ihn herum. Hinten lehnte eine kleine offene Kiste daran, die mit Stoff ausgeschlagen, aber leer war. Als er den Raum viel später verließ, nahm er diese Kiste mit. Er überlegte, was von sich er hätte hineinlegen können, doch ihm fiel nichts ein. Leer stellte er sie neben sein Nachtlager und schlief ein. Sie sind bei den Rebellen angekommen. Das Versteck in der U-Bahn. Unsere Quelle meldet, dass es demnächst zu einer größeren Versammlung kommen soll. Zeit dieses Ungeziefer endlich auszurotten, wenn Sie mich fragen, Sir. Sollen wir alles vorbereiten? Crowe nickte seinem Assistenten, der ihm in seinem riesigen Büro gegenüber saß, langsam zu. Tief versunken in einen der bequemen Sessel vor den Bildschirmen im Kommandostand, hörte Aaron dem großen, leicht dicklichen, vollbärtigen Boren zu, der mit kurzen Worten erklärte, welche Monitore und Geräte für welche Funktion gebraucht wurden. Währenddessen kam Shannon herein und suchte in einem der Stahlschränke an der Wand etwas zusammen. Als Boren mit seinen Ausführungen zu Ende war, trat auch Shannon an einen der Monitore, rief Kolonnen von Daten ab und betrachtete einige Bilder aus dem Gangsystem. Mal wieder Zeit für einen Kontrollgang. Lust mitzukommen, brotte Aaron nebenbei an, während beide Augen auf das Monitorbild gerichtet waren. Dieser willigte gerne ein und Shannon reichte ihm eines der stabförmigen Geräte, die er aus dem Schrank genommen hatte. Am einen Ende schauten zwei kurze, feststehende Drähte heraus. Shannon nahm sich selbst das andere Gerät, Drähte an Griff und zwischen den Drähten entstand eine Blase hellen, kalten Lichts. So ausgerüstet machten sie sich auf den Weg und verließen den Kommandostand. Von den großen, gut beleuchteten Gängen, in denen sie noch einigen Shannon-freundlich grüßenden Bewohnern dieser Höhlenstadt begegneten, ging es in immer engere, dunklere, in denen sie ihre Lampen wie Fackeln trugen. Hier und da überprüfte Shannon einige Leitungen und fühlte Wände nach Feuchtigkeit ab. Hauptsächlich unterhielten sie sich jedoch über an jenem Abend vor einem Jahr, aber auch über seine Flucht aus der Gefangenschaft. Gerade als er an diesem Punkt seiner Erzählung angekommen war, nickte Shannon ihm kurz zu und stieg in einen tiefer gelegenen Schacht. Während er unten beiläufig ein kleines Pult mit einigen Knöpfen bediente, kam er noch einmal auf Aarons Flucht aus der Burg zurück. Mit den Induktoren haben viele von uns hier so ihre eigenen Ausstieg aus dem kleinen Schacht. Aaron reichte ihm eine Hand und Shannon ergriff sie. Mit einem lärmenden Ruck schob er die Abdeckung dann wieder über den Schacht. In der folgenden Stille hörten sie ein leises, wimmerndes Geräusch. Sie versuchten herauszufinden, woher es kam. Auf eine merkwürdige Weise schien es durch die Mauer Ritzen zu bringen. Plötzlich verstummte es. Sie lauschten noch eine Weile, doch es blieb still. Sie begannen nach der Quelle des Geräusches zu suchen und Shannon zog einen Plan heraus und führte sie durch spezielle Gänge, die auch er scheinbar nicht auswendig kannte. Dann war es mit einem Mal wieder da, jedoch wesentlich lauter. Wir sind über der Stelle, an der wir es vorhin gehört haben, flüsterte er leise. Jetzt war der Ton viel besser zu hören. Es klang wie das Wimmern eines kleinen Mädchens und gelegentlich mischten sich einige gesungene Worte eines Liedes hinein. Aufmerksam lauschten Aaron und Shannon und machten die Wand aus, hinter der sich das Mädchen aufhalten mussten. Sie schauten sich an, nickten sich zu und begannen, den Mörtel aus den Ritzen der aufeinander gemauerten Steine zu kratzen. In mühsamer Arbeit ihnen sie zu beruhigen und sie erfuhren, dass sich auch ihre Familie irgendwo im Gang System aufhalten musste. Schnell rief Shannon per Funk einige weitere Helfer heran, stellte eine Suchmannschaft zusammen und bald war die Familie des kleinen Mädchens gefunden. In warme Decken gehüllt saßen das Mädchen, ihre zwei kleinen Brüder und ihre beiden Eltern im Kommandostand. Sie waren vor der Verfolgung durch den Sicherheitsdienst geflohen, wie der Vater stockend erzählte. Gerüchte hatten ihnen den Weg in den Untergrund gewiesen. Aaron begab sich zu Leos Kammer, um diesen von den neuen Kümmlingen zu unterrichten. Er klopfte und trat ein, als die Tür sich öffnete. Leo saß gerade in einem Sessel mit hoher Rückenlehne, der in diesem Raum stand und fütterte mit einigen Brot Krumen eine Ratte, die auf seiner Schulter saß und sich begierig danach reckte. Kurz erzählte Aaron von dem angekommenen Vater mit seiner Familie und machte sich dann wieder auf zu seinem eigenen Quartier. Häufig ging Aaron mittlerweile in den Raum des Kreises. Er genoss die Stille. Dieser Ort war sein Ort. So auch heute. Schweigend saß er im Steinkreis, der von wenigen Fackeln beleuchtet wurde. Ein plötzlicher Lärm von der Tür her ließ ihn seinen Kopf dorthin wenden. Es klang, als ob jemand versuchte, mit Gewalt in den Raum einzudringen. Schnell sprang Aaron hinter einen der großen Steine, die den Kreis bildeten. Keine Sekunde zu früh, denn mit einem lauten Schleifen von Metall auf Stein wurde die Tür immer weiter aufgedrückt, wodurch das gleißende Licht der Flurbeleuchtung davor hereinfiel. Eine einzelne, in ein merkwürdiges Gewand gehüllte Gestalt mit einem hohen Kopf trat ein, wie Aaron vorsichtig hinter dem Stein hervorblickend erkennen konnte. Er wagte kaum zu atmen. Die Gestalt, deren sonderbare hohe Kopfform durch eine Maske hervorgerufen wurde, wie Aaron jetzt erkannte, machte sich daran, den Raum umzugestalten. Bunte Gläser wurden vor das klare Licht der einfachen Fackeln angebracht, laute Musik ertönte aus einem Gerät und übertönte die Stille. Aaron spielte kurz mit dem Gedanken aus seinem Versteck hervorzuspringen, um sich gegen all das zur Wehr zu setzen, was aus diesem Ort gemacht wurde. Doch er harrte zunächst erst einmal aus, da er sich nicht in die Handlungen und Verrichtungen des anderen an diesem Ort einmischen wollte. Diese schiene nach kurzer Zeit jedoch abgeschlossen und die Gestalt zupfte noch einmal ihre Kleidung zurecht und verfiel in eine wartende Position. Schon bald kamen auch andere herein, jetzt Unmaskierte. Es waren offensichtlich Bewohner dieser kleinen geheimen Stadt. Aaron kannte jedoch keinen davon. Sie hatten sich herausgeputzt und trugen feine Sachen, fast einer Modenschau gleich. Es bildete sich in dem runden Raum eine schnurgerade Reihe von Menschen nach der Nächsten. Die Fackeln flackerten im Luftzug, der durch die vielen Menschen entstand, gingen jedoch nicht aus. Schließlich hörte der Zustrom auf und die Gestalt gebot mit einer großen Geste ihre Arme. Alle sanken zu Boden. Die Musik wurde lauter, bis sie Aaron in den Ohren dröhnte. Die Gestalt kam näher an den Stein heran, hinter dem er sich versteckte. Aaron zog seinen Kopf ein, um nicht entdeckt zu werden. Doch es ging nicht um ihn, sondern die maskierte Person griff nach einer Art kleinen Öllampe an einer Kette, die alsbald von ihr geschwenkt wurde und einen benebelnden Qualm ausstieß. Dann brach die Musik plötzlich ab. Die maskierte Gestalt nahm einen der Gegenstände, die auf den Steinen aufbewahrt waren und hielt ihn hoch. Aaron konnte erkennen, dass es anscheinend ein Buch war und die jetzt kniende Menge erschauerte fühlbar. Jetzt schritt der Maskierte den Kreis der Steine um die darin in Reihe und Glied stehenden Anwesenden ab. Leise und unverständlich murmelnd bewegte er sich gegen den Uhrzeigersinn herum, bis er wieder vorne zum Stehen kam. Dann schritt er in die Reihen hinein und berührte jeden der Knienden an der Stirn. Dabei wurde etwas Unverständliches gemurmelt und damit verabschiedet machten sich die so Berührten sichtlich erfreut auf den Weg, warfen etwas in eine aufgestellte Vase und gingen aus dem Raum hinaus. Zum Schluss ergriff die Gestalt die gefüllte Vase, Dekoration und Musikgerät und verließ den Raum ebenso. Es war wieder still. Leicht hüstelnd kroch Aaron aus seinem Gehörte und Gesehene nach. Wie konnte das Ganze, der Kontakt zum Alpha nur so missverstanden werden? Immerhin schienen die der Veranstaltung bei Wohnenden glücklicher gewesen zu sein danach. Die folgenden Tage, an denen man auf das Eintreffen verschiedener Anführer des Widerstandes wartete, vergingen eintönig. Aaron suchte gelegentlich den Raum des Kreises auf, jedoch sorgfältig darauf bedacht, er schar, des das Alpha Anbetenden nicht zu begegnen, denn er selbst zog die Stille vor, um sich des Kontaktes zu besinnen. In den Nächten schlief er unruhig und mehr als einmal erzählte Vidana ihm am nächsten Morgen, dass er aufgeschreckt war und Unverständliches gemurmelt hatte. Ihre Anwesenheit hier unten jedoch schien ihm Ruhe zu schenken und schon wenn er sie einige Stunden einmal nicht gesehen hatte, begann ihm etwas zu fehlen. Das war ein Gefühl, das er vorher nicht gekannt hatte. Schließlich waren alle Erwarteten eingetroffen und man versammelte sich in einem größeren Raum, der sich aus der Kreuzung zweier früherer U-Bahn-Gewölbe ergab. Das kalte Licht von einigen alten Leuchtröhren ließ alles blass und fahl aussehen. Es war übervoll und alle saßen, standen oder lehnten sich an die Wände, während Leo in der Mitte mit knappen Worten die Versammlung eröffnete und an Shannon übergab. Dieser erstattete kurz Bericht über die Entwicklung der unterirdischen Stadt und kam dann auf Lubaschenkov und Aaron zu sprechen und ihre Bedeutung für den Widerstand. Anerkennendes Murmeln ging durch die Reihen der Widerständler, als Shannon zu Aaron wies, der einige Meter von ihm entfernt in der Menge stand. Von Shannon kam die Reihe an einen anderen, der von den Entwicklungen im Konzern berichtete, für den er anscheinend auf einer höheren Ebene arbeitete. Es ging um komplizierte Techniken zur Energiegewinnung, deren Fachwörter und Zusammenhänge Aaron kaum verstand. Flüsternd wandte er sich an Shannon, der sich durchgedrängt und neben ihn gestellt hatte. Hat dir Fagros das nicht erzählt? erläuterte dieser ebenso flüsternd, um den Bericht, dem alle mit großer Hingabe lauschten, nicht zu stören. Es ist eine alte Sache. Schon ganz früher, zu der Zeit, als die Menschen auf der Erde mehr wurden und begannen, sich fest anzusiedeln, entstand eine Gruppe von Menschen, die sich der Arbeit der anderen bedienten. Durch Glück, Gewalt oder Erbe kamen sie in die Position, andere für sich arbeiten zu lassen, Boden als ihren eigenen zu verteidigen. Daraus entstand später der Konzern. Doch was sie eigentlich brauchen, sind nicht Arbeiter, sondern deren Energie. Durch neue Techniken zur Energiegewinnung werden die Arbeiter jetzt letztendlich überflüssig. Dein Wissen und deine Fähigkeiten könnten dem Konzern den entscheidenden letzten Schritt dahin ermöglichen. Der Kampf, den wir führen, ist daher gut, dass du auf unserer Seite stehst dabei. Womit Shannon seine Hand auf Aarons Schulter legte. Der Bericht des Vortragenden ging weiter und auch Aaron lauschte nun mit größerer Gespanntheit. Im Groben kam er zu dem gleichen Schluss, wie Shannon vorher erläutert hatte und die Augen richteten sich auf Aaron, der offensichtlich auch sprechen sollte. Langsam setzte sich Aaron in Richtung des Rednerpultes in Bewegung. Was sollte er sagen nach dem wortgewaltigen gelehrten Ausführungen seiner Vorredner? Er trat ans Pult und räusperte sich. Shannon nickte ihm aufmunternd zu. Wie in einem Film liefen die Ereignisse seit seiner Verschleppung von zu Hause und seiner Mutter vor seinem geistigen Auge noch einmal in rascher Folge ab. Schließlich knüpfte er an Shannons Worte über sich an und erzählte, wie er hierher gekommen war. Es wurde stiller im Raum, als es bei den vorherigen Vorträgen war. Die aufmerksamen Gesichter, das konzentrierte Zuhören und ein gelegentliches zustimmendes Nicken gaben ihm das gute Gefühl, unter Gleichgesinnten zu sein. Die Menge der Zuhörer wirkte schon bald auf ihn wie eine einzige Person mit vielerlei Köpfen und Ohren. Immer müheloser gingen ihm die Worte von den Lippen. Wir müssen frei sein dürfen, damit der Traum Wirklichkeit werden kann, damit wir die Lieder singen können, die in uns sind, damit wir die Bilder malen können, die in uns sind, damit unsere Hände formen können, was in uns ist, in jedem von uns das, wozu er bestimmt ist. Es ist vielleicht die letzte Chance dies zu erreichen, bevor der Konzern die Türen dazu schließt. Jetzt ist die Zeit, uns zu entscheiden, wie wichtig uns unsere Lieder sind, die Taten unserer Hände, die Muster, die wir leben wollen. Wenn wir versagen, wird der Wind unsere klägliche Asche verwehen. Wenn wir es gar nicht erst versuchen, dann auch. Wir können nur gewinnen. Das wäre der Tag, an dem wir nicht mehr nur das sind, was der Konzern uns befiehlt, zu sein, sondern wo wir sind, was in uns ist und wo wir unsere Muster über alle Ebenen hinweg in die Welt tragen. Mit jedem neuen Gedanken schien sich die Welt ihm ein wenig mehr zu erschließen. Schien er mit den Zuhörern ein wenig mehr von ihr zu entdecken. Immer klarer sah er die Möglichkeit gar das Problem grundsätzlicher anzugehen. Freiheit, Freiheit, die Muster zu erkunden, die Grundlage der natürlichen Ordnung waren, Freiheit, diese Muster weiterzugeben, Freiheit, nach diesem Muster zu leben. Er musste wieder Kontakt zum Alpha bekommen, sie mussten die Maschine an sich bringen. Als er es aussprach, ging ein Nicken durch die Reihen. Einzelne Bemerkungen steigerten sich zu anerkennenden Rufen und Applaus brandete auf. Die Energie der Anwesenden war fast mit Händen zu greifen und versetzte auch Aaron in Begeisterung. Das Klatschen wurde mittlerweile rhythmisch und beschleunigte sich immer weiter, bis Shannon neben Aaron trat und die Arme hob. Er schlug vor, sich in kleinere Gruppen aufzuteilen, um die weitere Vorgehensweise zu beratschlagen. Dies traf allgemein auf Zustimmung. Schon bald hatten sich im Gewölbe und den angrenzenden Gängen Runden von Aufgeregt Diskutierenden gebildet. Jeder dachte nach, was er beisteuern konnte, große Pläne wurden geschmiedet und wieder verworfen. Schließlich fanden sich Fagros, Shannon, Leo, Boren, Aaron, Vidana und einige andere im Kommandostand wieder zusammen. Die Stimmung unter ihnen war gut, besser als seit Langem. Da es nicht genug Stühle und Sessel für alle gab, saß Vidana auf Aarons Schoß. Immer wieder kamen Einzelne den Gang zum Kommandostand und durch die nun offene Tür, um Vorschläge zu machen, Fragen zu stellen oder einfach nur ihre Begeisterung auszudrücken. Inmitten all dessen überlegten die hier Anwesenden, wie sie all dies in geordnete Bahnen lenken konnten. Sie teilten den Gruppen getrennte Aufgaben zu. Eine Gruppe sollte sich unter einem Vorwand in die Nähe der Maschine schleichen und sie entwenden, während die anderen Gruppen vorwiegend Verwirrung durch Aktionen anderswo verbreiten sollten. Es gab eine längere Diskussion darum, welcher Gruppe Aaron angehören sollte. Er selbst wollte bei jenen dabei sein, die die Maschine besorgten, denn er wusste, wie sie aussah, und es zog ihn daneben auch dazu hin, keine Minute länger als nötig zu warten, um sie wieder zu sehen und einen Kontakt herstellen zu können. Die anderen waren anderer Meinung. Sollte Aaron etwas passieren, so bedeutete es ein Scheitern der gesamten Aktion. Sollte wirklich etwas passieren bei der Aktion überhaupt und die Anlage zum Kontakt unerreichbar werden, so nutzten ihm auch alle Freiheit und Gesundheit nichts, so seine eigene Meinung. Phagros hatte die ganze Zeit schweigend etwas abseits gesessen, und das Treiben der jüngeren Steh verfolgt. Er wirkte blass und der Blick seiner blinden Augen schien leerer noch als sonst. Vorsichtig schob Aaron wie Dana von seinem Schoß und ging mit ihr zu dem Alten. Besorgt fragte sie Phagros in der alten Sprache, ob alles in Ordnung sei. Nur zögernd und in Gedanken versunken antwortete er, ja, mehr als es jemals zu meinen Lebzeiten war. rückte sie lange und schließlich brachten er und Vidana Phagros in dessen Quartier. Alle saßen noch lange und besprachen, was nun folgen sollte. Jedem war klar, dass der Einsatz von Waffen sinnlos sein würde, da diese sofort festgestellt würden und sie dadurch auffliegen würden. Sie mussten sich ganz ohne äußere Hilfsmittel bis an die Maschine zum Kontakt herantasten. Eine wichtige Rolle spielte in den nächsten Wochen das körperliche Training. Während man plante und die Berichte verschiedener Quellen von der Oberfläche abwartete, trainierten die Rebellen ihre Arme und Beine zu den einzigen Waffen, die sie gefahrlos mitnehmen konnten. Auch Aaron bemühte sich, seine seit dem Aufenthalt und der harten körperlichen Arbeit auf der Burg gestärkten Arme zu wendigen Werkzeugen im direkten Kampf zu machen. Lestia, die sie nach der Ankunft herumgeführt hatte und den Wachdienst der Rebellen hier unten leitete, versuchte ihm geduldig die Grundlagen der waffenlosen Kampftechnik beizubringen. Während Vidana sich stets nahe hielt und die flinke Asiatin allein mit ihren eifersüchtigen Blicken umbringen zu wollen schien. Die Zeit zerrann im Warten auf einen günstigen Moment. Hier unten unter den Erdmassen und diesem künstlichen Licht getrennt vom Leben und dem Anblick des Sternenhimmels des unendlichen Sternenhimmels seines unendlichen Sternenhimmels spürte er wie sich die Verbindung zum Alpha langsam weiter entfernte. Er musste etwas dagegen unternehmen dass das was er gehabt hatte zusehends dahinschwand. Wieder einmal im Kommando stand schaute er in den Plänen nach Ausgängen zur Oberfläche. Es musste sein wenigstens für ein paar Minuten eine Stunde vielleicht. Seinen kleinen Ausflug wollte er ohne das Wissen der anderen durchführen auch wenn sie ihn nicht daran gehindert hätten war es etwas anderes wenn jemand auf ihn wartete außerdem wollte er alleine sein niemand als Begleitschutz mitnehmen der nicht wirklich das innere verstand von dem was er tat sondern nur das äußere sah nach einigen Tagen war der Moment gekommen den er mittlerweile geradezu herbeigesehnt hatte er musste fast selbst über seine Heimlichkeit lächeln schließlich war niemand hier unten gegen ihn oder als Waffe angestellt wie beim Konzern oder auf der Burg Ein alter Lüftungsschacht diente ihm als Ausstieg der ihn an die Oberfläche führte eigentlich empfand er es fast so etwas wie seine Pflicht Shannon von dieser Verbindung zur Oberfläche zu erzählen doch war der Gedanke auch bedauerlich diese Möglichkeit zu verlieren nach außen zu gelangen schließlich trennte ihn nur noch ein Gitter von der Straße unter der er sich befand und er wartete ab und lauschte in die Nacht die draußen gerade herrschte es schienen keine Passanten oben zu sein nach einiger Zeit hob er das Gitter etwas an und starrte auf Höhe des Bordsteins die Straße entlang niemand auch auf der anderen Seite nicht der Schacht befand sich direkt an einer Hauswand er schob sich auf die Straße hinaus und legte schnell das Gitter wieder in Position es war schon wieder kühl hier draußen Herbst kurz lag er etwas wie benommen dann stand er auf und entfernte sich flink aber unauffällig vom Schacht die Nacht war sternenklar zu seiner großen Freude doch wohin nun er blickte sich um sah hinauf zwischen den Häuserschluchten neuralgische Punkte wie Verkehrsknotenpunkte oder Gleiterbahnstationen musste er meiden schließlich hatten sie ihn damals auch über die Scanner gefunden eigentlich war es ohnehin leichtsinnig was er hier tat und er musste sein schlechtes Gewissen den anderen gegenüber unterdrücken kurz darauf sah er etwas dunkles was aus den Häusern aufragte und nur durch wenige Laternen erleuchtet war ein Park mit einem Hügel darin er war früher selten in diesem Teil der Stadt gewesen und erinnerte sich nicht an den Namen des Parks schnell begab er sich dorthin und er klomm mit den Laternen sorgsam fernhielt zum Glück waren keine Menschen unterwegs sonst hätte er sicher Verdacht erregt hier als Krimineller herumzuschleichen so aber hatte er den Gipfel schnell erreicht und es bot sich ihm ein schöner Ausblick über die Lichter der Stadt die bis an den Horizont reichten und deren Helligkeit am Himmel reflektiert wurde er fand einen Platz am Ende einer Treppe wo er sich mit dem Rücken an Denkmal lehnen konnte und gleichzeitig den Weg einsehen der zu ihm heraufführte langsam beruhigte sich seine Atmung langsam beruhigte er sich im Anblick des Sternenhimmels dies war das nächste was er zum Kontakt erreichen konnte und es war gut dass er diesen kleinen Ausflug unternommen hatte jene Tiefe die der Kontakt bedeutet hatte erfasste langsam wieder seinen Geist er dachte zurück an seine Abende auf dem Dach seiner Baracke an der Burg und dann seine geglückte Flucht dann ließ er die Gedanken wieder zurück wie damals auch wenn es hier keine Induktorenfelder zu überwinden galt er wusste schließlich nicht mehr wie lange er so seine Zeit verbracht hatte doch es war sicher dringend zurück zu kehren er stand auf klopfte seine Hose ab und nahm wieder einen Weg abseits der und gellender Schmerz sein rechtes Bein durchzuckte sein Fußgelenk schmerzte beim Auftreten sodass er die Zähne zusammenbeißen musste um weiterzukommen im Geiste maß er die vor ihm liegende Strecke bis zum Einstieg in den Lüftungsschacht aus dem er gekommen war es erschien ihm ewig und trotzdem musste er es schaffen nach einer Zeit die ihm unendlich schien erreichte er endlich die Straße und den Einstieg wieder vorsichtig stand er in einem Hauseingang versteckt und beobachtete ob jemand kam niemand er humpelte bis zum Deckel des Lüftungsschachtes vor und vergewisserte sich noch einmal keine Beobachter er kniete sich unter Schmerzen seines Fußes hin öffnete schnell den Schacht Deckel und ließ sich in die Öffnung gleiten um dann auch sogleich den Deckel wieder zuzuziehen so weit so gut jetzt musste er sich in dem unterirdischen Labyrinth nur noch an seinen Weg erinnern humpelnd kriechend und teils auf allen Vieren gelangte er wieder in die Welt der Rebellen die ihm nun wie parallel zur Realität vorkam wieder in dem vertrauten Tunneln angekommen lief ihm als erstes Shannon über den Weg schon im Halbdunkel war die Besorgnis auf dessen Gesicht zu erkennen Agros geht es nicht gut ich habe dich gesucht zusammen gingen sie in die Kammer des Alten dieser lag blass auf seinem Bett und begrüßte die beiden nur noch mit einer Bewegung seiner Augenlider wie Dana saß bei ihm und hielt seine Hand leise wandte sich Shannon zu Aaron um und sprach mit gedämpfter Stimme und nicht mehr lange bei euch sein können begann er langsam und um atem ringend aber es ist auch wichtig du bist hier und ihr könnt es schaffen du und das Alpha und die anderen die Ordnung muss wieder weitergegeben werden auch auf dieser Ebene muss Aaron wollte sich stark zeigen doch es gelang ihm nicht seine wahren Gefühle zu verbergen nicht in diesem Moment wo er Phagros vielleicht nie wieder sah der Konzern ist so mächtig so großhaft ja nein Aaron suchten die geschmächten Arme des Alten ihren Weg zu Aarons Schulter nein sie sind nicht böse sie gehen nur einen anderen Weg versprich mir es nicht zu vergessen sie sind abgeschnitten sie haben keinen Kontakt sie gehören nicht dazu zu dem Wind in den Baum kronen den Wellen auf den Ozeanen den Tieren des Waldes deshalb versuchen sie auf eine andere Weise das Gefühl zu haben dazu zu gehören große Häuser Reichtum Herrschaft immer mehr davon Aaron ergriff die herabsinkenden Hände des Alten und nickte ich habe noch so viele Fragen es gibt Antworten auf sie alle schloss sich der Mund des Alten und öffnete sich wieder ohne dass allerdings etwas zu hören war Aaron brachte sein Ohr näher an den Mund des Alten ich habe nicht verstanden ich habe auch nichts gesagt schloss der Alte seine Augen lächelte und die letzte Kraft wich merklich aus seinem Körper kurz noch saß Aaron reglos da nun stand er auf um Shannon und Vidana zu holen er musste sie nicht lange suchen denn sie hatten vor der Tür der Kammer gewartet zusammen nahmen sie Abschied von dem Mann der sie alle zusammen gebracht hatte Phagros entglitt ihnen friedlich die nächsten Tage waren von Trauer erfüllt jeder hier unten tat es auf seine Weise einige waren wie Aaron schweigsamer als sonst einige weinten wie Vidana einige verdrängten Phagros Tod und ließen sich nichts anmerken allen war jedoch die Lücke schmerzlich gegenwärtig die entstanden war es war schwer sich vorzustellen weiterzumachen doch das war es natürlich was Phagros gewollt hätte Shannon kam zu Aaron um die Beerdigung zu besprechen und rasch einigten sie sich die kunde von der bevorstehenden Zeremonie verbreitete sich in Windeseile unter den Bewohnern der ehemaligen U-Bahn Tunnel und so standen sie in großer Zahl mit Fackeln am Ufer beiderseits eines großen unterirdischen Regenwasser Flusses den Aaron und Shannon als Platz für den letzten Abschied ausgewählt hatten die beiden standen auf einer Sandbank und hatten ein kleines Floß gebaut das den Leichnam tragen sollte auf seinem letzten Weg sie hielten eine kurze Rede über Phagros Einsatz für die Rebellen wo Shannon kurz ins Stocken kam ergänzte Aaron und auch andersherum schließlich war der Moment gekommen und sie führten beide zusammen die Fackel zu dem Haufen aus Reisig und Ästen auf dem Phagros auf der Barke aufgebahrt war schnell loderten die Flammen an vielen Stellen und sie schoben die Barke ins Wasser wo sie an all den Trauernden langsam vorübertrieb Vedana stimmte einen Gesang an der nicht nur aus Wörtern der alten Sprache bestand sondern auch aus einer Melodie von solcher Schönheit dass Aaron sich wie in eine andere Welt versetzt fühlte im Wechsel antworteten die Stimmen jener an denen die Barke gerade vorübertrieb und schließlich wiederholte der Chor aller noch einmal die Strophe Aaron fühlte den Schmerz seines Verlustes beinahe körperlich und doch musste er sich vorstellen wie ein Teil von Phagros Asche zum Grund des Flusses und Meeres herabsinken würde in das der Kanal endete und mit der Erde eins wurde ein weiterer Teil würde sich im Wasser lösen und mit ihm um die Welt treiben den Rest den nicht das Feuer verzehrt hatte würde mit den Flammen auffliegen in die Luft unter dem weiten Sternenhimmel draußen und alles würde wieder Teil von neu entstehendem werden auch dies war ein Kreis der noch mächtiger und älter war als Aaron Phagros und der Konzern Aaron trat zu Vidana und hielt sie als die Barke die letzten Fackeln am Ufer passierte und in die Dunkelheit am Ende ihres Blickfelds entschwand die Zeit die sie für weitere Trauer hatten war kurz schon bald traf die Nachricht ein wo die Kontaktanlage zu finden sein würde es war durchgedrungen dass die oberste Führungsspitze des Konzerns eine Feier veranstalten würde auf der auch die Maschine zum Kontakt ausgestellt sein sollte dies war die Information auf die die Rebellen gewartet hatten ein Moment eine Gelegenheit im allgemeinen Trubel an die Maschine zu gelangen die beste Chance schien darin zu bestehen dass einer der Anhänger der Aufständischen der beim Konzern mit der Vorbereitung der Festigkeiten beschäftigt war sie auf die Liste der Künstler setzte die dort auftreten sollten Musiker waren unter den Rebellen schnell gefunden und Shannon sollte sie auf dieser heiklen Mission anführen Die Verabredung wurde also getroffen und die Kontaktpersonen angewiesen sie auf die Künstlerliste zu setzen Die zwei nächsten Wochen vergingen mit Planung und Vorbereitung des Einsatzes Provisorisch wurden Instrumente programmiert auf die Musik die dem Anlass entsprechend sein könnte und Vedana übte ihre Stimme dazu da sie mit Abstand die beste Sängerin hier war auch wenn Aaron der Gedanke nicht gefiel dass sie sich direkt in die Höhle des Löwen begeben sollte Der Vorteil an den Kisten für die musikalische Ausrüstung war dass sie viel Platz für den Kontakt Apparat boten und für Aaron Shannon hatte Bedenken doch Leo unterstützte Aaron und Aaron ließ es sich nicht ausreden Er selbst wollte dabei sein in einer der Kisten so konnte er sicher sein dass das Richtige besorgt wurde und der würde in Vidanas Nähe sein Es wurde immer klarer wie dicht sie ihrem Ziel kommen würden Der Apparat würde direkt vor ihrem Auftritt gezeigt werden und dann in einem der Räume hinter der Bühne ohne viel Bewachung aufbewahrt werden Ihr Plan sah vor die Maschine mit Hilfe eines bereitgestellten Fluchtgleiters möglichst schnell in das war mit jedem Tag jeder Stunde jeder Minute die der Termin näher rückte Die langen Nächte mit Planungen zu ihrem Einsatz einerseits und dem Schaffen des musikalischen Programms andererseits gingen schließlich zu Ende Es kam der Morgen des Tages der Feier beim Konzern Aaron war schon früh wach und konnte nicht mehr einschlafen Fieberhaft ging sein Kopf immer wieder die Vorbereitungen durch Er wälzte sich auf seinem Lager Die Musik war erstellt Die Kisten für die Musikinstrumente waren so präpariert die Maschine und nicht zuletzt ihn selbst aufnehmen zu können Alles klang wie ein Streich doch hing so viel vom Ausgang des Tages ab Wenn alles gut ging würden sie gegen Mitternacht wieder in ihren Höhlen sein mit der Maschine zum Kontakt und er konnte die zweite geheime Verbindung zu den Satelliten aktivieren die Lubaschenkov ihm gezeigt hatte Er würde wieder Kontakt zum Alpha haben Lubaschenkov hätte es so gewollt Fagros hatte es so gewollt und Aaron wollte es mehr als alles andere Darüber hinaus war es eine Chance die sich wahrscheinlich so schnell nicht wieder bieten würde Schließlich erwachte auch Vidana neben ihm und schlang ihre Arme um ihn Larg schlief noch würde sie heute aber auch begleiten Lange wusch er sich in den Duschräumen trocknete sich aufwendig ab und ging schließlich in den Kommandostand wo er Shannon und Boren schon vorfand Shannon saß in einem Sessel vor den Monitoren und ließ sich noch einmal alle Informationen anzeigen die sie für heute benötigten während der wikingerhafte Boren mit einer Zigarette im Mundwinkel dabei war Kaffee zu bereiten und Aaron gleich eine Tasse mit Eingoss das Wetter draußen oben war trocken wenn auch kühl wie die Bildschirme und Sensoren anzeigten auf einem anderen der Bildschirme liefen noch einmal Bilder ihrer Kontaktpersonen beim Konzern durch bald danach kam Leo in den Kommandostand begrüßte sie knapp und nahm sich auch einen Kaffee es wurden wenige Worte gewechselt und nach und nach trafen alle im Kommandostand ein die für die heutige Aktion eingeplant waren dann ging es los Shannon blickte Aaron noch einmal tief an und sog Luft ein Shannon führte sie an trug mit Leu eine der Kisten dahinter folgten Lark und Aaron mit einer weiteren Vidana hielt sich bei Aaron Boren trug eine der Kisten alleine weiter hinten kam Lestia mit fünf von ihr trainierten Bewohnern dieser Höhlenwelt sie alle wussten um das Risiko ihres Einsatzes dozenter Male überlegte Aaron ob sie wirklich alles dabei hatten was sie brauchten seine freie rechte Hand ergriff Vidanas linke sie lächelte ihm zu als sie die Gänge und Höhlen durchschritten die so etwas wie ihr zu Hause geworden waren schließlich erreichten sie immer unbekanntere Bereiche möglichst nahe wollten sie bereits unterirdisch dem verbotenen Teil der Stadt kommen in dem der Konzern seinen Sitz hatte noch einmal versuchte Lark sie aufzuhalten ihre Mission auf später zu verschieben noch einmal widersprachen sie ihm widersprachen ihrer eigenen Furcht dann war es soweit der Ausstieg ein unscheinbarer Entwässerungsausgang der Kanalisation hinter vielen Sträuchern in einem Park vorsichtig lugte Shannon durch die Büsche um nach Passanten zu schauen niemand schnell brachten sie sich und ihre Kisten an die Oberfläche und auf den angelegten Weg sie mussten sich nun ganz auf die Rolle als Musiker konzentrieren die sorgsam und mit Hilfe von Kollaboratoren an der Oberfläche konstruiert worden war die Daten die über sie in den Rechnern des Konzerns abgelegt worden waren sollten ein Garant für ein freies Geleit bis zur Feier sein auf der sie spielen sollten und von dort zurück mit möglichst gleichmütiger Miene atmeten sie die freie ungefilterte Luft der Oberfläche und versuchten ihre Augen auf das gleißende Licht der natürlichen Sonne einzustellen die Geräusche in den Straßen waren Aaron wohl vertraut auch wenn er sie lange nicht gehört hatte Aaron betrachtete Shannon dessen Blick umherwanderte als er sich orientierte Leo deutete mit seinem Kopf in eine Richtung und Shannon nickte knapp unweit des Parks lag eine Bar in der sie verabredet waren ihren Transportgleiter zu bekommen der ihnen einen glaubhaften Auftritt beim Konzern aber auch eine möglichst glatte Flucht ermöglichen sollte sie trugen ihre Kisten bis zu einem Hintereingang in einem Hof auf dem sich der Müll stapelte Shannon klopfte in jener bestimmten Weise an die stehlende Tür und kurz darauf wurden deren beide Flügel geöffnet der Wirt der Kneipe ein hagerer älterer Mann begrüßte sie mit oberflächlicher Lässigkeit doch seine Augen und die nervösen Zwei Rebellen und er trug und er trug weite Kleidung Lestia blieb ruhig doch dann schloss sich der Deckel stellen stellen und kein Operator meldete sich sie probierten ihre eigenen Kommunikatoren um ihre Verbündeten beim Konzern zu erreichen doch auch hier war keine Verbindung möglich sie wurden offensichtlich abgeschirmt Angst zeigte sich auf Vidanas Gesicht die auf dem Rand von Ahrons Kiste saß er ergriff ihre Hand ratlos sammelten sich alle gefangenen Widerständler bei Ahrons Kiste war es Absicht oder Zufall dass der Lagerraum verriegelt worden war Befehl oder eigenmächtiges gedankenloses Handeln eines Konzernangestellten in der Kommandozentrale des Palastes sie wussten es nicht konnten nur warten und den Raum genauer untersuchen in dem sie sich befanden es gab nur Kisten über Kisten eigentlich mehr als für den heutigen Abend gebraucht wurden einige wenige ließen sich öffnen enthielten aber nur wenig hilfreiches Material Essensvorräte Ersatzteile für technische Maschinen Boren schob schließlich eine der größeren Kisten vor das Tor das den Lagerraum mit dem Palast verbannt da es auf großer Höhe ein Fenster besaß er bestieg die Kiste doch war immer noch zu klein um durch das Fenster zu blicken Shannon begab sich auf Borens Schultern und blickte durch die schweren Panzer Glasscheiben Menschen lagen über denen sich Wolken von etwas befanden Rauch Qualm sie bewegten sich nicht mehr Ratlosigkeit wurde Gewissheit es war kein Zufall die Führungsspitze des Konzerns hatte aufgeräumt Crone und seine Leute waren mit Sicherheit nicht unter den Vergifteten in den Schock kam ein Ruckeln des gesamten Lagerraums das sie alle von den Beinen holte gerade noch konnte der dicke Boren Shannon abfangen sodass diesem bei ihrem gemeinsamen Sturz von der Kiste nichts passierte Der komplette Lagerraum setzte sich in Bewegung Das rötliche Licht in seinem Inneren flackerte kurz Langsam wurde er vom Palast hinweg gezogen Boren und Shannon hatten sich aufgerappelt und blickten wiederum aus dem Fenster Beklommenheit machte sich breit Offensichtlich wurden sie mitsamt dem sonstigen Material Irgendwohin transportiert Kapitel 6 Hinauf Shannon der wieder auf Borens Schultern stand beobachtete aufmerksam durch das Fenster Boren hatte vorgeschlagen die Scheibe zu zertrümmern um zu fliehen doch das Material hielt jeglichen Versuchen stand und wenn man sie jetzt draußen sah war nicht abzusehen was passieren würde sie konnten fürs erste nur warten und beobachten Shannon beschrieb was er sah und sie versuchten sich aus ihrem Gedächtnis an die Karten des verbotenen Bezirks der Stadt zu orientieren sie bewegten sich auf den Raumfahrtbereich zu startrampen kamen in Shennons Blickfeld die Sonnenbarke entfuhr es Shannon schließlich Unverständnis machte sich auf den Gesichtern der anderen breit es gibt einen Plan die innere Spitze des Konzerns auf eine Station in einer Umlaufbahn um die Erde zu verlegen erläuterte er Leo zunickend um ihm zu bedeuten weiter auszuführen doch Leo nickt nur zurück und so fuhr Shennon fort die Sonnenbarke ist die Station die das neue Hauptquartier des Konzerns aufnehmen soll bisher dachten wir es handle sich nur um ein Gerücht Lark blickte sich um denkt ihr die Fracht hier könnte für die Sonnenbarke bestimmt sein Shennon wies auf die Kiste mit der Maschine zum Kontakt es würde Sinn machen wie eine zähflüssige Masse breitete sich unter ihnen die Erkenntnis aus dass ihnen in ihrem Lagerraum eventuell ein Raumflug bevorstand ein Raumflug direkt in das neue Herz des Konzerns als sich diese Erkenntnis durchgesetzt hatte begannen sie in Windeseile die übrigen Kisten zu durchsuchen Waffen Hinweise irgendetwas was sie gebrauchen konnten doch nichts davon war vorhanden beruhigend war allein die Tatsache dass einige der Kisten die mit Löchern versehen waren auch Pflanzen enthielten es würde also hoffentlich für Luft und ausreichende Temperaturen gesorgt sein aus Vermutung wurde Gewissheit sie wurden tatsächlich in eine der riesigen Transportfähren des Konzerns verladen alle Versuche sich aus ihrer stählenden Falle zu befreien scheiterten kläglich wie gelähmt ließen sie sich schließlich zusammen auf dem Boden nieder ihre Blicke waren nach oben gerichtet und sie lauschten breiteten sie ihre Arme aus um nicht umgeworfen zu werden schließlich rastete ihr Behältnis in einem größeren Laderaum merklich ein und von da an wurden nur noch weitere über sie gestapelt dann setzte Stille ein niemand sagte etwas Larg war der erste der wieder zu Worten fand ich hatte ja schon oft Probleme aber das fast sehnsüchtig blickte Aaron zu der Kiste mit der Maschine zum Kontakt ohne entsprechend leistungsfähige Stromversorgung war sie zunächst nutzlos seine Hand ergriff jene der neben ihm liegenden Vidana ihr Blick verriet Angst große Angst sie konnten nur warten irgendwann würde der Start kommen danach würde es nur eine Frage der Zeit sein bis jemand ihren Transportcontainer öffnen würde wie viele Sicherheitskräfte würden auf der Sonnenbarke sein wie vielen würde Crone so weit vertrauen sie in dieses allerheiligste des Konzerns zu lassen dieser Gedanke weckte neue Hoffnungen in Aaron und sein Kopf arbeitete fieberhaft an einem Plan sie konnten aufgeben oder etwas unternehmen wenn sie etwas unternahmen dann hatten sie es wenigstens versucht ein Ruckeln kündete den Start an wiederum flackerte das rötliche Notlicht im Container kurz offensichtlich waren Halterungen am äußeren der Fähre gelöst worden dann zündeten die Triebwerke und sie spürten die ganze Kraft des Giganten wer nicht ohnehin am Boden lag wurde dorthin flach niedergedrückt vorsichtig robbte Aaron etwas näher an Shannon heran und zupfte ihm am Hosenbein bis dieser sich mit dem Kopf zu ihm wandte so leise es bei dem Lärm des Starts ging wogen sie ihre Chancen ab bis der Lärm jeglichen Kontakt unterbrach und jeder nur noch seinen eigenen Gedanken nachhängen konnte zuerst setzte Stille ein dann Schwerelosigkeit sie wirkte sich auf jeden unter ihnen anders aus während sie lag ein beklummenes Gefühl von Übelkeit brachte hätte sie bei Aaron und Vidana unter anderen Umständen eher Freude und Leichtigkeit ausgelöst lag verzog sein Gesicht glaubt ihr dass wir das hier irgendwie gut überstehen fragte er mit leicht zitternder Stimme wir sollten die Hoffnung nicht aufgeben vielleicht haben sie nicht viele Kräfte oben versuchte Aaron zuversichtlich zu klingen es ist eine Falle brachte lag nur noch gepresst hervor wenn wir die Hoffnung aufgeben haben wir schon verloren entgegnete Aaron in Gedanken und zog sich hoch um sich noch einmal zum Tor ihres Containers zu bewegen Shannon begleitete ihn vorsichtig inspizierten sie noch einmal den Verschluss ihres Gefängnisses die Schwerelosigkeit macht es dabei einfach alle Stellen des Tores genau zu betrachten man konnte einfach hinschweben schließlich fand Shannon eine freiliegende Leitung in der Wand Verkleidung und rief Boren hinzu und dieser bewegte sich erstaunlich leichtfüßig im Gegensatz zum enormen Körpergewicht das er auf der Erde normalerweise hatte mit vereinten Kräften gelang es ihnen zu dritt das Kabel weiter aus der Wand herauszuziehen die Augen der anderen folgten ihnen dabei aufmerksam als das vollbracht war zog Shannon ein kleines handliches Taschenwerkzeug aus seinen Sachen und begann die Isolierung des Kabels abzuschaben bis schließlich die einzelnen Adern freilagen und er sie gesamt durchtrennte nichts geschah Shannon versuchte probehalber an der Tür zu rütteln doch sie blieb weiterhin fest verschlossen Boren sah sich die einzelnen Adern im Schein einer kleinen Lampe genauer an und diskutierte mit Shannon über die Bedeutung ihrer Farben da sie nicht zu einem Ergebnis kamen hielt er wahllos zwei der Kabelstränge zusammen wieder geschah nichts beim zweiten Versuch klappte es Funken stoben auseinander als er zwei weitere Kabel Enden probierte hektisch wandte er seinen Kopf ab die Kabel jedoch weiter zusammen mit einem kurzen widerwilligen Ruck entriegelte die Tür sich und fuhr etwa handbreit auf Ungläubiges Raunen ging durch die Gruppe auch wenn allen bewusst war dass dies zwar die Tür zum Laderaum war nicht aber zu ihrer wirklichen Freiheit Dennoch schoben sie weiter auf Der schmale Spalt zwischen stählenden Rahmen und Tür wurde breiter und gab die Dunkelheit dahinter frei Schließlich zwängte Shannon sich mühsam hindurch und verschwand im Finsteren Barron steckte seinen Kopf dahinter hindurch und blickte ihm nach Nach langem Tasten hatte Shannon die Notbeleuchtung des Laderaums gefunden und als er sie anschaltete war im schwachen Rotlicht die Dimension ihres Gefängnisses zu erahnen Dutzende von mehr als mannshohen Containern waren gestapelt mit engen Belüftungs- und Versorgungsgängen dazwischen Shannon rief zu den anderen zurück dass er sich etwas umsehen wolle und zog sie schwebend an den Griffen der Container vorwärts sie konnten nur warten Lark malte sich unterdessen aus wie Shannon geschnappt werden und sie alle gefunden würden Aaron war nervös und diese Nervosität hinderte ihn daran sich zu konzentrieren seine Gedanken liefen in Kreisen er hasste es eine Ewigkeit später erklang von der Tür das Klopfzeichen das allen Mitgliedern des Widerstands vertraut war Shannon war zurück und sie schoben die provisorisch verschlossene Tür wieder auf Nichts nur Container berichtete er und ließ sich neben den anderen auf dem Boden gleiten wir können nur abwarten die Köpfe senkten sich Aaron und Vidana blickten sich an und fast wie auf ein vereinbartes Signal begaben sie sich beide zu der Tür sie sagten dass sie sich auch ein wenig umblicken wollten und begaben sich durch den Spalt es tat gut etwas abgeschieden von den anderen zu sein sie fanden eine etwas dunklere ecke und küßten sich leidenschaftlich dann setzten sie ihren weg zwischen den Containern hindurch fort am ende eines ganges durch den sie blickten sahen sie gleißendes licht Aaron zog sich in den gang rein und kam dem gleißen näher es rührte von einem Fenster her in das das Sonnenlicht von draußen mit der ungefilterten Kraft des Weltalls hineinschien als sich das Schiff drehte konnten sie den Sternenhimmel sehen um Milliarden mehr Sterne als von jedem Punkt auf der Erde waren von hier aus zu erblicken er umschlang Vidana mit seinen Armen und schob sie vor sich so dass sie vor ihm durch das Fenster blicken konnte auch er blickte hinaus und genoss dabei das Gefühl ihres Körpers fanden ihre Münder sich und er drückte sie noch stärker an sich seine Hände wanderten suchend nach einem Weg noch näher zu ihr noch dichter sie fanden den Weg in ihre Kleidung und zu ihrer Haut zogen ihre Kleidung herab ihr Körper drückte sich daran es war fast so als könnte er das Leben selbst in ihr spüren seine Gedanken eilten zurück zu dem Fest in ihrer Siedlung dort unten damals zu der Höhle am Strand zu der Weite der Felder dort unten durch die sie zusammen gewandert waren sie legte ihre Hände auf die von den Sonnenstrahlen gewärmte dicke Außenscheibe hinter der die Sterne im unendlichen Schwarz des Raumes funkelten dicht drängte er sich an sie zu ihr zu dem warmen zarten Leben in ihr in sie als könnte er es berühren sie genoss es schmiegte sich noch enger an ihn er schob sie noch weiter an die Scheibe und immer leidenschaftlicher und ausgelassener fanden beide Körper ihren gemeinsamen Rhythmus immer mehr gelangten sie zu ihrer eigenen Insel weit ab von der Zeit und der Bedrohtheit sie waren eins dann geschah es und bei der Atem wurde wieder ruhiger flacher er hielt sie weiter fest umschlungen und konnte ihren Herzschlag fühlen der noch immer vom gewesenen schnell und stark war sie öffnete die Augen und beide blickten hinaus auf die Erde die sich unbemerkt in das Blickfeld ihres Fensters geschoben geschoben hatte es war als würden sie ihren Heimatplaneten das erste Mal erblicken alle ihre Gedanken schienen so weit entfernt wie die Erde auf die sie blickten Aarons Augen fielen zu und er ließ sich in die Wärme und Schwerelosigkeit entgleiten die ihn umfing er wusste nicht wie viel Zeit vergangen war als er wieder erwachte wie Dana die er noch immer im Arm hielt hatte ihre Augen geschlossen und atmete weich und gleichmäßig vorsichtig drehte er sie beide wieder so hin dass er aus dem Fenster blicken konnte während sie weiterhin schlief es war der Mond der mittlerweile hineinschien stumm und fahl klar sah er die einzelnen Krater und Verwerfungen auf der Oberfläche er wünschte sich diesen Moment für immer festhalten zu können doch schon ergriffen die Gedanken wieder von ihm Besitz an die anderen Wartenden von ihnen an die Gefahr in der sie alle schwebten er versuchte noch sich diesen Gedanken zu verweigern doch als schließlich nur noch der leere Raum vor ihrem Fenster zu sehen war und die Glasscheibe fühlbar kälter wurde weckte er wie Dana vorsichtig mit einem Kuss sie blinzelte und küßte ihn zurück noch leicht benommen ordneten sie ihre Kleidung und begaben sich wieder in die Richtung aus der sie durch die schmalen Gänge zwischen den Ladungscontainern gekommen waren als sie wieder zu den anderen zurück kamen war die gedrückte Stimmung fast mit Händen zu greifen nur kurz fragte Shannon ob sie etwas Hilfreiches gefunden hätten doch Aaron hatte auch auf dem Rückweg nichts bemerkt was ihre Lage hätte verbessern können früher oder später würde das Raumschiff an die Sonnenbarke andocken und die Container entladen und sie entdeckt werden sie ließen sich zu den anderen auf dem Boden nieder denn es gab nichts was sie in dieser Situation tun konnten alles was auch nur im entferntesten als Waffe dienen konnte lag bereit die Überraschung des Ladepersonals würde ihnen zunächst helfen doch sie würde nicht Kräften der Sonnenbarke zu tun bekommen er fragte sich wie es wäre zu sterben tausende Male versuchte er sich vorzustellen was ihn erwartete tausend mal erstickte er vorzeitig im Laderaum tausend male starb er in sengender Hitze im Laderaum tausend male wurde er entdeckt und niedergeschossen fast wünschte Aaron sich eine der Sachen zu sein vielleicht eine der Pflanzen sie hatten es nicht was auf sie zukam und niemand würde ihnen etwas tun oder würde er auch dieses mal im Hinblick auf seine besonderen Fähigkeiten verschont werden er merkte dass er dann nichts gewonnen hätte wenn sie nicht auch Vidana verschonen würden er blickte zu Vidana hinüber die zwischen den Fracht Gegenständen herumschwebte und sich nervös umsah der metallische Klang des Andockens an die Sonnenbarke ging durch und blickten gebannt auf die Wände ihres Gefängnisses Lark entfuhr ein gemurmelter Fluch dann setzte die künstliche Schwerkraft ein und sie sackten alle auf dem Boden zusammen wo sie gerade waren Vidana lag quer über einer Frachtkiste und machte sich auf sich zu Aaron zu schieben sie lauschten wagten nicht auch nur ein Wort zu sagen jeder griff nur nach dem was er sich los war mit Brettern Stielen und sonstigen gegen die Waffen des Sicherheitsdienstes ankämpfen zu wollen die Stille war das Schlimmste sie und die Gewissheit dass in wenigen Sekunden alles vorbei sein konnte Aaron nahm nur überlaut Borens schnaufende Atemzüge war schließlich hörten sie gedämpft wie mit dem Ausladen der riesigen Frachtcontainer begonnen wurde noch waren die Geräusche weit entfernt noch Stunde um Stunde kamen die Arbeitsgeräusche näher Container um Container um sie herum wurde ausgeladen dann waren auch sie an der Reihe sie setzten sich in ihrem stählenden Gefängnis in Bewegung wurden gerückt herumgedreht abgestellt wieder aufgenommen und wiederum abgestellt ohne Worte krochen alle in Richtung Tür und machten sich angriffsbereit nach Art einer wilden Horde in Erwartung des armen Ladeoffiziers aus der die Tür öffnen würde starrten sie alle darauf das Arbeiten der Verriegelungsautomatik kündigte ihnen an dass der Moment der Konfrontation unmittelbar bevorstand doch nicht die Tür sprang auf sondern die komplette Wand ihres Containers fuhr nach oben hinweg und gab den Blick frei auf etwa zwei dutzend schwarz bekleidete Sicherheitssoldaten des Konzerns mit vorgehaltenen Waffen langsam ließen die Rebellen entgleiten was sie in der Hand hielten eine leichte Auf- und Abbewegung der Waffen der Soldaten bedeutete ihnen sich hinzuknien einige der Soldaten lösten sich aus ihrer Verteidigungsstellung und traten in die Reihen der Rebellen Boren und Shannon waren die Ersten denen ins Rückgrat getreten wurde sodass sie vorn über fielen und auf dem Gesicht zu Boden liegen blieben Die Soldaten legten ihnen an Handgelenken und Knöcheln Schnellfesseln an die nur aus einem Kunststoff Band bestanden das durch einen Schlitz in sich selbst gezogen wurde Nach und nach wurden alle Rebellen so gefesselt Auch Aaron kam an die Reihe Er überlegte ob diese Sicherheitsleute wohl wussten wen sie vor sich hatten Er schwieg und verriet es ihnen nicht Unweit von ihm erhob sich Liu nickte dem Soldaten kurz zu und ging unbehelligt zu ihrem immer noch vor dem Container mit vorgehaltener Waffe stehenden Anführer Einige unverständliche Worte wurden gewechselt und einer der Soldaten warf Liu eine Waffe zu die dieser nun auch auf die Rebellen Gruppe hielt Aaron war der Erste der den Verrat begriff doch nun wurden auch andere dessen gewahr wie er an ihren versteinerten hasserfüllten Blicken erkennen konnte er selbst fühlte keinen Hass nur Leere aber auch eine fast befreiende Einbeutigkeit es bedurfte keiner Worte mehr um klar werden zu lassen dass Liu sie ins offene Messer laufen lassen hatte nachdem alle gefesselt waren begann der Abtransport einzeln wurden sie zu flachen Transportgleitern getragen und aufeinander gestapelt alles geschah mit Ruhe und Selbstverständlichkeit die wesentlich beängstigender war als blanke Gewalt Aaron blickte Vidana noch einmal tief in die Augen und formte seine Lippen zu einem Kuss bevor auch sie an ihren Fesseln angehoben und weggetragen wurde er selbst wurde separat auf eine der Bänke eines Soldatentransporters gelegt was die Frage beantwortete ob man seine Identität auch hier kannte nachdem alle Rebellen aufgeladen waren kamen die Soldaten zu dem Transportgleiter und die Bänke neben Aaron füllten sich direkt neben ihm kam Liu zu sitzen dann setzte sich der Gleiter in Bewegung Aaron vermied jeden Blick zu Liu er fühlte auch jetzt keinen Hass in sich es war eher kälte auch wenn Aaron klar war dass dies eigentlich sein Todesurteil sein dürfte fühlte er kaum Angst seine Augen wanderten über die hohe Decke der gigantischen Laderaum Konstruktion folgten den Stahlstreben wie in einem Film sah er was mit ihm geschah wie in Watte nahm er sich wahr alles was er wusste war dass er Widana vermisste er fragte sich ob er sie noch einmal sehen würde das Leben drohte an ihm vorbeizufließen und er entschloss sich es fließen zu lassen seine Gedanken wanderten zurück zu seinem Fluss und er konnte fühlen wie er ihn genau hierher gespült hatte die Quelle lag in der Dunkelheit doch hier und heute würde der Fluss ins Meer münden wie er auch immer es ausgehen mochte er wusste nicht ob er erschossen gefoltert oder sonst etwas würde doch er wusste dass es letztlich keine Rolle spielen würde da das was er getan hatte genau das richtige gewesen war sterben würde nur ein Übergang sein so wie sein Fluss in das Meer gemündet war würde sein Bewusstsein in den Ozean der Gedanken des Alpha zurückfließen eine Gelassenheit hüllte ihn ein die er nicht mehr gefühlt hatte seit er ein Kind gewesen war er musste fast lächeln und seine Augen folgten den Kanten des Bodens und der Sitze des Transporters auch diese Fahrt fand ein Ende vor einer Stahltür hielt der Gleiter an und die Soldaten luden ihn ab die Art wie Leou sich in seiner Nähe hielt jedoch nie wagte ihm direkt in die Augen zu sehen hatte fast etwas komisches an sich Aaron war seine Beute doch etwas war falsch nur Aarons Körper war gefangen der Rest freier denn je die Stahltür öffnete sich in der Mitte zu beiden Seiten und gab das Innere eines Fahrstuhls frei in den er sogleich unsanft hineingestoßen wurde er bewegte sich hinauf wie er beim Anfahren merkte auch hier standen seine Begleiter wieder mit den Augen auf die Wände starrend die Finger an den Abzügen ihrer Waffen als sich die Türen öffnete zeigte sich wie weit der Fahrstuhl sie tatsächlich hinaufgefahren hatte wertvolle Teppiche bedeckten den Boden große in Gold gefasste Spiegel zierten die Wände es war augenfällig dass sie ihn sicher nicht gerade hierher gebracht hatten um ihn zu erschießen es war ein luxuriös eingerichteter Flur an dessen Ende in etwa 20 Metern eine große Stahltür lag die vier Elitesoldaten des Sicherheitsdienstes davor grüßten Leo freundlich durch ein Nicken erschien ihnen bekannt zu sein und einer schob eine Hand in eines der Identifikationsgeräte die Tür zum allerheiligsten des Konzerns fuhr lautlos aber kraftvoll auf und gab den Blick frei auf eine Kommandobrücke die aussah wie die überdimensionale Suite eines Luxushotels Couch Landschaften riesige Panoramascheiben mit Blick zu den Sternen ein Konferenztisch mit Sesseln aus edlem Leder zu jenem wurde Aaron geführt sie waren besetzt mit älteren Männern oberste Führungsschicht des Konzerns offensichtlich Aaron zählte sieben Unbekannte neben einem bekannten Gesicht an der entfernten Seite der Versammlung es gehörte dem Mann der über 12 Milliarden Untergebene auf der Erde und den benachbarten Siedlungsplaneten bestimmte John Crone Als Aaron zögerte erhielt er einen Stoß in den Rücken von dem er nicht wusste ob er von Leu stammte oder von einer der Wachen stumm betrachteten die Männer in den Sesseln Aaron und seine Begleiter auf ihrem Weg Aarons Herz schlug nicht mehr schneller als normal sein Gang war federnd und leicht es gab hier so wenig Angst wie es Schatten auf der Sonne selbst gab er fühlte nur den Fluss des Lebens durch sich strömen klar und rein was immer Crone auch mit ihm machen würde was er erlebt hatte auf dieser Welt konnte nicht mehr zerstört werden er atmete tief an der Stirnseite des Tisches angekommen wurde Aaron sogleich von Crones Blick fixiert bis dieser seine Augen kurz abwandte um die Wachen mit einem Nicken zu verabschieden erst als diese außer Hörweite waren wandte Crone sich an Liu du bringst ihn uns wie befohlen Aaron bemerkte einen roten münzengroßen Leuchtpunkt auf seiner zerschlissenen Kleidung über dem Punkt wo sein Herz seinen Sitz hatte eine automatische Zieleinrichtung offensichtlich die auch kleinsten Bewegungen präzise folgte es schreckte ihn nicht sonderlich so würde es zumindest schnell gehen wenn dies sein Ende sein sollte er dachte an Vidana und daran wie es ihr ergehen würde gut so du kannst dich entfernen wollte Crone auch Liu verabschieden Aaron merkte ein nervöses Zucken in Leos Augenwinkeln die Ausstrahlung des siegreichen Verräters wich einer unterschwelligen Verwirrung stockend begann Liu aber die Vereinbarung eine Augenbraue Crones hob sich doch er sprang Liu nicht hilfreich bei mein Sitz im Vorstand führte Liu aus und sah sich um ein kurzes Raunen ging durch die Anwesenden und noch mit der rest ging im Murmeln der Anwesenden unter auf ein Handzeichen von Crone hin wurde Leos lebloser Körper von zwei Soldaten abtransportiert langsam beruhigte sich die Stimmung wieder und Crone fuhr fort nun aber wieder zum Geschäft Aaron auch wenn ihr Wille zur Kooperation bisher nicht besonders groß war war der kritische Unterton Crones Stimme nicht zu überhören während sein Blick dem Blick Aarons zu einigen tiefen Metallschalen folgte die auf dem Konferenztischen vor den Männern standen es befanden sich darin eine Art Käfer von einer Größe die Aaron noch nicht gesehen hatte sie waren etwa zitronengroß daran dünne unbehaarte Beine einzelne Exemplare versuchten aus den Schalen zu klettern glitten jedoch immer wieder an den glatten stählernen Wänden ab und rutschten zurück eine sehr gesunde Sache das Sekret aus den Drüsen dieser Käfer Gattung man sagt jeder einzelne davon verlängert ihr Leben um einen Tag führte Crone fast hilfsbereit aus griff nach einem Exemplar und warf es Aaron zu dieser trat ein wenig zur Seite und der Käfer fiel neben ihm zu Boden blitzschnell lief dieser in die Deckung der Konferenztische zurück an denen Crone und die restlichen Männer saßen Crone versuchte keine Mine zu verziehen wie dem auch sei doch ich habe vergessen sie vorzustellen Aaron der Vorstand abgesandte der sieben führenden Familien als Inhaber des Konzerns der Konzern ist heute eine zentrale Einrichtung die den Menschen Wachstum und Ordnung bringt er bietet die wohl einzigartigsten Möglichkeiten in der Geschichte der Menschheit einzelne Opfer sind da unabdingbar schloss Crone einschmeichelnd Aaron blickte zögernd in die Runde professionelle Herablassung blickte ihn von der anderen Seite her an man merkte deutlich dass seine Gegenüber es gewohnt waren Macht auszuüben bis in den kleinsten Winkel der Erde und darüber hinaus ein Vorhang glitt zur Seite und gab den Blick frei auf die Aaron wohl bekannte Apparatur zum Kontakt die er in Lubaschenkows Büro zum ersten Mal gesehen hatte hierher war sie also gebracht worden Aaron spürte eine ungeheure Anziehung bei dem Gedanken jenen Kontakt wieder aufzunehmen doch er bemühte sich eine unbewegte Mine aufzusetzen dieses Mal werde ich ihrem Kontakt etwas näher beiwohnen sagte Crone und legte damit ein weiteres Set aus Helm und Kabeln zum Ableiten von Gehirnwellen auf den Tisch neben sich Aaron zögerte er war überrascht doch in Crones Stimme hatte noch etwas anderes mitgeklungen außer sachlichem Interesse eines der weiteren Vorstandsmitglieder fühlte sich bemüßigt den kurzen Moment der Stille der entstanden war Sie müssen es wie schon einmal durch uns angedeutet nicht umsonst tun wir könnten sicher zu einem beide Seiten befriedigen denn sah er schon an Aarons Augen dessen Missmut über diesen Vorschlag und führte ihn nicht weiter aus Aaron brachte dieser Gedanke zurück zu den früheren Mitgliedern des Kreises über Generationen und Tausende von Jahren hatten sie die Wahl ihr Wissen zu teilen oder mit ins Grab zu nehmen der letzte einer langen Reihe egal wie die jetzige Situation ausgehen mochte bedenken sie welchen Ruhm es ihnen einbringen könnte nicht wenige würden sie als einen Held sehen die Lösung vieler Probleme könnte ihren Namen tragen versuchte es ein anderer ihr zukünftiges Dasein wäre äußerst angenehm hier auf der Sonnenbarke müssten sie auf nichts verzichten was das Leben angenehm macht Frauen warf ein anderer ein und genüsse jeder anderen Art sie könnten haben was jedes Mitglied der sieben Familien auch hat sie könnten es jenen zeigen die jemals an ihnen gezweifelt haben Aaron krone 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 hatte seinen blick kaum von aaron abgewandt sehen sie wenn es ein etwas romantisches gefühl von verbundenheit zu ihren komplizen ist was sie abhält schauen wir uns etwas an bediente er einen knopf in der armlehne seines sessels und wies auf eine überdimensionale projektionsfläche hinter sich die aufleuchtete und die zelle zeigte in der aarons gefährten zusammen gepfercht waren unter ihnen waren auch wie danas lange schwarze haare von oben zu erkennen ein anzeigebalken neben der bildübertragung war blau eingefärbt und krone kürzte ihn mit einer bewegung seines fingers ein bis der farbton ins rötliche ging was ich ihnen zeigen möchte ist wie jedes dieser individuen reagiert begann krone langsam und es war zu sehen wie den zellen insassen langsam der sauerstoff ausging sie standen ängstlich und dicht zusammengedrängt bis krone einen weiteren regler betätigte diesmal jedoch nach oben ein einfacher luftzug unter der tür kommentierte krone bewirkt so viel während die gruppe in der zelle sich auflöste und alle sich dabei wegdrängten möglichst ritze unter der tür zu kommen mit der nase obwohl auch der luftstrom nicht mehr sauerstoff enthält als die übrige luft die sie auch in jeder anderen ecke des raums atmen könnten seien sie also nicht starrköpfig helfen sie uns allen schloss krone ab und hob den sauerstoff regler gerade eben über ein markiertes mindest maß an aron nickte zögernd doch auch ohne die unausgesprochene erpressung hätte er kaum dem drang widerstehen können wieder den zustand des kontaktes zu fühlen jetzt wo er der funktionsbereiten maschine so nahe war krone musste dies in aarons augen gesehen haben und wies stumm in richtung maschine aaron folgte ihm soldaten kamen und umringten ihn ihr befehlshaber fragte etwas doch krone verneinte er schien sich sicher zu sein aaron wurde zu einem der beiden sessel geführt die neben der maschine standen der befehlshaber der soldaten trat an die bedieneinheit der maschine aaron fragte sich wie sich dieser kontakt gestalten würde würde es ihm gelingen das alpha zu überzeugen ihm gegen crone zu helfen war nicht auch crone letztlich eine idee des alpha aaron merkte dass er einen weiten weg gekommen war seit seinem kontakt an jedem abend unter der universität er vermisste fahrgross und lukaschenkow noch immer nun musste er seine antworten allein finden nun denn wir sollten die motivation etwas erhöhen fuhr crone danach verschwörerisch fort wobei er ein handzeichen in richtung der umstehenden soldaten machte zwei entfernten sich und eine kleine pause entstand in der crone selbst den sessel dem sitz aarons darin anpasste und eine breite stälerne leiste über seine taille legte diese wurde auf der anderen seite am sessel verschlossen so dass sie jeglichen fluchtversuch verhindern sollte sein blick wandte sich dann jedoch zu den beiden soldaten die mit vidana in ihrer mitte wieder kamen aarons herz schlug schneller in dem moment als er vidana sah er zog insgeheim an der stahlleiste die ihn an seinem platz hielt doch sie gab keine millimeter nach vidana schien bisher nichts ernsthaftes zugestoßen zu sein was ihm auch ein schneller blick andeutete den sie austauschten crone setzte sich langsam in bewegung auf vidana und ihre bewacher zu aaron musste sich zwingen ruhig zu bleiben bei der vorstellung dass crone sie auch nur berühren würde doch dieser murmelte nur etwas unverständliches in richtung eines soldaten neben ihr und streckte seine hand nach dessen waffe aus der soldat war sichtlich irritiert blickte sich kurz um und tat wie geheißen indem crone eine kurzläufige handwaffe aus seinem halfter übergab ein moment des zögerns entstand in dem nicht klar war was nun geschehen würde die waffe in crones hand richtete sich zunächst auf vidana wurde jedoch sogleich in richtung der maschine zum kontakt geführt crones augen funkelten fast unmerklich als er wieder zu aaron trat die waffe weiter auf die maschine gerichtet und zischte leise das ist was dir mehr bedeutet nicht wahr innerlich triumphierte aaron angesichts von crones falscher einschätzung der lage einer doppelten fehl einschätzung crone legte auch die zweite hand auf den lauf der waffe dach eine gelegenheit sollst du noch bekommen sonst bewegte er die waffe leicht auf und ab wie in einer schussbewegung trotz allem gewann aaron so zeit zeit um nachzudenken zeit mit vidana crone gab die waffe an den soldaten zurück und begab sich zum zweiten sessel neben der apparatur wo auch er eines der sets anlegte die ihn mit der maschine verbanden an und schloss dann die augen alles begann wie damals wieder führte aaron die besondere gegenwart wieder war es das felsige gipfel plateau er blickte sich um und merkte dass die jahreszeit fortgeschritten war seit dem letzten mal ringsum war jetzt der winter hereingebrochen und berggipfel und tal glichen kalten grauen einöden dieses mal versuchte er es nicht mit gesprochener sprache sondern probierte auf bildlicher ebene verständlich zu machen und tatsächlich spürte er wieder das gefühl von innigem willkommen sein aaron genoss das tiefgreifende gefühl das ihm der kontakt zum alpha vermittelte es ließ ihn völlig vergessen was um ihn herum auf seiner eigenen ebene geschah das alpha war offensichtlich weiter geschwächt als beim ersten mal der körper lag und aaron hatte eine ahnung von unterdrücktem schmerz er wusste nicht mehr wie viel zeit vergangen war als er sich eines schemenhaften schattens neben sich gewahr wurde lange bevor dieser eine konkrete form angenommen hatte ahnte aaron um wen es sich dabei handelte crown die abneigung des alphas dem schatten gegenüber war geradezu mit händen zu greifen der diffuse dunkelgraue schatten zeigte nun deutlich crowns gestalt das antlitz wie von schmerz verzerrt schien dieser etwas zu rufen doch es war still kein laut drang hindurch aaron konnte nichts tun als sich noch einmal umzublicken und die bizarre winterlich feindliche umgebung wahrzunehmen während das gefühl der besonderen anwesenheit des alphas schwächer und schwächer wurde fast wollte er sich daran festhalten doch es gelang ihm nicht auch crowns schatten war nur noch eine verwischte ahnung dann verlor aaron es abrupt und fühlte seinen normalen körper wieder jemand rüttelte an ihm und riss ihm das kontaktset vom kopf als aaron die augen öffnete merkte er dass es crown selbst war der zu ihm getreten war und ihn mit funkelnden augen leise anzischte du du schließt du schließt aus so gleich beherrschte sich crown jedoch wieder rückte seinen kragen zurecht und nahm sich angesichts des anwesenden vorstandes zusammen aber noch im selben moment erkannten sie beide gleichzeitig überrascht dass etwas nicht stimmte niemand regte sich auf alle wirkten wie mitten in der bewegung eingefroren nur aaron und crown bewegten sich mit normaler geschwindigkeit die anderen verharrten wie leblose schaufenster puppen in ihrer augenblicklichen haltung crown war seine erschöpfung aber auch überraschung anzumerken seine augen waren dunkel umrandet sein körper wirkte leicht eingefallen er blickte auf seine eigenen hände und bewegte die finger es herrschte ein moment des schweigens in dem crown seine absolute macht ohne zeugen über aaron sichtlich zu genießen schien dann jedoch verfinsterte sich sein blick erneut und seine hand suchte einen hebel seitlich der maschine sekundenbruchteile später durchschoss strom die stahlstrebe über aarons brust und verursachte stechende schmerzen was mit einer weiteren hebelbetätigung durch crown wiederum beendet wurde aaron atmete gepresst aus sein körper zitterte unwillkürlich forschend blickten ihn crowns augen an nach einem indiz für eine aufgabe des widerstandes suchend aaron jedoch blickte wie durch crown hindurch es gab ohnehin nichts was er dem tyrannen hätte geben oder sagen können aufsteigende wut war in crowns augen abzulesen nach einer weiteren energischen handbewegung am hebel sandte er erneut kaskaden von schmerz durch den stahl über aarons brust das zittern kam wieder stärker unwillkürlich unkontrollierbar wieder beendet von crowns handbewegung doch erst nach viel längerer zeit es stank nach verschmorten fasern von aarons kleidung die nun neben der stahlstrebe schwarz war wieder suchten crowns augen jene aarons fanden fanden sie dieses mal und formulierten eine frage aarons wollte nur antworten dass es ihm gar nicht möglich sei crown in den kontakt mit einzubeziehen wenn das alpha dies nicht wolle doch nur das leise ansetzen zu widerspruch veranlasste crown erneut zur strom freigebenden handbewegung es traf aarons noch härter als erwartet er sah helle schleier vor augen und roch verbranntes dass er einen weiteren schlag nicht überleben würde und seine augen suchten nach vidana schemenhaft sah er einen starren körper die silhouetten von zwei soldaten an ihrer seite übermächtig war sein verlangen sie noch ein letztes mal zu sehen zu berühren bevor der letzte schlag kam zitternd hob er seine hand in ihre richtung crown hatte die bewegung der hand jedoch anscheinend entdeckt und griff mit funkelnden augen danach um sie herunter zu drücken dabei kam er mit der stahlstrebe in berührung und schmerz flammte kurz in seinen augen auf er unterdrückte ihn jedoch und etwas anderes schimmerte hindurch hass als wäre aaron für den schmerz verantwortlich doch es war noch etwas wie ein alter bekannter den er wieder traf nach langer Zeit er erkannte jemanden wieder in der tiefe von crones augen er konnte es zuerst nicht glauben doch es war unzweifelhaft so es war das alpha in einer sehr dunklen form crone wandte seine augen ab er musste dabei erneut die waffe im halfter eines der stehenden soldaten bemerkt haben und es war zu sehen wie der hass eine richtung fand er humpelte zu dem wie eingefroren dastehenden soldaten hin und nahm sich kurzerhand die waffe aarons blick war auf den sternen himmel hinter den großen fenstern gerichtet er wusste was jetzt kommen mochte und war verwundert über seine eigene ruhe mit der er aus dem fenster blickte die sterne funkelten draußen hinter den dicken fensterscheiben wie in den Nächten die er fernab der Zivilisation im Wald an seinem Fluss zugebracht hatte gegen diese Macht wirkte Krone mit seiner Waffe seltsam klein und unbedeutend Krone wandte die Waffe auf die Maschine und zischte du hast es so gewollt wenn ich nicht kann wirst du auch nicht und in diesem Augenblick löste sich der Schuss aus der Hochenergiewaffe in Krones Hand und traf mit einem Zerstörung bedeutenden Knall und Sirren die Maschine Die Maschine gab mit dem Knistern unzähliger Kurzschlüsse ihren Dienst für immer auf Krone verharrte ließ die Waffe aus seiner Hand gleiten und zu Boden fallen drehte sich dann um wie im Zeitraffer Aaron wandte seinen Blick vom Sternenhimmel ab alles schien dunkler nun im Raum Krones Gang war gebeugt als er wieder zu Aaron trat er hob seine Hand an den Hebel und Aaron schloss die Augen dann fühlte er nichts mehr alles war Leichtigkeit als er seine Augen öffnete Krone war immer noch in der Bewegung den Strom anzuschalten doch die Automatik schien seiner Hand nicht mehr zu gehorchen es war gar kein erneuter Strom geflossen Aarons Blick versenkte sich in die Weiten des Sternenhimmels hinter den Scheiben er nickte kurz und atmete tief aus sein nächster Blick fiel auf Krone und er bemerkte nur am Rande dass er diesen von oben sah mit wachsender Entfernung Aaron kämpfte gegen seinen Tod an dann gab er das Ankämpfen auf er verstand er blickte achtsam zu den Sternen und lächelte er ließ alles hinter sich dann fühlte er es wieder dieses Mal ohne die Maschine dieses Mal enger dieses Mal blickte er von der Ebene des Alpha herab auf Krone dieses Mal fühlte er den Schmerz des Alpha als seinen eigenen öffnete sich dem Schmerz den sein Alpha ertragen musste lernte ihn zu lieben dann ging es weiter eine Ebene höher aus den Augen eines Unbekannten blickte er auf das Alpha zurück das auf Krone blickte das Hass ausstrahlte immer schneller wechselten die Ebenen immer höher immer schneller und doch im Kreis einem ewigen Kreis bis alles verschwamm bis es wieder langsamer wurde bis er wieder auf seiner eigenen Ebene angekommen war aus der anderen Richtung der Kreis war geschlossen fast er sah den nun auch völlig stillstehenden Krone vor dem Stuhl mit dem Körper eines Jungen darauf doch etwas war anders Krones Züge ergrauten zunehmend während dieser versuchte irgendetwas zu finden um sich daran festzuhalten das war sogar aus der jetzigen Perspektive Aarons zu erkennen die wie er erst jetzt erkannte in der Schale auf dem Tisch des Vorstands war es war ein Krabbeln und ein Brausen um ihn herum er war viele langsam lernte er jedoch die vielen zu einer Bewegung zu sammeln zu einer Bewegung nach vorn zu einer Bewegung zurück die Schale schwankte mit jeder Bewegung mehr und schlug um die Richtung war klar es ging zu Krone oder zu den grauen Resten dessen Körpers Fresswerkzeuge wurden in Betätigung gesetzt verleibten die graue Masse dem ewigen Kreislauf ein machten sie eins Aaron hatte getan was getan werden musste er blickte vom Boden hinauf durch die Scheibe in die Sterne dahinter was den Wirbel wieder in Gang setzte und ihn das letzte kleine Stück des Kreises transportierte zurück zu seinem eigenen ihm vertrauten Körper er fühlte sich wieder und die Stahlstrebe die quer über seine Brust reichte und ihn auf seinem Sitz fixierte er fühlte sich weich und warm und blaugrau an als seine Finger sich in den Stahl versenkten es gab nur ihn und die Strebe während Aarons Finger durch den Stahl wuchsen bis in ihre Verriegelung hinein sie Atom für Atom öffneten alles ging leicht unendlich leicht Aaron fühlte dass er lächelte keine Stahlstrebe hielt den Jungen mehr auf als er sich in seiner angesenkten Kleidung vom Stuhl erhob und neben den grauen staubigen Resten Krones vorbei zur Kommandowand schritt und den Schieberegler für die Sauerstoffversorgung seiner Kameraden auf normal erhöhte und die Tür ihrer Zelle entriegelte Er suchte die Einstellungen für die weiteren Türen und auch der Brücke und entriegelte sie alle Dann trat er zur starren Vidana ging um sie herum Er war wieder einmal von ihrer einfachen puren Schönheit überwältigt Doch es war auch eine Spur von Fremdheit da Etwas lag zwischen ihnen auf dem Grund ihrer Augen in die er blickte Er hatte sich verändert seit er zum letzten Mal tief in diese Augen geblickt hatte Er befreite sie von den Soldaten die sie gehalten hatten schob die leblosen Körper beiseite strich über Vidanas Glied maßen Er war sich nicht sicher ob sie es fühlte Er umarmte sie legte ihren Kopf auf seine Brust fuhr mit seinen Händen in ihren Nacken betrachtete die zarten Härchen dort Er ließ seinen Blick wieder in die Weite fallen fühlte wie das Leben wieder in ihren Körper zurückkehrte den er weiter hielt sie war etwas schwach und benommen sodass er sie stützen musste vorsichtig führte er sie durch die scharen nagender Insekten zu einer der tief liegenden breiten Fenster Bänke der großen Panoramascheiben durch die nun wieder das Licht der Sonne hineinfiel Er setzte sich zu ihr und nahm sie in den Arm während Scheibe zu hauchen und mit dem Zeigefinger jenes Zeichen zu malen das er damals im Unwetter auf die Scheibe der Magnetbahn gemalt hatte er war weit gekommen seitdem er musste lächeln und blickte hinunter auf die Erde die durch die Bewegung der Sonnenbarke langsam ins Blickfeld kam Vedana öffnete Matt die Augen während das Zeichen verblasste sie erkannte es und lächelte er die Brücke betraten sich umsahen und staunend langsam zu ihnen an die große Scheibe traten wusste Aaron dass sie es geschafft hatten sie umarmten sich zunächst ungläubig dann immer freudiger hell schien die Sonne auf die Brücke sie räumten die Reste der Soldaten und Vorstandsmitglieder weg und setzten sich an den Konferenztisch er atmete tief aus sie hörten Dimensionen geschrieben von Carsten Berger gelesen von Steffen Rössler D Untertitelung des ZDF, 2020